Der Tannenbaum Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von Hans Christian Andersen Übersetzt von Julius Reuscher Der Tannenbaum Draußen im Walde stand ein niedlicher, kleiner Tannenbaum. Er hatte einen guten Platz. Sonne konnte er bekommen, Luft war genug da, und ringsumher wuchsen viel größere Kameraden, sowohl Tannen als Fichten. Aber dem kleinen Tannenbaum schien nichts so wichtig als das Wachsen. Er achtete nicht der warmen Sonne und der frischen Luft, er kümmerte sich nicht um die Bauerkinder, die da gingen und plauderten, wenn sie herausgekommen waren, um Erdbeeren und Himbeeren zu sammeln. Oft kamen sie mit einem ganzen Topf voll oder hatten Erdbeeren auf einen Strohhalm gezogen, dann setzten sie sich neben den kleinen Tannenbaum und sagten, »Wie niedlich klein ist der!« Das mochte der Baum gar nicht hören. Im folgenden Jahre war er ein langes Glied größer, und das Jahr darauf war er um noch eins länger, denn bei den Tannenbäumen kann man immer an den vielen Gliedern, die sie haben, sehen, wie viele Jahre sie gewachsen sind. Oh, wäre ich doch so ein großer Baum wie die anderen, seufzte das kleine Bäumchen, dann könnte ich meine Zweige so weit umher ausbreiten und mit der Krone in die weite Welt hinaus blicken. Die Vögel würden dann Nester zwischen meinen Zweigen bauen, und wenn der Wind weht, könnte ich so vornehm nicken, gerade wie die anderen dort. Er hatte gar keine Freude am Sonnenschein, an den Vögeln und an den roten Wolken, die morgens und abends über ihn hinsegelten. War es nun Winter, und der Schnee lag ringsumher, funkend weiß, so kam häufig ein Hase angesprungen und setzte gerade über den kleinen Baum weg. Oh, war das ärgerlich! Aber zwei Winter vergingen, und im dritten war das Bäumchen so groß, dass der Hase um dasselbe herumlaufen mußte. Oh, wachsen, wachsen, groß und alt werden, das ist doch das einzige Schöne in dieser Welt, dachte der Baum. Im Herbst kamen immer Holzhauer und fällten einige der größten Bäume. Das geschah jedes Jahr, und dem jungen Tannenbaum, der nun ganz gut gewachsen war, schauderte dabei. Denn die großen, prächtigen Bäume fielen mit Knacken und Krachen zur Erde, die Zweige wurden abgehauen, die Bäume sahen ganz nackt, lang und schmal aus, sie waren fast nicht zu erkennen. Aber dann wurden sie auf Wagen gelegt, und Pferde zogen sie davon, aus dem Walde hinaus. Wohin sollten sie? Was stand ihnen bevor? Im Frühjahr, als die Schwalben und Störche kamen, fragte sie der Baum, »Wißt ihr nicht, wohin sie geführt wurden? Seid ihr ihnen begegnet?« Die Schwalben wußten nichts, aber der Storch sah nachdenkend aus, nickte mit dem Kopfe und sagte, »Ja, ich glaube wohl.« Mir begegneten viele neue Schiffe, als ich aus Ägypten flog. Auf den Schiffen waren prächtige Mastbäume. Ich darf annehmen, dass sie es waren. Sie hatten Tannengeruch. Ich kann vielmals grüßen, sie prangen, sie prangen. Oh, wäre ich doch auch groß genug, um über das Meer hinfahren zu können. Was ist das eigentlich, dieses Meer, und wie sieht es aus? »Ja, das ist weitläufig zu erklären,« sagte der Storch, und damit ging er. »Freue dich deiner Jugend,« sagten die Sonnenstrahlen, »freue dich deines frischen Wachstums, des jungen Lebens, das in dir ist.« Und der Wind küßte den Baum, und der Tau weinte Tränen über denselben, aber das verstand der Tannenbaum nicht. Wenn es gegen die Weihnachtszeit war, wurden ganz junge Bäume gefällt, Bäume, die oft nicht einmal so groß oder gleichen Alters mit diesem Tannenbaume waren, der weder Rast noch Ruhe hatte, sondern immer davon wollte. Diese jungen Bäume, und es waren gerade die allerschönsten, behielten immer alle ihre Zweige. Sie wurden auf Wagen gelegt, und Pferde zogen sie von Dannen zum Walde hinaus. »Wohin sollen diese?« fragte der Tannenbaum. »Sie sind nicht größer als ich. Einer ist sogar viel kleiner. Weswegen behalten sie alle ihre Zweige? Wohin fahren sie?« »Das wissen wir, das wissen wir!« zwitscherten die Sperlinge. »Unten in der Stadt haben wir in die Fenster gesehen. Wir wissen, wohin sie fahren. Oh, sie gelangen zur größten Pracht und Herrlichkeit, die man sich denken kann. Wir haben in die Fenster gesehen und erblickt, dass sie mitten in der warmen Stube aufgepflanzt und mit den schönsten Sachen, vergoldeten Äpfeln, Honigkuchen, Spielzeug und vielen hundert Lichtern geschmückt werden. »Und dann?« fragte der Tannenbaum und bebte in allen Zweigen. »Und dann? Was geschieht dann?« »Ja, mehr haben wir nicht gesehen. Das war unvergleichlich schön.« »Ob ich wohl bestimmt bin, diesen strahlenden Weg zu betreten?« jubelte der Tannenbaum. »Das ist noch besser, als über das Meer zu ziehen. Wie leide ich an Sehnsucht! Wäre es doch Weihnachten! Nun bin ich hoch und entfaltet, wie die anderen, die im vorigen Jahre davon geführt wurden. Oh, wäre ich erst auf dem Wagen, wäre ich doch in der warmen Stube mit all der Pracht und Herrlichkeit. Und dann? Ja, dann kommt noch etwas Besseres, noch Schöneres. Warum würden sie mich sonst so schmücken? Es muß noch etwas Größeres, Herrlicheres kommen. Aber was? Oh, ich leide, ich sehne mich, ich weiß selbst nicht, wie es mir ist. »Freue dich, unser!« sagten die Luft und das Sonnenlicht. »Freue dich deiner frischen Jugend im Freien!« Aber er freute sich durchaus nicht. Er wuchs und wuchs. Winter und Sommer stand er grün. Dunkelgrün stand er da. Die Leute, die ihn sahen, sagten, »Das ist ein schöner Baum!« Und zur Weihnachtszeit wurde er von allen zuerst gefällt. Die Axt hieb tief durch das Mark. Der Baum fiel mit einem Seufzer zu Boden. Er fühlte einen Schmerz, eine Ohnmacht. Er konnte gar nicht an irgendein Glück denken. Er war betrübt, von der Heimat scheiden zu müssen, von dem Flecke, auf dem er emporgeschossen war. Er wußte ja, daß er die lieben alten Kameraden, die kleinen Büsche und Blumen ringsumher, nie mehr sehen werde, ja, vielleicht nicht einmal die Vögel. Die Abreise hatte durchaus nichts Behagliches. Der Baum kam erst wieder zu sich selbst, als er im Hofe, mit anderen Bäumen abgeladen, einen Mann sagen hörte, »Dieser hier ist prächtig! Wir brauchen nur diesen!« Nun kamen zwei Diener im vollen Staat und trugen den Tannenbaum in einen großen, schönen Saal. Ringsherum an den Wänden hingen Bilder und bei dem großen Kachelofen standen große chinesische Vasen mit Löwen auf den Deckeln. Da waren Wiegestühle, seidene Sofas, große Tische voll von Bilderbüchern und Spielzeug für hundertmal hundert Thaler. Wenigstens sagten das die Kinder. Der Tannenbaum wurde in ein großes, mit Sand gefülltes Faß gestellt, aber niemand konnte sehen, daß es ein Faß war, denn es wurde rundherum mit grünem Zeug behängt und stand auf einem großen, bunten Teppich. Oh, wie der Baum bebte! Was wird da doch vorgehen? Sowohl die Diener als die Fräulein schmückten ihn. An einem Zweig hängten sie kleine Netze aus farbigem Papier ausgeschnitten. Jedes Netz war mit Zuckerwerk gefüllt. Vergoldete Äpfel und Walnüsse hingen herab, als wären sie fest gewachsen, und über hundert rote, blaue und weiße kleine Lichter wurden in den Zweigen festgesteckt. Puppen, die leibhaft wie die Menschen aussahen, der Baum hatte früher nie solche gesehen, schwebten im Grünen, und hoch oben in der Spitze wurde ein Stern von Flittergold befestigt. Das war prächtig, ganz außerordentlich prächtig. Heute Abend, sagten alle, heute Abend wird es strahlen. Oh, dachte der Baum, wäre es doch Abend, würden nur die Lichter bald angezündet. Und was dann wohl geschieht? Ob da wohl Bäume aus dem Walde kommen, mich zu sehen? Ob die Sperlinge gegen die Fensterscheiben fliegen? Ob ich hier festwachse und Winter und Sommer geschmückt stehen werde? Ja, er wußte gut Bescheid, aber er hatte ordentlich Borkenschmerzen vor lauter Sehnsucht, und Borkenschmerzen sind für einen Baum ebenso schlimm wie Kopfschmerzen für uns andere. Nun wurden die Lichter angezündet. Welcher Glanz, welche Pracht! Der Baum bebte in allen Zweigen dabei, so daß einst der Lichter das Grüne anbrannte. Es senkte ordentlich. Gott bewahre uns, schrien die Fräulein und löschten es hastig aus. Nun durfte der Baum nicht einmal beben. Oh, das war ein Grauen. Ihm war bange, etwas von seinem Staate zu verlieren. Er war ganz betäubt von all dem Glanze. Da gingen beide Flügeltüren auf, und eine Menge Kinder stürzten herein, als wollten sie den ganzen Baum umwerfen. Die älteren Leute kamen bedächtig nach. Die Kleinen standen ganz stumm, aber nur einen Augenblick. Dann jubelten sie wieder, daß es laut schallte. Sie tanzten um den Baum herum, und ein Geschenk nach dem anderen wurde abgepflückt. Was machen sie, dachte der Baum, was soll geschehen? Die Lichter brannten gerade bis auf die Zweige herunter, und je nachdem sie niederbrannten, wurden sie ausgelöscht. Und dann erhielten die Kinder die Erlaubnis, den Baum zu plündern. Oh, sie stürzten auf denselben ein, daß es in allen Zweigen knackte. Wäre er nicht mit der Spitze und mit dem Goldsterne an der Decke festgemacht gewesen, so wäre er umgestürzt. Die Kinder tanzten mit ihrem prächtigen Spielzeug herum. Niemand sah nach dem Baume. Ausgenommen das alte Kindermädchen, welches kam und zwischen die Zweige blickte. Aber es geschah nur, um zu sehen, ob nicht noch eine Feige oder ein Apfel vergessen sei. Eine Geschichte! Eine Geschichte! riefen die Kinder und zogen einen kleinen, dicken Mann gegen den Baum hin. Und er setzte sich gerade unter denselben. Denn so sind wir im Grünen, sagte er, und der Baum kann besonders Nutzen davon haben, zuzuhören. Aber ich erzähle nur eine Geschichte. Wollt ihr die von Ivede-Avede oder die von Klumpe-Dumpe hören, der die Treppen hinunterfiel und doch erhöht wurde und die Prinzessin erhielt. Ivede-Avede schrien einige, Klumpe-Dumpe schrien andere. Das war ein Rufen und Schreien. Nur der Tannenbaum schwieg ganz still und dachte, komme ich gar nicht mit, werde ich nichts dabei zu tun haben? Er war ja mitgewesen, hatte ja geleistet, was er sollte. Der Mann erzählte von Klumpe-Dumpe, welcher die Treppen hinunterfiel und doch erhöht wurde und die Prinzessin erhielt. Und die Kinder klatschten in die Hände und riefen, erzähle, erzähle. Sie wollten auch die Geschichte von Ivede-Avede hören, aber sie bekamen nur die von Klumpe-Dumpe. Der Tannenbaum stand ganz stumm und gedankenvoll. Nie hatten die Vögel im Walde dergleichen erzählt. Klumpe-Dumpe fiel die Treppen hinunter und bekam doch die Prinzessin. Ja, ja, so geht es in der Welt zu, dachte der Tannenbaum und glaubte, daß es wahr sei, weil es ein so netter Mann war, der es erzählte. Ja, ja, vielleicht falle ich auch die Treppe hinunter und bekomme eine Prinzessin. Und er freute sich, den nächsten Tag wieder mit Lichtern und Spielzeug, Gold und Früchten aufgeputzt zu werden. Morgen werde ich nicht zittern, dachte er. Ich will mich recht aller meiner Herrlichkeit freuen. Morgen werde ich wieder die Geschichte von Klumpe-Dumpe und vielleicht auch die von Iwe der Avede hören. Und der Baum stand die ganze Nacht still und gedankenvoll. Am Morgen kamen die Diener und das Mädchen herein. Nun beginnt der Start aufs Neue, dachte der Baum. Aber sie schleppten ihn zum Zimmer hinaus, die Treppe hinauf, auf den Boden und stellten ihn in einen dunklen Winkel, wo kein Tageslicht schien. Was soll das bedeuten? dachte der Baum. Was soll ich hier wohl machen? Was mag ich hier wohl hören sollen? Er lehnte sich gegen die Mauer und dachte und dachte. Und er hatte Zeit genug, denn es vergingen Tage und Nächte. Niemand kam herauf. Und als endlich jemand kam, so geschah es, um einige große Kasten in den Winkel zu stellen. Der Baum stand ganz versteckt. Man mußte glauben, daß er ganz vergessen war. Nun ist es Winter draußen, dachte der Baum. Die Erde ist hart und mit Schnee bedeckt. Die Menschen können mich nicht pflanzen. Deshalb soll ich wohl bis zum Frühjahr hier im Schutz stehen. Wie wohl bedacht ist das, wie die Menschen doch so gut sind. Wäre es hier nur nicht so dunkel und schrecklich einsam. Nicht einmal ein kleiner Hase. Das war doch niedlich da draußen im Walde, wenn der Schnee lag und der Hase vorbeisprang. Ja, selbst als er über mich hinweg sprang. Aber damals mochte ich es nicht leiden. Hier oben ist es doch schrecklich einsam. »Piep, piep«, sagte da eine kleine Maus und huschte hervor. Und dann kam noch eine kleine. Sie beschnüffelten den Tannenbaum und dann schlüpften sie zwischen dessen Zweige. »Es ist eine gräuliche Kälte«, sagten die kleinen Mäuse. »Sonst ist hier gut sein, nicht wahr, du alter Tannenbaum?« »Ich bin gar nicht alt«, sagte der Tannenbaum. »Es gibt viele, die weit älter sind denn ich.« »Woher kommst du?« fragten die Mäuse. »Und was weißt du?« »Sie waren gewaltig neugierig.« »Erzähle uns doch von den schönsten Orten auf Erden. Bist du dort gewesen? Bist du in der Speisekammer gewesen, wo Käse auf den Brettern liegen und Schinken unter der Decke hängen, wo man auf Talglicht tanzt, mager hineingeht und fett herauskommt?« »Das kenne ich nicht«, sagte der Baum. »Aber den Wald kenne ich, wo die Sonne scheint und die Vögel singen.« Und dann erzählte er alles aus seiner Jugend. Die kleinen Mäuse hatten früher nie dergleichen gehört und sie horchten auf und sagten, »Wie viel du gesehen hast, wie glücklich du gewesen bist!« »Ich«, sagte der Tannenbaum und dachte über das, was er selbst erzählte, nach. »Ja, es waren im Grunde ganz fröhliche Zeiten.« Aber dann erzählte er vom Weihnachtsabend, wo er mit Kuchen und Lichtern geschmückt war. »Oh«, sagten die kleinen Mäuse, »wie glücklich du gewesen bist, du alter Tannenbaum!« »Ich bin gar nicht alt«, sagte der Baum. »Erst in diesem Winter bin ich vom Walde gekommen. »Ich bin in meinem allerbesten Alter, ich bin nur so aufgeschossen.« »Wie schön du erzählst!« sagten die kleinen Mäuse. Und in der nächsten Nacht kamen sie mit vier anderen kleinen Mäusen, die den Baum erzählen hören sollten. Und je mehr er erzählte, desto deutlicher erinnerte er sich selbst an alles und dachte, es waren doch ganz fröhliche Zeiten. Aber sie können wiederkommen, können wiederkommen.« Klumpe Dumpe fiel die Treppe hinunter und erhielt doch die Prinzessin. »Vielleicht kann ich auch eine Prinzessin bekommen.« Und dann dachte der Tannenbaum an eine kleine, niedliche Birke, die draußen im Walde wuchs. Das war für den Tannenbaum eine wirklich schöne Prinzessin. »Wer ist Klumpe Dumpe?« fragten die kleinen Mäuse. Da erzählte der Tannenbaum das ganze Märchen. Er konnte sich jedes einzelnen Wortes entsinnen. Die kleinen Mäuse waren aus reiner Freude bereit, bis an die Spitze des Baumes zu springen. In der folgenden Nacht kamen weit mehr Mäuse und am Sonntage sogar zwei Ratten. Aber die meinten, die Geschichte sei nicht hübsch und das betrübte die kleinen Mäuse, denn nun hielten sie auch weniger davon. »Wissen Sie nur die eine Geschichte?« fragten die Ratten. »Nur die eine«, antwortete der Baum. »Die hörte ich an meinem glücklichsten Abend, aber damals dachte ich nicht daran, wie glücklich ich war.« »Das ist eine höchst jämmerliche Geschichte. Kennen Sie keine von Speck und Talglicht, keine Speisekammergeschichte?« »Nein«, sagte der Baum. »Ja, dann danken wir dafür«, erwiderten die Ratten und gingen zu den ihrigen zurück. Die kleinen Mäuse blieben zuletzt auch weg, und da seufzte der Baum. »Es war doch ganz hübsch, als sie um mich herum saßen, die beweglichen kleinen Mäuse, und zuhörten, wie ich erzählte.« »Nun ist auch das vorbei.« »Aber ich werde daran denken, mich zu freuen, wenn ich wieder hervorgenommen werde.« »Aber wann geschah das?« »Ja, es war eines Morgens, da kamen Leute und wirtschafteten auf dem Boden. Die Kasten wurden weggesetzt, der Baum wurde hervorgezogen. Sie warfen ihn freilich ziemlich hart gegen den Fußboden, aber ein Diener schleppte ihn gleich nach der Treppe hin, wo der Tag leuchtete.« »Nun beginnt das Leben wieder«, dachte der Baum. Er fühlte die frische Luft, die ersten Sonnenstrahlen, und nun war er draußen im Hofe. Alles ging geschwind, der Baum vergaß völlig, sich selbst zu betrachten. Da war so vieles ringsumher zu sehen. Der Hof stieß an einem Garten und alles blühte darin. Die Rosen hingen frisch und duftend über das kleine Gitter hinaus, die Lindenbäume blühten und die Schwalben flogen umher und sagten, »Quirre-Wirre-Witt, mein Mann ist kommen!« Aber es war nicht der Tannenbaum, den sie meinten. »Nun werde ich leben«, jubelte dieser und breitete seine Zweige weit aus. Aber ach, die waren alle vertrocknet und gelb, und er lag da zwischen Unkraut und Nesseln. Der Stern von Goldpapier saß noch oben in der Spitze und glänzte im hellen Sonnenschein. Im Hofe selbst spielten ein Paar der munteren Kinder, die zur Weihnachtszeit den Baum umtanzt hatten und so froh über denselben gewesen waren. Eins der Kleinsten lief hin und riß den Goldstern ab. »Sieh, was da noch an dem häßlichen alten Tannenbaum sitzt!« sagte es und trat auf die Zweige, so daß sie unter seinen Stiefeln knackten. Der Baum sah auf all die Blumenpracht und Frische im Garten. Er betrachtete sich selbst und wünschte, daß er in seinem dunklen Winkel auf dem Boden geblieben wäre. Er gedachte seiner frischen Jugend im Walde, des lustigen Weihnachtsabends und der kleinen Mäuse, die so munter die Geschichte von Klumpe Dumpe angehört hatten. »Vorbei!« »Vorbei!« sagte der arme Baum. »Hätte ich mich doch gefreut, als ich es noch konnte.« »Vorbei!« »Vorbei!« Der Diener kam und hieb den Baum in kleine Stücke. Ein ganzes Bund lag da. Hell flackerte es auf unter dem großen Braukessel. Der Baum seufzte tief, und jeder Seufzer war einem kleinen Schusse gleich. Deshalb liefen die Kinder, die da spielten, herbei und setzten sich vor das Feuer, blickten in dasselbe hinein und riefen »Piff! Paff!« Aber bei jedem Knalle, der ein tiefer Seufzer war, dachte der Baum an einen Sommerabend im Walde oder an eine Winternacht da draußen, wenn die Sterne funkelten. Er dachte an den Weihnachtsabend und an Klumpe-Dumpe das einzige Märchen, welches er gehört hatte und zu erzählen wußte. Und dann war der Baum verbrannt. Die Knaben spielten im Garten, und der Kleinste hatte den Goldstern auf der Brust, den der Baum an seinem glücklichsten Abend getragen. Nun war der vorbei, und mit dem Baum war es auch vorbei, und mit der Geschichte auch vorbei, vorbei. Und so geht es mit allen Geschichten. Ende von Der Tannenbaum von Hans Christian Andersen Übersetzt von Julius Reuscher Der Schweinehirt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Michael Wolf Märchen von Hans Christian Andersen Übersetzt von Julius Reuscher Der Schweinehirt Es war einmal ein armer Prinz. Er hatte ein Königreich, welches ganz klein war, aber es war immer groß genug, um sich darauf zu verheiraten, und verheiraten wollte er sich. Nun war es freilich etwas keck von ihm, dass er zur Tochter des Kaisers zu sagen wagte, willst du mich haben? Aber er wagte es doch, denn sein Name war weit und breit berühmt. Es gab hundert Prinzessinnen, die gerne Ja gesagt hätten. Aber ob sie es tat? Nun, wir wollen hören. Auf dem Grabe des Vaters des Prinzen wuchs ein Rosenstrauch, ein herrlicher Rosenstrauch. Da blühte nur jedes fünfte Jahr und trug dann auch nur eine einzige Blume. Aber das war eine Rose, die duftete so süß, dass man alle seine Sorgen und seinen Kummer vergaß, wenn man daran roch. Der Prinz hatte auch eine Nachtigall, die konnte singen, als ob alle schönen Melodien in ihrer Kehle säßen. Diese Hose und die Nachtigall sollte die Prinzessin haben, und deshalb wurden sie beide in große silberne Behälter gesetzt und ihr zugesandt. Der Kaiser ließ sie vor sich her in den großen Saal tragen, wo die Prinzessin war, und es kommen Fremde mit ihren Hofdamen spielte. Als sie die großen Behälter mit den Geschenken darin erblickte, klatschte sie vor Freude in die Hände. Wenn es doch eine kleine Mitzekatze wäre, sagte sie, aber da kam der Rosenstrauch mit der herrlichen Rose hervor. »Wie niedlich sie gemacht ist!« sagten alle Hofdamen. »Sie ist mehr als niedlich!« sagte der Kaiser. »Sie ist schön!« Aber die Prinzessin befühlte sie, und da war sie nah dran zu weinen. »Pfui, Papa!« sagte sie. »Sie ist nicht künstlich, sie ist natürlich!« »Pfui!« sagten alle Hofdamen. »Sie ist natürlich!« »Lasst uns nun erst sehen, was in dem anderen Behälter ist, ehe wir böse werden!« meinte der Kaiser, und da kam die Nachtigalle raus, die so schön sang, dass man nicht gleich etwas Böses gegen sie vorbringen konnte. »Superbe Charmant!« sagten die Hofdamen, denn sie plauderten alle französisch, eine immer ärger als die andere. Wie der Vogel mich an die Spieldose der seligen Kaiserin erinnert, sagte ein alter Kavalier. »Ach ja, das ist derselbe Ton, derselbe Vortrag!« »Ja!« sagte der Kaiser, und dann weinte er wie ein kleines Kind. »Es wird doch hoffentlich kein natürlicher sein!« sagte die Prinzessin. »Ja, es ist ein natürlicher Vogel!« sagten die, welche ihn gebracht hatten. »So, lass den Vogel fliegen!« sagte die Prinzessin, und sie wollte nicht gestatten, dass der Prinz komme. Aber dieser ließ sich nicht einschüchtern. Er bemalte sich das Antlitz mit braun und schwarz, drückte die Mütze tief über den Kopf und klopfte an. »Guten Tag, Kaiser!« sagte er. »Künnte ich nicht hier auf dem Schlosse einen Dienst bekommen?« »Jawohl!« sagte der Kaiser. »Ich brauche jemand, der die Schweine hüten kann, denn deren haben wir viele!« So wurde der Prinz angestellt als kaiserlicher Schweineherd. Er bekam eine jämmerlich kleine Kammer unten bei den Schweinen. Und da musste er bleiben. Aber den ganzen Tag saß er und arbeitete, und als es Abend war, hat er einen niedlichen kleinen Topf gemacht, rings um denselben waren Schellen, und sobald der Topf kochte, klingelten sie schön und spielten die alte Melodie. »Ach, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg!« Aber das Allerkünstlichste war, dass, wenn man den Finger in den Dampf des Topfes hielt, man sogleich riechen konnte, welche Speisen auf jedem Feuerherd in der Stadt zubereitet wurden. Das war wahrlich etwas ganz anderes als die Hose. Nun kam die Prinzessin mit allen ihren Hofdamen daher spaziert, und als sie die Melodie hörte, blieb sie stehen und sah ganz erfreut aus. Denn sie konnte auch »Ach, du lieber Augustin!« spielen. Das war das Einzige, was sie konnte, aber das spielte sie mit einem Finger. »Das ist ja das, was ich kann!«, sagte sie. »Dann muss es ein gebildeter Schweineherd sein. Höre, geh hinunter und frage ihn, was das Instrument kostet.« Da musste eine der Hofdamen hineingehen, aber sie zog Holzpantoffeln an. »Was willst du für den Topf haben?« fragte die Hofdame. »Ich will zehn Küsse von der Prinzessin haben«, sagte der Schweineherd. »Gott, bewahre uns!«, sagte die Hofdame. »Ja, anders tue ich es nicht«, antwortete der Schweineherd. »Es ist unartig«, sagte die Prinzessin, und dann ging sie, aber als sie ein kleines Stück gegangen war, erklangen die Schellen so lieblich. »Ach, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg!« »Höre«, sagte die Prinzessin, »frage ihn, ob er zehn Küsse von meinen Hofdamen will.« »Ich danke schön«, sagte der Schweineherd, »zehn Küsse von der Prinzessin oder ich behalte meinen Topf.« »Was ist das doch für eine langweilige Geschichte«, sagte die Prinzessin. »Aber dann müsst ihr vor mir stehen, damit es niemand sieht.« Die Hofdamen stellten sich davor und breiteten ihre Kleider aus, und da bekam der Schweineherd zehn Küsse, und sie erhielt den Topf. Nun, das war eine Freude. Den ganzen Abend und den ganzen Tag musste der Topf kochen. Es gab nicht einen Feuerherd in der ganzen Stadt, von dem sie nicht wussten, was darauf gekocht wurde, sowohl beim Kammerherrn wie beim Schuhflicker. Die Hofdamen tanzten und klatschten in die Hände. »Wir wissen, wer süße Suppe und Eierkuchen essen wird. Wir wissen, wer Grütze und Braten bekommt. Wie schön ist doch das!« »Ja, aber haltet rein den Mund, denn ich bin des Kaisers Tochter.« »Jawohl, jawohl«, sagten alle. »Der Schweineherd, das heißt der Prinz.« Aber sie wussten es ja nicht anders, als dass er ein wirklicher Schweineherd sei, ließ die Tage nicht verstreichen, ohne etwas zu tun. Und da machte er eine Knarre, wenn man diese herumschwang, erklangen alle die Walzer und Hopser, die man von der Erschaffung der Welt an kannte. »Ach, das ist superbe!« sagte die Prinzessin, indem sie vorbeiging. »Ich habe nie eine schönere Musik gehört. Hörer, geh hinein und frage ihn, was das Instrument kostet. Aber ich küsse nicht wieder.« »Er will hundert Küsse von der Prinzessin haben,« sagte die Hofdame, welche hineingegangen war, um zu fragen. »Ich glaube, er ist verrückt!« sagte die Prinzessin. Und dann ging sie. Aber als sie ein kleines Stück gegangen war, blieb sie stehen. »Man muss die Kunst aufmuntern!« sagte sie. »Ich bin des Kaisers Tochter. Sage ihm, er soll wie neulich zehn Küsse haben. Den Rest kann er von meinen Hofdamen nehmen.« »Ach, aber wir tun es ungern!« sagten die Hofdamen. »Das ist Geschwätz!« sagte die Prinzessin. »Wenn ich ihn küssen kann, dann könnt ihr es auch. Bedenkt, ich gebe euch Kost und Lohn!« Da mussten die Hofdamen wieder zu ihm hineingehen. »Hundert Küsse von der Prinzessin!« sagte er. »Oder jeder behält das seine!« »Stellt euch davor!« sagte sie dann. Und da stellten sich alle Hofdamen davor. Und nun küsste er. »Was mag das wohl für ein Anlauf beim Schweinestall sein?« fragte der Kaiser, welcher auf den Balkon hinausgetreten war. Er rieb sich die Augen und setzte die Brille auf. »Das sind ja die Hofdamen, die da ihr Wesen treiben. Ich werde wohl zu ihnen hinuntergehen müssen.« Potztausend, wie er sich sputete! Sobald er in den Hof hinunterkam, ging er ganz leise, und die Hofdamen hatten so viel damit zu tun, die Küsse zu zählen, damit es ehrlich zugehen möge, dass sie den Kaiser gar nicht bemerkten. Er erhob sich auf den Zehen. »Was ist das?« sagte er, als er sah, dass sie sich küßten, und dann schlug er seiner Tochter mit seinem Pantoffel auf den Kopf, gerade als der Schweineherd den sechsunachtzigsten Kuss erhielt. »Fort mit euch!« sagte der König, denn er war böse, und sowohl die Prinzessin wie der Schweineherd mussten sein Kaiserreich verlassen. Da stand sie nun und weinte. Der Schweineherd schallt, und der Regen strömte hernieder. »Ach, ich elendes Geschöpf!« sagte die Prinzessin. »Hätte ich doch den schönen Prinzen genommen! Ach, wie unglücklich bin ich!« Der Schweineherd aber ging hinter einen Baum, wischte sich das Schwarze und Braune aus seinem Antlitz, warf die schlechten Kleider von sich und trat nun in seiner Prinzentracht hervor, so schön, dass die Prinzessin sich verneigen musste. »Ich bin dahin gekommen, dich zu verachten!« sagte er. »Du wolltest keinen ehrlichen Prinzen haben! Du verstandest dich nicht auf die Rose und die Nachtigall, aber den Schweineherden konntest du für eine Spielerei küssen. Das hast du nun dafür!« Und dann ging er in sein Königreich hinein, da konnten sie draußen singen. »Ach, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg!« Ende von »Der Schweineherd« Der Sandmann Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Märchen von Hans Christian Andersen Übersetzt von Julius Reuscher Der Sandmann Fußnote Im Dänischen führt dieses Märchen den Titel »Ole Luköje«, was wörtlich übersetzt »Ole Augenschließer« heißt, weshalb ich keinen Anstand nahm, den deutschen Sandmann dafür zu wählen, wenn dieser auch keine so gemütliche und den Kindern Liebeerscheinung ist als jener Der Übersetzer Ende Fußnote Es gibt niemand in der ganzen Welt, der so viele Geschichten weiß als der Sandmann. Er kann ordentlich erzählen. Gegen Abend, wenn die Kinder noch am Tische oder auf ihrem Schemel sitzen, kommt der Sandmann. Er kommt die Treppe sacht herauf, denn er geht auf Socken. Er macht ganz leise die Türen auf und husch, da spritzt er den Kindern süße Milch in die Augen hinein und das so fein, so fein, aber immer genug, dass sie die Augen nicht offen halten und ihn deshalb auch nicht sehen können. Er schleicht sich gerade hinter sie, bläst ihnen sacht in den Nacken und dann werden sie schwer im Kopf. Aber es tut nicht weh, denn der Sandmann meint es gut mit den Kindern. Er will nur, dass sie ruhig sein sollen und das sind sie am schnellsten, wenn man sie zu Bette gebracht hat und sie sollen still sein, damit er ihnen Geschichten erzählen kann. Wenn die Kinder nun schlafen, setzt sich der Sandmann auf ihr Bett. Er ist gut gekleidet, sein Rock ist von Seidenzeug, aber es ist unmöglich zu sagen, von welcher Farbe, denn er glänzt grün, rot und blau, je nachdem, wie er sich wendet. Unter jedem Arm hält er einen Regenschirm. Den einen mit Bildern darauf spannt er über die guten Kinder aus und dann träumen sie die ganze Nacht die herrlichsten Geschichten. Auf dem anderen ist durchaus nichts. Den stellt er über die unartigen Kinder. Dann schlafen diese und haben am Morgen, wenn sie erwachen, nicht das allergeringste geträumt. Nun werden wir hören, wie der Sandmann an jedem Abend in einer Woche zu einem kleinen Knaben, welcher Friedrich hieß, kam und was er ihm erzählte. Es sind sieben Geschichten, denn es sind sieben Tage in der Woche. Montag Höre einmal, sagte der Sandmann am Abend, als er Friedrich zu Bett gebracht hatte. Nun werde ich aufputzen. Da wurden alle Blumen in den Blumentöpfen zu großen Bäumen, welche ihre langen Zweige unter der Decke und längs der Wände ausstreckten, sodass die ganze Stube wie ein prächtiges Lufthaus aussah. Alle Zweige waren voll Blumen und jede Blume war noch schöner als eine Rose, duftete lieblich und wollte man sie essen, so war sie noch süßer als Eingemachtes. Die Früchte glänzten gerade wie Gold und Kuchen waren da, die vor lauter Rosinen platzten. Es war unvergleichlich schön. Aber zur gleichen Zeit ertönte ein schreckliches Jammern aus dem Tischkasten, wo Friedrichs Schulbücher lagen. Was ist das? sagte der Sandmann und ging nach dem Tisch und zog den Kasten auf. Es war die Tafel, in der es riss und wühlte, denn es war eine falsche Zahl in das Rechenexempel gekommen, sodass es nahe daran war, auseinanderzufallen. Der Griffel hüpfte und sprang an seinem Bande, gerade als ob er ein kleiner Hund wäre, der dem Rechenexempel helfen möchte, aber er konnte es nicht. Und dann war es Friedrichs Schreibebuch, in welchem es auch jammerte. Oh, es war hässlich, mit anzuhören. Auf jedem Platte standen der Länge nach herunter die großen Buchstaben, ein jeder mit einem kleinen zur Seite. Das war die Vorschrift. Neben diesen standen wieder einige Buchstaben, welche glaubten, ebenso auszusehen, und diese hatte Friedrich geschrieben. Sie lagen fast so, als ob sie über die Bleifederstriche gefallen wären, auf welchen sie stehen sollten. Seht, so sollt ihr euch halten, sagte die Vorschrift. Seht, so zur Seite, mit einem kräftigen Schwung. Oh, wir möchten gerne, sagten Friedrichs Buchstaben, aber wir können nicht, wir sind so jämmerlich. Dann müsst ihr Kinderpulver haben, sagte der Sandmann. Oh nein, riefen sie, und da standen sie schlank, dass es eine Lust war. Jetzt wird keine Geschichte erzählt, sagte der Sandmann. Nun muss ich sie exerzieren. Eins, zwei, eins, zwei. Und so exerzierte er die Buchstaben, und sie standen so schlank und so schön, wie nur eine Vorschrift stehen kann. Aber als der Sandmann ging und Friedrich sie am Morgen besah, da waren sie ebenso elend als früher. Dienstag Sobald Friedrich zu Bette war, berührte der Sandmann mit seiner kleinen Zauberspritze alle Möbel in der Stube, und sogleich fingen sie an zu plaudern, und allesamt sprachen sie von sich selbst, mit Ausnahme des Spucknapfes, welcher stumm dastand und sich darüber ärgerte, dass sie so eitel sein konnten, nur von sich selbst zu reden, nur an sich selbst zu denken und durchaus keine Rücksicht auf den zu nehmen, der doch so bescheiden in der Ecke stand und sich bespucken ließ. Über der Kommode hing ein großes Gemälde in einem vergoldeten Rahmen. Das war eine Landschaft. Man sah darauf große alte Bäume, Blumen im Grase und einen großen Fluss, welcher um den Wald herumfloss an vielen Schlössern vorbei und weit hinaus strömte in das wilde Meer. Der Sandmann berührte mit seiner Zauberspritze dieses Gemälde, und da begannen die Vögel darauf zu singen, die Baumzweige bewegten sich und die Wolken zogen weiter, man konnte ihre Schatten über die Landschaft hin erblicken. Nun hob der Sandmann den kleinen Friedrich gegen den Rahmen empor und stellte seine Füße in das Gemälde, gerade in das hohe Gras, und da stand er. Die Sonne beschien ihn durch die Zweige der Bäume. Er lief hin zum Wasser und setzte sich in ein kleines Boot, welches dort lag. Es war rot und weiß angestrichen, das Segel glänzte wie Silber, und sechs Schwäne, alle mit Goldkronen um den Hals und einem strahlenden blauen Stern auf dem Kopf, zogen das Boot an den grünen Wald vorbei, wo die Bäume von Räubern und Hexen und die Blumen von den niedlichen kleinen Elfen und von dem, was die Schmetterlinge ihnen zu sagen hatten, erzählten. Die herrlichen Fische mit Schuppen wie Silber und Gold schwammen dem Boote nach, mitunter machten sie einen Sprung, dass es im Wasser plätscherte, und Vögel, rot und blau, klein und groß, flogen in langen Reihen hinterher. Die Mücken tanzten und die Maikäfer sangen Bumm, Bumm. Sie wollten Friedrich alle folgen und alle hatten sie eine Geschichte zu erzählen. Das war eine Lustfahrt. Bald waren die Wälder ganz dicht und dunkel, bald waren sie wie der herrlichste Garten im Sonnenschein und Blumen. Da lagen große Schlösser von Glas und Marmor, auf den Altanen standen Prinzessinnen, und alle waren es kleine Mädchen, die Friedrich gut kannte. Er hatte früher mit ihnen gespielt. Sie streckten jede die Hand aus und hielten das niedlichste Zuckerherz hin, welches je eine Kuchenfrau verkaufen konnte. Und Friedrich fasste die eine Seite des Zuckerherzens an, indem er vorbei fuhr, und die Prinzessin hielt recht fest, und so bekam jedes sein Stück. Sie das Kleinste, Friedrich das Größte. Bei jedem Schlosse standen kleine Prinzen Schildwache. Sie schulderten mit Säbeln und ließen Rosinen und Zinnsoldaten regnen. Das waren echte Prinzen. Bald segelte Friedrich durch Wälder, bald durch große Säle und bald mitten durch eine Stadt. Er kam auch durch die, in welcher sein Kindermädchen wohnte, welches ihn getragen hatte, da er noch ein ganz kleiner Knabe war und das ihm immer gut gewesen. Und sie nickte und winkte und sang den niedlichen kleinen Vers, den sie selbst gedichtet und Friedrich gesandt hatte. Ich denke deiner so manches Mal, mein teurer Friedrich, du Lieber, ich gab dir Küsse ja ohne Zahl auf Stirne, Mund, Augenlider. Ich hörte dich lallen das erste Wort, doch mußte ich dir lieber wohl sagen. Es segne der Herr dich an jedem Ort, du Engel, den ich getragen. Und alle Vögel sangen mit, die Blumen tanzten auf den Stielen und die alten Bäume nickten, gerade als ob der Sandmann ihnen auch Geschichten erzählte. Mittwoch Draußen strömte der Regen hernieder. Friedrich konnte es im Schlaf hören, und da der Sandmann ein Fenster öffnete, stand das Wasser gerade herauf bis an das Fensterbrett. Es war ein ganzer See da draußen, aber das prächtigste Schiff lag dicht am Hause. Willst du mitsegeln, kleiner Friedrich, sagte der Sandmann, so kannst du diese Nacht in fremde Länder gelangen und morgen wieder hier sein. Da stand Friedrich plötzlich in seinen Sonntagskleidern mitten auf dem prächtigen Schiffe. Sogleich wurde die Witterung schön, und sie segelten durch die Straßen, kreuzten um die Kirche, und nun war alles eine große, wilde See. Sie segelten so lange, bis kein Land mehr zu erblicken war, und sie sahen einen Flug Störche, die kamen auch von der Heimat und wollten nach den warmen Ländern. Ein Storch flog immer hinter dem anderen, und sie waren schon weit, weit geflogen. Einer von ihnen war so ermüdet, dass seine Flügel ihn kaum noch zu tragen vermochten. Er war der allerletzte in der Reihe, und bald blieb er ein großes Stück zurück. Zuletzt sank er mit ausgebreiteten Flügeln tiefer und tiefer. Er machte noch ein paar Schläge mit den Schwingen, aber es half nichts. Nun berührte er mit seinen Füßen das Tauwerk des Schiffes, glitt vom Segel herab, und bumms, stand er auf dem Verdeck. Da nahm ihn der Schiffsjunge und setzte ihn in das Hühnerhaus zu den Hühnern, Enten und Truthähnen. Der arme Storch stand da, ganz befangen mitten unter ihnen. »Sie, den!« sagten alle Hühner. Der kalekutische Hahn blies sich so dick auf, wie er konnte, und fragte, wer er sei. Die Enten gingen rückwärts, stießen einander an. »Rappel dich! Rappel dich!« Der Storch erzählte vom warmen Afrika, von den Pyramiden und vom Strauße, der einem wilden Pferde gleich die Wüste durchlaufe. Aber die Enten verstanden nicht, was er sagte, und dann stießen sie einander an. »Wir sind doch darüber einverstanden, dass er dumm ist!« »Ja, sicher ist er dumm!« sagte der kalekutische Hahn, und dann kollerte er. Da schwieg der Storch ganz still und dachte an sein Afrika. »Das sind ja herrlich dünne Beine, die ihr habt!« sagte der Kalekute. »Was kostet die Elle davon?« »Skratt, skratt, skratt!« grinsten alle Enten. Aber der Storch tat, als ob er es gar nicht höre. »Ihr könnt immer mitlachen!« sagte der kalekute zu ihm, »denn es war sehr witzig gesagt.« »Oder war es euch vielleicht zu hoch?« »Ach, er ist nicht vielseitig. Wir wollen für uns selbst bleiben.« Und dann kluckte er, und die Enten schnatterten, »Gick, gack, gick, gack!« Es war schrecklich, wie sie sich selbst belustigten. Aber Friedrich ging nach dem Hühnerhause, öffnete die Tür und rief den Storch. Und er hüpfte zu ihm hinaus auf das Verdeck. Nun hatte er ja ausgeruht, und es war gleichsam, als ob er Friedrich zunickte, um ihm zu danken. Darauf entfaltete er seine Schwingen und flog nach den warmen Ländern. Aber die Hühner kluckten, die Enten schnatterten, und der kalekutische Hahn wurde ganz feuerrot am Kopfe. »Morgen werden wir Suppe von euch kochen«, sagte Friedrich. Und dann erwachte er und lag in seinem kleinen Bette. Es war doch eine sonderbare Reise, die der Sandmann ihn diese Nacht hatte machen lassen. »Donnerstag. Weißt du was?« sagte der Sandmann. »Sei nur nicht furchtsam. Hier wirst du eine kleine Maus sehen.« Da hielt er ihm seine Hand mit dem leichten, niedlichen Tiere entgegen. »Sie ist gekommen, um dich zur Hochzeit einzuladen. Hier sind diese Nacht zwei kleine Mäuse, die in den Stand der Ehe treten wollen. Sie wohnen unter deiner Mutter Speisekammerfußboden. Das soll eine schöne Wohnung sein.« »Aber wie kann ich durch das kleine Mauseloch im Fußboden kommen?« fragte Friedrich. »Lass mich nur machen«, sagte der Sandmann. »Ich werde dich schon klein bekommen.« Und er berührte Friedrich mit seiner Zauberspritze, wodurch dieser sogleich kleiner und kleiner wurde. Zuletzt war er keinen Finger lang. »Nun kannst du dir die Kleider des Zinnsoldaten leihen. Ich denke, sie werden dir passen. Und es sieht gut aus, wenn man Uniform in Gesellschaft hat.« »Ja, freilich«, sagte Friedrich. Und da war er im Augenblick wie der niedlichste Zinnsoldat angekleidet. »Wollen Sie nicht so gut sein und sich in Ihrer Mutter Fingerhut setzen?« sagte die kleine Maus. »Dann werde ich die Ehre haben, um sie zu ziehen.« »Will sich das Fräulein selbst bemühen?« sagte Friedrich. Und so fuhren sie zur Mäusehochzeit. Zuerst kamen sie unter dem Fußboden in einen langen Gang, der nicht höher war, als dass sie gerade mit dem Fingerhut dort fahren konnten. Und der ganze Gang war mit faulem Holz erleuchtet. »Riecht es hier nicht herrlich?« sagte die Maus, die ihn zog. »Der ganze Gang ist mit Speckschwerten geschmiert worden. Es kann nichts Schöneres geben.« Nun kamen sie in den Brautsaal hinein. Hier standen zur Rechten alle die kleinen Mäusedamen, die wisperten und zischelten, als ob sie einander zum Besten hielten. Zur Linken standen alle Mäuseherren und strichen sich mit den Pfoten den Schnauzbart. Aber mitten im Saal sah man das Brautpaar. Sie standen in einer ausgehöhlten Käserinde und küßten sich gar schrecklich viel vor aller Augen, denn sie waren ja Verlobte und sollten nun gleich Hochzeit halten. Es kamen immer mehr und mehr Fremde. Die eine Maus war nahe daran, die andere tot zu treten, und das Brautpaar hatte sich mitten in die Tür gestellt, so dass man weder hinaus noch hinein gelangen konnte. Die ganze Stube war ebenso wie der Gang mit Speckschwarte eingeschmiert. Das war die ganze Bewirtung, aber zum Nachtisch wurde eine Erbse vorgezeigt, in die eine Maus aus der Familie den Namen des Brautpaares eingebissen hatte, das heißt den ersten Buchstaben. Das war etwas ganz außerordentliches. Alle Mäuse sagten, dass es eine schöne Hochzeit und dass die Unterhaltung gut gewesen sei. Dann fuhr Friedrich wieder nach Hause. Er war wahrlich in vornehmer Gesellschaft gewesen, aber er hatte auch ordentlich zusammenkriegen, sich klein machen und Zinnsoldatenuniform anziehen müssen. Freitag Es ist unglaublich, wie viel ältere Leute es gibt, die mich gar zu gern haben möchten, sagte der Sandmann. Es sind besonders die, welche etwas Böses verübt haben. Guter kleiner Sandmann, sagen sie zu mir, wir können die Augen nicht schließen und so liegen wir die ganze Nacht und sehen alle unsere bösen Taten, die wie hässliche kleine Kobolder auf der Bettstelle sitzen und uns mit heißem Wasser bespritzen. Möchtest du doch kommen und sie fortjagen, damit wir einen guten Schlaf bekämen? Und dann seufzen sie tief. Wir möchten es wahrlich gern bezahlen. Gute Nacht, Sandmann, das Geld liegt am Fenster. Aber ich tue es nicht für Geld, sagte der Sandmann. Was wollen wir nun diese Nacht vornehmen? fragte Friedrich. Ja, ich weiß nicht, ob du diese Nacht wieder Lust hast, zur Hochzeit zu kommen. Es ist eine andere Art, als die gestrige war. Deiner Schwester große Puppe, die, welche wie ein Mann aussieht und Hermann genannt wird, wird sich mit der Puppe Bertha verheiraten. Es ist obendrein der Puppe Geburtstag und deshalb werden da sehr viele Geschenke kommen. Ja, das kenne ich schon, sagte Friedrich. Immer wenn die Puppen neue Kleider brauchen, lässt meine Schwester sie ihren Geburtstag feiern oder Hochzeit halten. Das ist sicher schon hundertmal geschehen. Ja, aber in dieser Nacht ist es die hundert und erste Hochzeit und wenn hundert und eins aus ist, dann ist alles vorbei, deswegen wird auch diese so ausgezeichnet. Sieh nur einmal. Friedrich sah nach dem Tische. Da stand das kleine Papphaus mit Lichtern in allen Fenstern und draußen davor präsentierten alle Zinnsoldaten das Gewehr. Das Brautpaar saß ganz gedankenvoll, wozu es wohl Ursache hatte, auf dem Fußboden und lehnte sich gegen den Tischfuß. Aber der Sandmann, in den schwarzen Rock der Großmutter gekleidet, traute sie. Als die Trauung vorbei war, stimmten alle Möbel in der Stube folgenden Gesang an, welcher von der Bleifeder geschrieben war. Er ging nach der Melodie des Zapfenstreichs. Das Lied ertönte wie der Wind, dem Brautpaar hoch, das sich verbindt. Sie prangen beide steif und blind, da sie von Handschuh Leder sind. Hurra, hurra, ob taub und blind, wir singen es im Wetter und Wind. Nun bekamen sie Geschenke, aber sie hatten sich alle Esswaren verbeten, denn sie hatten an ihrer Liebe genug. Wollen wir nun eine Sommerwohnung beziehen oder auf Reisen gehen, fragte der Bräutigam. Die Schwalbe, die viel gereist war, und die Hofhenne, welche fünfmal Küchlein ausgebrütet hatte, wurden zu Rate gezogen. Und die Schwalbe erzählte von den herrlichen warmen Ländern, wo die Weintrauben groß und schwer hängen, wo die Luft so mild ist und die Berge Farben haben, gar nicht an denselben kennt. Sie haben doch nicht unseren Grünkohl, sagte die Henne. Ich war einen Sommer mit allen meinen Küchlein auf dem Lande, da war eine Sandgrube, in der wir gehen und kratzen konnten, und dann hatten wir Zutritt zu einem Garten mit Grünkohl. Oh, wie war der Grün! Ich kann mir nichts Schöneres denken! Aber ein Kohlstrunk sieht gerade so aus wie der andere, sagte die Schwalbe, und dann ist hier oft schlechtes Wetter. Ja, daran ist man gewöhnt. Aber es ist hier kalt und es friert. Das ist gut für den Kohl, sagte die Henne. Übrigens können wir es auch warm haben. Hatten wir nicht vor Jahren einen Sommer so heiß, dass man kaum atmen konnte? Dann haben wir nicht alle die giftigen Tiere, die sie dort haben. Wir sind vor Räubern gefeit. Der ist ein Bösewicht, der nicht findet, dass unser Land das schönste ist. Er verdient wahrlich nicht, hier zu sein. Und dann weinte die Henne und fuhr fort. Ich bin auch gereist. Ich bin einmal zwölf Meilen gefahren. Es ist durchaus kein Vergnügen beim Reisen. Ja, die Henne ist eine vernünftige Frau, sagte die Puppe Bertha. Ich halte nichts davon, Berge zu bereisen, denn das geht nur hinauf und dann wieder herunter. Nein, wir wollen nach der Sandgrube hinaus ziehen und im Kohlgarten spazieren. Und dabei blieb es. Sonnabend Bekomme ich nun Geschichten zu hören? fragte der kleine Friedrich, sobald der Sandmann ihn in den Schlaf gebracht hatte. Diesen Abend haben wir nicht Zeit dazu, sagte der Sandmann und spannte seinen schönsten Regenschirm über ihn auf. Betrachte nur die Chinesen. Der ganze Regenschirm sah aus wie eine große chinesische Schale mit blauen Bäumen und spitzen Brücken und mit kleinen Chinesen darauf, die dastanden und mit dem Kopf vernickten. Wir müssen die ganze Welt zu morgen schön ausgeputzt haben, sagte der Sandmann. Es ist ja morgen Sonntag. Ich will die Kirchtürme besuchen, um zu sehen, ob die kleinen Kirchkobolde die Glocken polieren, damit sie hübsch klingen. Ich will hinaus auf das Feld gehen und sehen, ob die Winde den Staub von Gras und Blättern blasen. Und was die größte Arbeit ist, ich will alle Sterne herunterholen, um sie zu polieren. Ich nehme sie in meine Schürze, aber erst muss ein jeder nummeriert werden, und die Löcher, worin sie oben sitzen, müssen auch nummeriert werden, damit sie wieder an den rechten Fleck kommen, sonst würden sie nicht festsitzen, und wir würden zu viele Sternschnuppen bekommen, indem der eine nach dem anderen herunter purzeln würde. Hören Sie, wissen Sie was, Herr Sandmann? sagte ein altes Bild, welches an der Wand hing, wo Friedrich schlief. Ich bin Friedrichs Urgroßvater, ich danke Ihnen, dass Sie dem Knaben Geschichten erzählen, aber Sie müssen seine Begriffe nicht verdrehen, die Sterne können nicht heruntergenommen und poliert werden, die Sterne sind Kugeln, ebenso wie unsere Erde, und das ist gerade das Gute an Ihnen. Ich danke dir, du alter Urgroßvater, sagte der Sandmann, ich danke dir, du bist ja das Haupt der Familie, du bist das Urhaupt, aber ich bin doch älter als du, ich bin ein alter Heide, Römer und Griechen nannten mich den Traumgott, ich bin in die vornehmsten Häuser gekommen und komme noch dahin, ich weiß sowohl mit Geringen wie mit Großen umzugehen, nun kannst du erzählen, und da ging der Sandmann und nahm seinen Regenschirm mit, Nun darf man wohl seine Meinung gar nicht mehr sagen, brummte das Bild, da erwachte Friedrich. Sonntag Guten Abend, sagte der Sandmann, Friedrich nickte und wand das Bild des Urgroßvaters gegen die Wand um, damit es nicht wie gestern mitspreche. Nun musst du mir eine Geschichte erzählen, von von den fünf grünen Erbsen, die in einer Schote wohnten und von dem Hahnenfuß, der dem Hühnerfuß den Hof gemacht und von der Stopfnadel, die so vornehm tat, dass sie sich einbildete, eine Nähnadel zu sein. Man kann auch des Guten zu viel bekommen, sagte der Sandmann. Du weißt wohl, dass ich dir am liebsten etwas zeige. Ich will dir meinen Bruder zeigen. Er heißt auch Sandmann, aber er kommt zu niemand öfter als einmal und zu wem er kommt, den nimmt er mit auf seinem Pferd und erzählt ihm Geschichten. Er kennt nur zwei. Die eine ist so außerordentlich schön, dass niemand in der Welt sie sich denken kann und die andere ist so hässlich und gräulich. Es ist gar nicht zu beschreiben. Und dann hob der Sandmann den kleinen Friedrich zum Fenster hinauf und sagte Da wirst du meinen Bruder sehen. Sie nennen ihn auch den Tod. Siehst du, er sieht gar nicht so schlimm aus wie in den Bilderbüchern, wo er nur ein Knochengerippe ist. Nein, das ist Silberstickerei, die er auf dem Kleide hat. Die schönste Husarenuniform, ein Mantel von schwarzem Sammet fliegt hinten über das Pferd. Sieh, wie er im Galopp reitet. Friedrich sah, wie der Sandmann davonritt und sowohl junge wie alte Leute auf sein Pferd nahm. Einige setzte er vorn, andere hinten auf, aber immer fragte er erst, wie steht's mit dem Zeugnisbuch? Gut, sagten sie allesamt. Ja, lass mich selbst sehen, sagte er, und sie mussten ihm das Buch zeigen. Alle, die welche sehr gut und ausgezeichnet gut hatten, kamen vorn auf das Pferd und bekamen die herrliche Geschichte zu hören. Die aber welche ziemlich gut und mittelmäßig hatten, mussten hinten auf und bekamen die gräuliche Geschichte. Sie zitterten und weinten, sie wollten vom Pferde springen, konnten es aber nicht, denn sie waren sogleich daran festgewachsen. Aber der Tod ist ja der prächtigste Sandmann, sagte Friedrich, vor ihm ist mir nicht bange. Das soll auch nicht sein, sagte der Sandmann, sieh nur zu, dass du ein gutes Zeugnis hast. Ja, das ist lehrreich, murmelte des alten Urgroßvaters Bild, es hilft doch, wenn man seine Meinung sagt. Und nun war es zufrieden. Sieh, das ist die Geschichte vom Sandmann, nun mag er dir selbst diesen Abend mehr erzählen. Ende von der Sandmann gelesen von Hokuspokus Däumelinchen Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Michael Wolf Märchen von Hans Christian Andersen Übersetzt von Julius Reuscher Däumelinchen Es war einmal eine Frau, die sich sehr nach einem kleinen Kinde sehnte, aber sie wusste nicht, woher sie es nehmen sollte. Da ging sie zu einer alten Hexe und sagte zu ihr, ich möchte herzlich gern ein kleines Kind haben. Willst du mir nicht sagen, woher ich das bekommen kann? Ja, damit wollen wir schon fertig werden, sagte die Hexe. Da hast du ein Gerstenkorn. Das ist gar nicht von der Art, wie sie auf dem Felde des Landmanns wachsen oder wie sie die Hühner zu fressen bekommen. Lege das in einen Blumentopf, so wirst du etwas zu sehen bekommen. Ich danke dir, sagte die Frau und gab der Hexe fünf Groschen, ging da eine herrliche große Blume. Sie sah aus wie eine Tulpe, aber die Blätter schlossen sich fest zusammen, gerade als ob sie noch in der Knospe wären. Das ist eine niedliche Blume, sagte die Frau und küsste sie auf die roten und gelben Blätter, aber gerade wie sie darauf küsste, öffnete sich die Blume mit einem Knall. Es war eine wirkliche Tulpe, wie man nun sehen konnte, aber mitten in der Blume saß auf dem grünen Samengriffel ein ganz kleines Mädchen, fein und niedlich, sie war nicht über einen Daumen breit und lang, deswegen wurde sie Däumelinchen genannt. Eine niedliche lackierte Walnussschale bekam sie zur Wiege, blaue Feilchenblätter waren ihrer Matratze und ein Rosenblatt ihr Deckbett. Da schlief sie bei Nacht, aber am Tage spielte sie auf dem Tisch, wo die Frau einen Teller hingestellt, um den sie einen ganzen Kranz von Blumen gelegt hatte, deren Stängel im Wasser standen. Hier schwamm ein großes Tulpenblatt und auf diesem konnte Däumelinchen sitzen und von der einen Seite des Tellers nach der anderen fahren. Sie hatte zwei weiße Pferdehaare zum Rudern, aus. Sie konnte auch singen und so fein und niedlich, wie man es nie gehört hatte. Einmal nachts, als sie in ihrem schönen Bett lag, kam eine Kröte durch das Fenster hereingehüpft, wo eine Scheibe in zwei war. Die Kröte war hässlich, groß und nass. Sie hüpfte gerade auf den Tisch herunter, wo Däumelinchen lag und unter dem roten Rosenblatt schlief. Das wäre eine schöne Frau für meinen Sohn, sagte die Kröte, und da nahm sie die Walnussschale, worin Däumelinchen schlief, und hüpfte mit ihr durch die zerbrochene Scheibe fort in den Garten hinunter. Da floss ein großer, breiter Fluss, aber gerade am Ufer war es sumpfig und morastig. Hier wohnte die Kröte mit ihrem Sohne. Huh, der war hässlich und garstig und glich ganz seiner Mutter. Quacks, quacks, breckeckeckecks, das war alles, was er sagen konnte, als er das niedliche kleine Mädchen in der Walnussschale erblickte. Sprech nicht so laut, denn sonst erwacht sie, sagte die alte Kröte. Sie könnte uns noch entlaufen, denn sie ist so leicht wie ein Schwanenflaum. Wir wollen sie auf eins der breiten Seerosenblätter in den Fluss hinaussetzen, das ist für sie, die so leicht und klein ist, gerade wie eine Insel. Da kann sie nicht davon laufen, während wir die Staatsstube unten unter dem Morast, wo ihr wohnen und hausen sollt, instand setzen. Draußen in dem Flusse wuchsen viele Seerosen mit den breiten grünen Blättern, welche aussahen, als schwämmen sie oben auf dem Wasser. Das Blatt, welches am weitesten hinaus lag, war auch das allergrößte. Da schwamm die alte Kröte hinaus und setzte die Walnussschale mit Däumelinchen darauf. Das kleine Wesen erwachte früh morgens und da sie sah, wo sie war, fing sie recht bitterlich an zu weinen, denn es war Wasser zu allen Seiten des großen grünen Blattes und sie konnte gar nicht saß unten im Orast und putzte ihre Stube mit Schilf und gelben Fischblattblumen aus, es sollte da recht hübsch für die neue Schwiegertochter werden und schwamm dann mit dem hässlichen Sohne zu dem Blatte hinaus, wo Däumelinchen stand. Sie wollten ihr hübsches Bett holen, das sollte in das Brautgemacht gestellt werden, bevor sie es selbst betrat. Die alte Kröte verneigte sich tief im Wasser vor ihr und sagte, hier siehst du meinen Sohn, er wird dein Mann sein und ihr werdet recht prächtig unten im Orast wohnen. Quacks, quacks, preckerekekeks war alles, was der Sohn sagen konnte. Dann nahmen sie das niedliche kleine Bett und schwammen damit fort, aber Däumelinchen saß ganz allein und weinte auf dem grünen Blatte, denn sie mochte nicht bei der garstigen Kröte wohnen oder ihren hässlichen Sohn zum Mann haben. Die kleinen Fische, welche unten im Wasser schwammen, hatten die Kröte wohl gesehen und gehört, was sie gesagt hatte. Deshalb streckten sie die Köpfe hervor. Sie wollten doch das kleine Mädchen sehen. Sobald sie es erblickten, fanden sie dasselbe so niedlich, dass es ihnen leid tat, dass es zur hässlichen durfte nie geschehen. Sie versammelten sich unten im Wasser rings um den grünen Stängel, welcher das Blatt hielt, nagten mit den Zähnen den Stiel ab und da schwamm das Blatt den Fluss hinab mit Däumelinchen davon, weit weg, wo die Kröte sie nicht erreichen konnte. Däumelinchen segelte vor vielen Städten vorbei und die kleinen Vögel saßen in den Büschen, sahen sie und sangen welch liebliches kleines Mädchen. Das Blatt schwamm mit ihr immer weiter und weiter fort, so reiste Däumelinchen außer Landes. Ein niedlicher weißer Schmetterling umflatterte sie stets und ließ sich zuletzt auf das Blatt nieder, denn Däumelinchen gefiel ihm. Dieser war sehr erfreut, denn nun konnte die Kröte sie nicht erreichen und es war so schön, wo sie fuhr. Die Sonne schien auf das Wasser, dieses glänzte wie das herrlichste Gold. Sie nahm ihren Gürtel, band das eine Ende um den Schmetterling, das andere Ende des Bandes befestigte sie am Blatte. Das glitt nun viel schneller davon und sie mit, denn sie stand ja auf dem selben. Da kam ein großer Maikäfer angeflogen, der erblickte schlanken Leib und flog mit ihr auf einen Baum. Das grüne Blatt schwamm den Fluss hinab und das Schmetterling mit, denn er war an das Blatt gebunden und konnte nicht von dem selben loskommen. Wie war das arme Däumelinchen erschrocken, als der Maikäfer mit ihr auf den Baum flog? Aber hauptsächlich war sie des schönen weißen Schmetterlings wegen betrübt, den sie an das Blatt festgebunden hatte. Im Fall er sich nicht befreien konnte, musste er ja verhungern. Aber darum kümmerte sich der Maikäfer gar nicht. Er setzte sich mit ihr auf das größte grüne Blatt des Baumes, gab ihr das Süße der Blumen zu essen und sagte, dass sie niedlich sei, obgleich sie einem Maikäfer durchaus nicht gleiche. Später kamen alle die anderen Maikäfer, die im Baume wohnten und besuchten sie. Sie betrachteten Däumelinchen und die Maikäfer Freilein rümpften die Fühlhörner und sagten, sie hat doch nicht mehr als zwei Beine, das sieht erbärmlich aus. Sie hat keine Fühlhörner, sagte eine andere. Sie ist so schlank in der Mitte, pfui, sie sieht wie ein Mensch aus, wie hässlich sie ist, sagten alle Maikäferinnen und doch war Däumelinchen so niedlich. Das erkannte auch der Maikäfer, der sie geraubt hatte, aber als alle anderen sagten, sie sei hässlich, so glaubte er es zuletzt auch und wollte sie gar nicht haben. Sie konnte gehen, wohin sie wollte. Sie flogen mit ihr den Baum hinab und setzten sie auf ein Gänseblümchen. Da weinte sie, weil sie so hässlich sei, dass die Maikäfer sie nicht haben wollten, und doch war sie das lieblichste, das man sich denken konnte, so fein und klar wie das schönste Rosenblatt. Den ganzen Sommer über lebte das arme Däumelinchen ganz allein in dem großen Walde. Sie flocht sich ein Bett aus Grashalmen und hing es unter einem Klettenblatte auf, so war sie vor dem Regen geschützt. Sie pflückte das Süße der Blumen zur Speise und trank vom Tau, der jeden Morgen auf den Blättern lag. So verging Sommer und Herbst. Aber nun kam der Winter, der kalte, lange Winter. Alle Vögel, die so schön vor ihr gesungen hatten, flogen davon. Bäume und Blumen verdorrten, das große Klettenblatt, unter dem sie gewohnt hatte, schrumpfte zusammen und es blieb nichts als ein gelber verwelkter Stängel zurück. Däumelinchen fror erschrecklich, denn ihre Kleider waren in zwei und sie war selbst so fein und klein, sie musste erfrieren. Es fing an zu schneien und jede Schneeflocke, die auf sie fiel, war, als wenn man auf uns eine nur einen Zoll lang. Da hüllte sie sich in ein verdorchtes Blatt ein, aber das wollte nicht wärmen, sie zitterte vor Kälte. Dicht vor dem Walde, wohin sie nun gekommen war, lag ein großes Kornfeld, aber das Korn war schon lange abgeschnitten, nur die nackten trockenen Stoppeln standen aus der gefrorenen Erde hervor. Sie waren gerade wie ein ganzer Wald für Hüllte. Da gelangte sie vor die Türe der Feldmaus, die ein kleines Loch unter den Kornstoppeln hatte. Da wohnte die Feldmaus warm und gut, hatte die ganze Stube voll Korn, eine herrliche Küche und Speisekammer. Das arme Däumelinchen stellte sich in die Türe gerade wie jedes andere arme Bettelmädchen und bat um ein kleines Stück von einem Gerstenkorn, denn sie hatte in zwei Tagen nicht das Mindeste zu essen gehabt. Du kleines Wesen, sagte die Feldmaus, denn im Grunde war es eine gute alte Feldmaus. Komm mir reine meine warme Stube und iss mit mir. Da ihr nun Däumelinchen gefiel, sagte sie, du kannst den Winter über bei mir bleiben, aber du musst meine Stube sauber und rein halten und mir Geschichten erzählen, denn die liebe ich sehr. Däumelinchen tat, was die gute alte Feldmaus verlangte und hatte es außerordentlich gut. Nun werden wir bald Besuch erhalten, sagte die Feldmaus. Mein Nachbar pflegt mich wöchentlich einmal zu besuchen. Er steht sich noch besser als ich, hat große Seele und trägt einen schönen schwarzen Samtpelz. Wenn du den zum Manne bekommen könntest, so wärst du gut versorgt. Aber er kann nicht sehen. Du musst ihm die niedlichsten Geschichten erzählen, die du weißt. Aber darum kümmerte sich Däumelinchen nicht. Sie mochte den Nachbarn gar nicht haben, denn er war ein Maulwurf. Er kam und stattete den Besuch in seinem schwarzen Samtpelz ab. Er sei reich und gelehrt, sagte die Feldmaus. Seine Wohnung war auch zwanzig Mal größer als die der Feldmaus. Gelehrsamkeit besaß er, aber die Sonne und die schönen Blumen mochte er gar nicht leiden. Von diesen sprach er schlecht, denn er hatte sie noch nie gesehen. Däumelinchen musste singen und sie sang »Mei Käfer fliege« und »Geht der Pfaffer auf das Feld?« Da wurde der Maulwurf in sie der schönen Stimme Wegen verliebt. Aber er sagte nichts. Er war ein besonnener Mann. Er hatte sich vor kurzem einen langen Gang durch die Erde von seinem bis zu ihrem Hause gegraben. In diesem erhielten die Feldmaus und Däumelinchen die Erlaubnis zu spazieren, so viel sie wollten. Aber er bat sie, sich nicht vor dem toten Vogel zu fürchten, der in dem Gange liege. Es war ein ganzer Vogel mit Federn und Schnabel, da sich erst kürzlich gestorben und nun begraben war, gerade da, wo er seinen Gang gemacht hatte. Der Maulwurf nahm nun ein Stück faules Holz ins Maul, denn das schimmert ja wie Feuer im Dunkeln, ging dann voran und leuchtete ihnen in dem langen dunklen Gange. Als sie dahin kamen, wo der tote Vogel lag, stemmte der Maulwurf seine Großes Loch wurde, durch welches das Licht hinunterscheinen konnte. Mitten auf dem Fußboden lag eine tote Schwalbe, die schönen Flügel fest an die Seite gedrückt, die Füße und den Kopf unter die Federn gezogen. Der arme Vogel war sicher vor Kälte gestorben. Das tat Däumelinchen leid. Sie hielt viel von allen kleinen Vögeln. Sie hatten ja den ganzen Sommer so schön vor ihr gesungen und gezwitschert. Aber der Maulwurf stieß ihn mit seinen kurzen Beinen und sagte, nun pfeift er nicht mehr. Es muss doch erbärmlich sein, als kleiner Vogel geboren zu werden. Gott sei Dank ist keins von meinen Kindern das wird. Ein solcher Vogel hat ja außer seinem Kibit nichts und muss im Winter verhungern. Ja, das mögt ihr als vernünftiger kann man wohl sagen, erwiderte die Feldmaus. Was hat der Vogel für all sein Kibit, wenn der Winter kommt? Er muss hungern und frieren, doch das soll wohl vor Nehm sein. Däumelinchen sagte gar nichts, aber als die beiden anderen dem Vogel den Rücken wandten, neigte sie sich herab, schob die Federn beiseite, welche den Kopf bedeckten und küsste ihn auf die geschlossenen Augen. Vielleicht war er es, der so hübsch vor mir im Sommer sang, dachte sie, wie viel Freude hat er mir nicht gemacht, der liebe schöne Vogel. Der Maulwurf stopfte nun das Loch zu, durch welches der Tag hereinschien und begleitete dann die Damen nach Hause. Aber nachts konnte Däumelinchen gar nicht schlafen, da stand sie von ihrem Bette auf und flocht von Heu einen großen schönen Teppich, den trug sie zu dem Vogel, breitete ihn über denselben und legte weiche Baumwolle, welche sie in der Stube der Feldmaus gefunden hatte, an die Seiten des Vogels, damit er in der kalten Erde warm liegen möge. Leb wohl, du schöner kleiner Vogel, sagte sie, leb wohl und habe Dank für deinen herrlichen Gesang im Sommer, als Dann legte sie ihr Haupt an des Vogels Brust, erschreckte aber zugleich, denn es war gerade, als ob drinnen etwas klopfte. Das war des Vogels Herz. Der Vogel war nicht tot, er lag nur betäubt da und war nun erwärmt worden und bekam wieder Leben. Im Herbst fliegen alle Schwalben nach den warmen Ländern fort, aber ist da eine, die sich verspätet, so friert sie so, dass sie wie tot niederfällt, liegen bleibt, wo sie hinfällt und der kalte Schnee sie bedeckt. Däumelinchen zitterte heftig, so war sie erschrocken, denn der Vogel war ja groß, sehr groß gegen sie, die nur einen Zoll lang war, aber sie fasste doch Mut, legte die Baumwolle dichter um die arme Schwalbe und holte ein Krause Münzblatt, welches sie selbst zum Deckblatt gehabt hatte und legte es über den Kopf des Vogels. In der nächsten Nacht schlich sie sich wieder zu ihm und da war er nun lebendig, aber ganz matt, er konnte nur einen Augenblick seine Augen öffnen und Däumelinchen ansehen, die mit einem Stück faulen Holzes in der Hand, denn eine andere Laterne hatte sie nicht, vor ihm stand. Ich danke dir, du niedliches kleines Kind, sagte die kranke Schwalbe zu ihr. Ich bin herrlich erwärmt worden, bald erhalte ich meine Kräfte zurück und kann dann wieder draußen in dem warmen Sonnenschein herumfliegen. Oh, sagte Däumelinchen, es ist kalt draußen, es schneit und friert, bleib in deinem warmen Bette, ich werde dich schon pflegen. Dann brachte sie der Schwalbe Wasser in einem Blumenblatt und diese trank und erzählte ihr, wie sie ihren einen Flügel an einem Dornbusch gerissen und deshalb nicht so schnell habe fliegen können, als die anderen Schwalben, welche fortgeflogen seien, weit fort nach den warmen Ländern. So sei sie zuletzt sie nicht und auch nicht, wie sie hierher gekommen war. Den ganzen Winter blieb sie nun da unten. Däumelinchen pflegte sie und hatte sie lieb. Weder der Maulwurf noch die Feldmaus erfuhr etwas davon, denn sie mochten die arme Schwalbe nicht leiten. Sobald das Frühjahr kam und die Sonne die Erde erwärmte, sagte die Schwalbe Däumelinchen leb wohl, dir niedliches Mädchen, sagte die Schwalbe und flog hinaus in den Sonnenschein. Däumelinchen sah ihr nach und das Wasser trat ihr in die Augen, denn sie war der armen Schwalbe von Herzen gut. Kivit, kivit, sang der Vogel und flog in den grünen Wald. Däumelinchen war recht betrübt. Sie erhielt gar keine Erlaubnis in den warmen Sonnenschein hinaus zu gehen. Das Korn, welches auf dem Felde über dem Hause der Feldmaus gesät war, wuchs auch hoch in die Luft empor. Das war ein ganz dichter Wald für das arme kleine Mädchen, das nur einen Zoll lang war. Nun sollst du im Sommer deine Aussteuer nähen, sagte die Feldmaus zu ihr, denn der Nachbar, der langweilige Maulwurf in dem schwarzen Samtpelze, hatte um sie gefreit. Du musst sowohl wollen dir an nichts fehlen, wenn du des Maulwurfs Frau wärst. Däumelinchen musste auf der Spindel spinnen, und die Feldmaus mietete vier Spinnen, welche Tag und Nacht für sie spannen und webten. Jeden Abend besuchte sie der Maulwurf und sprach dann immer davon, dass wenn der Sommer zu Ende gehe, die Sonne lange nicht so warm scheinen werde. Sie brenne ja jetzt die Erde fest wie einen Stein. Ja, wenn der Sommer vorbei sei, dann wolle er mit Däumelinchen Hochzeit halten. Aber sie war gar nicht erfreut darüber, denn sie mochte den langweiligen Maulwurf nicht leiten. Jeden Morgen, wenn die Sonne aufging und jeden Abend, wenn sie unterging, stahl sie sich zur Tür hinaus und wenn dann der Wind die Kornehren trennte, so dass sie den blauen Himmel erblicken konnte, dachte sie daran, wie hell und schön es hier draußen sei und wünschte sehnlichst die liebe Schwalbe wieder zu sehen. Aber die kam nicht wieder. Sie war gewiss weit weg in den schönen grünen Wald gezogen. Als es nun Herbst wurde, hatte Däumelinchen ihre ganze Aussteuer fertig. In vier Wochen sollst du Hochzeit halten, sagte die Feldmaus. Aber Däumelinchen weinte und sagte, sie wolle den langweiligen Maulwurf nicht haben. Schnickschnack, sagte die Feldmaus, werde nicht widerspenstig, denn sonst werde ich dich mit meinen weißen Zähnen beißen. Es ist ja ein schöner Mann, den du bekommst. Die Königin selbst hat keinen solchen schwarzen Samtpelz. Er hat Küche und Keller voll. Dank du Gott für ihn. Nun sollten sie Hochzeit haben. Der Maulwurf war schon gekommen, Däumelinchen zu holen. Sie sollte bei ihm wohnen, tief unter der Erde, nie an die warme Sonne herauskommen, denn die mochte er nicht leiden. Das arme Kind war sehr betrübt. Sie sollte nun der schönen Sonne lebwohl sagen, die sie doch bei der Feldmaus hatte von der Tür aus sehen dürfen. Lebwohl, du helle Sonne, sagte sie, streckte die Arme hoch empor und ging auch eine kleine Strecke weiter vor dem Haus der Feldmaus, denn nun war das Korn geerntet und hier standen nur die trockenen Stoppeln. Lebwohl, lebwohl, sagte sie und schlang ihre Arme um eine kleine rote Blume, die da stand. Grüß die kleine Schwalbe von mir, wenn du sie zu sehen bekommst. Kivit, Kivit, ertönte es plötzlich über ihrem Kopfe. Sie sah empor, es war die kleine Schwalbe, die gerade vorbeikam. Sobald sie Däumelinchen erblickte, wurde sie sehr erfreut. Giese erzählte ihr, wie ungern sie den hässlichen Maulwurf zum Manne haben wolle und dass sie dann tief unter der Erde wohnen solle, wo nie die Sonne scheine. Sie konnte sich nicht enthalten, dabei zu weinen. Nun kommt der kalte Winter, sagte die kleine Schwalbe. Ich fliege weit fort nach den warmen Ländern. Willst du mit mir kommen? Du kannst auf meinem Rücken sitzen. Binde dich nur mit deinem Gürtel fest, dann fliegen wir von dem hässlichen Maulwurf und seiner dunklen Stube fort, weit über die Berge nach den warmen Ländern, wo die Sonne schöner scheint es hier, wo es immer Sommer ist und herrliche Blumen gibt. Flieg nur mit mir, du liebes kleines Däumelinchen, die mein Leben gerettet hat, als ich wie tot in dem dunklen Erdkeller lag. Ja, ich werde mit dir kommen, sagte Däumelinchen und setzte sich auf des Vogels Rücken mit den Füßen auf seiner entfalteten Schwingen, band ihren Gürtel an einer der stärksten Federn fest und da hinauf, über die großen Berge, wo immer Schnee liegt. Däumelinchen fror in der kalten Luft, aber dann verkroch sie sich unter des Vogels warmen Federn und streckte nur den kleinen Kopf hervor, um all die Schönheiten unter sich zu bewundern. Da kamen sie denn nach den warmen Ländern. Dort schien die Sonne weit klarer als hier, da Himmel war zweimal so hoch und In den Wäldern hingen Zitronen und Apfelsinen. Hier duftete es von Myrten und Krausemünze. Auf den Landstraßen liefen die niedlichsten Kinder und spielten mit großen bunten Schmetterlingen. Aber die Schwalbe flog noch weiter fort und es wurde schöner und schöner. Unter den herrlichsten grünen Bäumen an dem blauen See stand ein blendend weißes Marmorschloss aus noch alten Zeiten. Weinreben ranken sich um die hohen Säulen empor. Ganz oben waren viele Schwalben Nester und in einem derselben wohnte die Schwalbe, welche Däumelinchen trug. Hier ist mein Haus, sagte die Schwalbe. Aber willst du dir nun selbst eine der prächtigsten Blumen, die da unten wachsen, aussuchen? Dann will ich dich hineinsetzen und du sollst es so gut haben, wie Wunderlich, sagte Däumelinchen und klatschte in die kleinen Hände. Da lag eine große weiße Marmorsäule, welche zu Boden gefallen und in drei Stücke gesprungen war. Aber zwischen diesen wuchsen die schönsten großen weißen Blumen. Die Schwalbe flog mit Däumelinchen hinunter und setzte sie auf eins der breiten Blätter. Aber wie erstaunte diese! Da saß ein kleiner Mann mitten in der so weiß und durchsichtig als wäre er von Glas. Die niedlichste Goldkrone trug er auf dem Kopfe und die herrlichsten klaren Flügel an den Schultern. Er selbst war nicht größer als Däumelinchen. Es war der Blume Engel. In jeder Blume wohnte so ein kleiner Mann oder eine Frau. Aber dieser war der König über alle. Gott, wie ist das schön, flüsterte Däumelinchen der Schwalbe zu. Der kleine Prinz erschrak sehr über die Schwalbe, denn sie war gegen ihn, der so klein und fein war, ein Riesenvogel. Aber als er Däumelinchen erblickte, wurde er hoch erfreut. Sie war das schönste Mädchen, das er je gesehen hatte. Deswegen nahm er seine Goldkrone vom Haupte und setzte sie ihr auf, fragte, wie sie heiße und ob sie seine Frau werden wolle. Dann solle sie Königin über alle Blumen werden. Ja, das war wahrlich ein anderer Mann als der Sohn der Kröte und der Maulwurf mit dem schwarzen Samtpelze. Sie sagte deshalb Ja zu dem herrlichen Prinzen, und von jeder Blume kam eine Dame oder ein Herr, so niedlich, dass es eine Lust war. Jeder brachte Däumelinchen ein Geschenk, aber das Beste von allen waren ein paar schöne Flügel von einer großen weißen Fliege. Sie wurden Däumelinchen am Rücken befestigt und nun konnte sie auch von Blume zu Blume fliegen. Da gab es viele Freude und die Schwalbe saß oben in ihrem Neste und sang ihnen vor, so gut sie konnte. Aber im Herzen war sie doch betrübt, denn sie war Däumelinchen gut und hätte sich nie von ihr trennen mögen. Du sollst nicht Däumelinchen heißen, sagte der Blumenengel zu ihr. Das ist ein hässlicher Name und du bist schön. Wir wollen dich Maya nennen. Leb wohl, leb wohl, sagte die kleine Schwalbe und flog wieder fort von den warmen Ländern weit weg nach Deutschland zurück. Dort hatte sie ein kleines Nest über dem Fenster, wo der Mann wohnt, der Märchen erzählen kann. Vor ihm sagen sie Kiewit Kiewit. Daher wissen wir die ganze Geschichte. Ende von Däumelinchen Der kleine Klaus und der große Klaus Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Aufgenommen von Elli Märchen von Hans Christian Andersen Übersetzt von Julius Reuscher Der kleine Klaus und der große Klaus In einem Dorfe wohnten zwei Leute, die beide denselben Namen hatten. Beide hießen Klaus, aber der eine besaß vier Pferde und der andere nur ein einziges. Um sie nun voneinander unterscheiden zu können, nannte man den, der vier Pferde besaß den großen Klaus, den, der nur ein einziges Pferd hatte, den kleinen Klaus. Nun wollen wir hören, wie es den beiden erging, denn es ist eine wahre Geschichte. Die ganze Woche hindurch musste der kleine Klaus für den großen Klaus pflügen und ihm sein einziges Pferd leihen. Dann half der große Klaus ihm wieder mit allen seinen Vieren, aber nur einmal wöchentlich, und es war des Sonntags. Hussa, wie klatschte der kleine Klaus mit seiner Peitsche über alle fünf Pferde. Sie waren ja so gut wie seinen dem einen Tage. Die Sonne schien herrlich, und alle Glocken im Kirchturm läuteten zur Kirche. Die Leute waren alle geputzt, und gingen mit dem Gesang Bucher unter dem Arme, den Prediger zu hören, und sie sahen den kleinen Klaus mit den Pferden pflügen. Und er war so vergnügt, dass er immer wieder mit seiner Peitsche klatschte und rief Hü alle meine Pferde! So mußt du nicht sprechen, sagte der große Klaus, das eine Pferd ist ja nur dein. Aber als wieder jemand vorbeiging, vergaß der kleine Klaus, dass er es nicht sagen sollte, und da rief er Hü alle meine Pferde! Nun ich ersuche dich dies zu unterlassen, sagte aber als da Leute vorbeikamen, um ihm guten Tag zu zu nicken, wurde er sehr erfreut und dachte, es sähe doch recht gut aus, dass er fünf Pferde habe, sein Feld zu pflügen, und da klatschte er mit der Peitsche und rief Hü alle meine Pferde! Ich werde deinen Pferde hühen, sagte der große Klaus, nahm einen Hammer und schlug des kleinen steckte sie dann in einen Sack, den er auf der Schulter trug, und machte sich nach der Stadt auf den Weg, um seine Pferdehaut zu verkaufen. Er hatte einen sehr weiten Weg zu gehen, musste durch einen großen dunklen Wald, und nun wurde es gewaltig schlechtes Wetter, er verirrte sich gänzlich, und ehe er wieder auf den rechten Weg kam, war es Abend und allzu weit um zur Stadt oder wieder nach Hause zu gelangen bevor es Nacht wurde. Dicht am Weg lag ein großer Bauernhof, die Fensterläden waren draußen vor den Fenstern geschlossen, aber das Licht konnte doch darüber hinaus scheinen. Da werde ich wohl Erlaubnis erhalten können, die Nacht über zu bleiben, dachte der kleine Klaus und klopfte an. Die Bauerfrau machte auf, als er Bauerfrau schlug ihm die Tür vor der Nase zu. Dicht daneben stand ein großer Heuschober und zwischen diesem und dem Haus war ein kleiner Schuppen mit einem flachen Strohdache gebaut. Da oben kann ich liegen, sagte der kleine Klaus, als er das Dache blickte. Das ist ja ein herrliches Bett. Der Storch fliegt wohl nicht herunter und beißt mich in die Beine, denn gerade in die Stube hinein blicken. Da war ein großer Tisch gedeckt mit Wein und Braten und einem herrlichen Fisch darauf. Die Bauerfrau und der Küster saßen bei Tische und sonst niemand anders. Sie schenkte ihm ein und er gabelte den Fisch, denn das war sein Leibgericht. Wer doch etwas davon abbekommen könnte, dachte der kleine Klaus und streckte den Kopf gerade gegen das Fenster. Einen herrlichen Kuchen sah er auch im Zimmer stehen. Ja, das war ein Fest. Nun hörte er jemand von der Landstraße her gegen das Haus geritten kommen. Das war der Mann der Bauerfrau, der nach Hause kam. Das war ein ganz guter Mann, aber er hatte die wunderliche Eigenheit, dass er es nie ertragen konnte, einen Küster zu sehen. Kam ihm ein dafür das herrlichste Essen vor, das sie hatte. Als sie nun den Mann kommen hörten, erschrak sie sehr, und die Frau bat den Küster in eine große leere Kiste hinein zu kriechen, denn er wusste ja, dass der arme Mann es nicht ertragen konnte, einen Küster zu sehen. Die Frau versteckte geschwind all das herrliche Essen und den Wein in ihrem Backofen, denn hätte der Mann das zu sehen bekommen, so hätte er sicher gefragt, was es zu bedeuten habe. Ach ja, seufzte der kleine Klaus oben auf seinem Schuppen, als er all das Essen verschwinden sah. Ist jemand dort oben? fragte der Bauer und sah nach dem kleinen Klaus hinauf. Warum liegst du dort? Komm lieber mit in die Stube. Nun erzählte der kleine Klaus den langen Tisch und gab ihm eine große Schüssel voll Grütze. Der Bauer war hungrig und aß mit rechtem Appetit. Aber der kleine Klaus konnte nicht unterlassen, an den herrlichen Braten Fisch und Kuchen, welchen er im Ofen wußte zu denken. Unter den Tisch zu seinen Füßen hatte er den Sack mit der Pferdehaut gelegt, denn wir wissen ja, daß er trat aber zu gleicher Zeit wieder drauf, da knarrte es weit lauter als zuvor. Ei, was hast du in deinem Sack fragte der Bauer darauf. Oh, es ist ein Zauberer, sagte der kleine Klaus, er sagt, wir sollen doch keine Grütze essen, er habe den ganzen Ofen voll Braten Fische und Kuchen gehäxt. Ei, der Tausend, sagte der Bauer und machte schnell den sondern setzte sogleich die Speisen auf den Tisch und so aßen beide vom Fische, vom Braten und von dem Kuchen. Nun trat der kleine Klaus wieder auf seinen Sack, dass die Haut knarrte. Was sagte er jetzt? fragte der Bauer. Er sagt, erwiderte der kleine Klaus, dass er auch drei Flaschen Wein für uns gehäxt hat. Sie stehen dort in der Ecke beim Ofen. Teufel hervorhexen? fragte der Bauer. Ich möchte ihn wohl sehen, denn nun bin ich lustig. Ja, sagte der kleine Klaus, mein Zauberer kann alles, was ich verlange, nicht wahr, du? fragte er und trat den Sack, dass es knarrte. Hörst du? Er sagt ja, aber der Teufel sieht häßlich aus, wir wollen lieber nicht sehen. Oh, mir ist gar nicht bange, wie mag er wohl aussehen. Ja, er wird sich ganz leibhaftig als ein Küster zeigen. Hu, sagte der Bauer, das ist häßlich, ihr müsst wissen, ich kann nicht ertragen, einen Küster zu sehen, aber es macht nichts, ich weiß ja, dass es der Teufel ist, so werde ich mich wohl leichter da rein finden. Nun habe ich Mut, aber er darf mir nicht zu nahe kommen. Nun ich werde meinen Zauberer fragen, sagte der kleine Klaus, traut auf den Sack und hielt sein Ohr hin. Was sagt er? Er sagt, er könnt hingehen und die Kiste aufmachen, die dort in der Ecke steht, so werdet ihr den Teufel sehen, wie er darin kauert, aber ihr müsst den Deckel halten, dass er nicht entwischt. Wollt ihr mir helfen, ihn zu halten, bat der Bauer und ging zur Kiste hin, wo die Frau den Küster verborgen hatte, der darin saß und sich sehr fürchtete. Der Bauer öffnete den Deckel ein wenig und sah unter denselben hinein. Hu! schrie er und sprang zurück. Ja, nun habe ich ihn gesehen, er sah ganz aus wie unser Küster, das war schrecklich. Darauf mußte getrunken werden, und so tranken sie denn noch lange bis in die Nacht hinein. Den Zauberer mußt du mir verkaufen, sagte der Bauer, verlange dafür, was du willst. Ach, ich gebe dir gleich ein ganzer Schäffel Geld. Nein, das kann ich voll haben. Das sollst du bekommen, sagte der Bauer, aber die Kiste dort mußt du mit dir nehmen, ich will sie nicht eine Stunde länger im Hause behalten, man kann nicht wissen, vielleicht sitzt du noch drin. Der kleine Klaus gab dem Bauer seinen Sack mit der trockenen Haut darin, und bekam einen ganzen Schäffel Geld gehäuft gemessen dafür. Der Bauer schenkte ihm sogar noch einen großen Kahn, um das Geld und die Kiste darauf fortzufahren. Lebwohl, sagte der kleine Klaus, dann fuhr er mit seinem Gelde und der großen Kiste, worin noch der Küste saß, davon. Auf der anderen Seite des Waldes war ein großer tiefer Fluss, das Wasser floss so reißend darin, dass man kaum gegen den Strom anschwimmen konnte, man hatte eine große neue Brücke darüber geschlagen. Der kleine Klaus hielt bitten auf derselben an und sagte ganz laut, damit der Küste in der Kiste es hören konnte. Was soll ich doch mit der dummen Kiste machen? Sie ist so schwer, als ob Steine drin wären. Ich werde nur müde davon, sie weiter zu fahren. Ich will sie daher in den Fluss werfen. Schwimm sie zu mir nach Hause, so ist es Lass mich erst heraus. Hu sagte der kleine Klaus und tat als fürchtete er sich. Er sitzt noch drin, da muss ich in den Fluss werfen, damit er trinkt. Oh nein, oh nein, sagte der Küster, ich will dir einen ganzen Schäffel Geld geben, wenn du mich gehen lässt. Ja, das ist etwas anderes, sagte der kleine Klaus und machte die Kiste auf. Der Küster kroch schnell heraus, schließt die leere Kiste in das Wasser hinaus und ging nach seinem Hause, wo der kleine Klaus einen ganzen Schäffel Geld bekam. Einen hatte er von dem Bau erhalten, nun hatte er also einen ganzen Kahn voll Geld. Sieh, das Pferd erhielt ich ganz gut bezahlt, sagte er zu sich selbst, als er zu hause in seiner eigenen Stube wart und alles Geld auf einem Berg mitten in der Stube ausschüttete. Das wird den großen Klaus ärgern, wenn er erfährt, wie reich ich durch mein einziges Pferd geworden bin, aber ich will es ihm doch nicht gerade heraussagen. Nun sandte er einen Knaben zum großen Klaus hin, um sich ein Scheffel Maas zu leihen. Was mag er wohl damit machen wollen, sagte der große Klaus und lief sogleich zu dem Kleinen. Wo hast du all das Geld bekommen? Oh, das ist für meine Pferdehaut, ich verkaufte sie gestern Abend. Das war wirklich gut bezahlt, sagte der große Klaus, rief geschwind nach Hause, nahm eine Axt und schlug alle seine vier Pferde vor den Kopf, zog ihm die Haut ab und fuhr mit diesen Häuten in die Stadt. Heute, heute, wer will heute kaufen, rief er durch die Straßen. Alle Schuhmacher und Gerber kamen gelaufen und fragten, was er dafür haben wolle. Einen Schäffel Geld für jede, sagte der große Klaus. Bist du toll, riefen alle, glaubst du wir haben das Geld schäffelweise? Heute, heute, wer will heute kaufen, rief er wieder, aber all denen, welche ihn fragten, was Gerbe ihrer Schurzfelle und fingen an, auf den großen Klaus loszuprügeln. Heute, heute, riefen sie ihm nach, ja, wir wollen dir die Haut gerben, hinaus aus der Stadt mit ihm, riefen sie, und der große Klaus musste laufen, was er nur konnte, so war er noch nie durchgeprügelt worden. Na, sagte er, als er nach Hause kam, dafür soll der kleine Klaus bestraft Frau anlegte sie ein warmes Bett um zu sehen, ob sie nicht zum Leben zurückkehren werde. Das sollte sie die ganze Nacht liegen, er selbst wollte im Winkel sitzen und auf einem Stuhle schlafen, das hatte er schon früher getan. Als er nun da in der Nacht saß, ging die Türe auf, und der große Klaus kam mit seiner Axt rein, er wusste wohl, wo des kleinen Klaus Bett stand, ging gerade darauf los und schlug nun die alte Großmutter vor den Kopf, indem er glaubte, dass es der kleine Klaus sei. Sie, sagte er, nun sollst du mich nicht mehr zum Besten haben, und dann ging er wieder nach Hause. Das ist doch ein recht böser Mann, sagte der kleine Klaus, da wollte er mich totschlagen, es war doch gut für die alte Mutter, dass sie schon tot war, sonst hätte er das Leben genommen. Nun legte er der alten Großmutter Sonntagskleider an, ließ sich von dem Nachbarn ein Pferd, spannte es vor den Wagen und setzte die alte Großmutter auf den hintersten Sitz, sodass sie nicht hinausfallen konnte, wenn er fuhr, und so rollten sie von dannen durch den Wald. Als die Sonne aufging, waren sie vor einem großen Wirtshause, da hielt der kleine Klaus an und ging hinein, um etwas zu genießen. Der Wirt hatte sehr viel Geld, er war auch ein recht guter, aber hitziger Mann, als wäre ein Pfeffer und Tabak in ihm. Guten Morgen, sagte er zum kleinen Klaus, du bist heute früh ins Zeug gekommen. Ja, sagte der kleine Klaus, ich will mit meiner alten Großmutter zur Stadt, sie sitzt da draußen auf dem Wagen, ich kann sie nicht in die Stube hereinbringen. Wollt ihr dasselbe nicht ein Glas Meth geben? Aber ihr müsst laut sprechen, denn sie hört nicht gut. Ja, das will ich tun, sagte der Wirt, und schenkte ein großes Glas Meth ein, mit dem er zur toten Großmutter hinausging, welche in dem Wagen aufrecht gesetzt war. Hier ist ein Glas Meth von ihrem Sohne, sagte der Wirt, aber die tote Frau erwiderte kein Wort, sondern saß ganz still. Hört ihr nicht? rief der Wirt so laut er konnte. Hier ist ein Glas Meth von ihrem Sohne. Noch einmal rief er dasselbe und dann noch einmal, aber da sie sich durchaus nicht von der Stelle rührte, wurde er ärgerlich und warf er das Glas ins Gesicht, sodass er der Mäd gerade über die Nase lief und sie hinunterfiel, denn sie war ja nur aufgesetzt und nicht festgebunden. »He da«, rief der kleine Klaus, sprang zur Tür heraus und packte den Wirt an der Brust. »Du hast meine Großmutter erschlagen. Sieh du, da ist ein großes Loch in ihrer Stirn.« »Oh, das ist ein Unglück«, rief der Wirt und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. »Das kommt alles zu meiner Heftigkeit. Lieber kleiner Klaus, ich will dir einen Scheffel Geld geben und deine Großmutter begraben lassen, als wäre es meine eigene. Aber schweige nur still, sonst wird mir der Kopf abgeschlagen und das wäre doch zu arg.« So bekam der kleine Klaus einen ganzen Scheffel Geld und der Wirt begrubt die alte Großmutter so, als ob es seine eigene gewesen wäre. Als nun der kleine Klaus wieder mit seinem vielen Gelder nach Hause kam, schickte er gleich seinen Knaben hinüber zum großen Klaus, um ihn bitten zu lassen, um einen Scheffelmaß zu leihen. »Was ist das?«, sagte der große Klaus. »Habe ich ihn nicht totgeschlagen?« »Da muss ich selbst nachsehen«, und so ging er selbst mit dem Scheffelmaß zum kleinen Klaus. »Wo hast du doch altes Geld bekommen?«, fragte er und riß die Augen auf, als er alles das erblickte, was noch hinzugekommen war. »Du hast meine Großmutter, aber nicht mich erschlagen«, sagte der kleine Klaus. »Die habe ich nun verkauft und einen Scheffel Geld dafür bekommen.« »Das ist wahrlich gut bezahlt«, sagte der große Klaus, eilte nach Hause, nahm eine Axt und schlug seine alte Großmutter tot, legte sie auf den Wagen und fuhr mit ihr zur Stadt, wo der Apotheker wohnte und fragte, ob er einen toten Menschen kaufen wollte. »Wer ist es und woher habt ihr ihn?«, fragte der Apotheker. »Es ist meine Großmutter«, sagte der große Klaus, »ich habe sie totgeschlagen, um einen Scheffel Geld dafür zu bekommen.« »Gott bewahre uns«, sagte der Apotheker, »er redet irre. Sag doch nicht dergleichen, sonst könnt ihr den Kopf verlieren.« Und nun sagte er ihm gehörig, was das für eine böse Tat sei, die er begangen habe, und was für ein schlechter Mensch er sei, und dass er bestraft werden müsse. Daher schrak der große Klaus so sehr, dass er von der Apotheke gerade in den Wagen sprang, und auf die Pferde schlug und nach Hause fuhr. Aber der Apotheker und die Leute glaubten, er sei verrückt, und deshalb ließen sie ihn fahren, wohin er wollte. »Das sollst du mir bezahlen«, sagte der große Klaus, als er da draußen auf der Landstraße war. »Ja, ich will dich bestrafen, kleiner Klaus.« Sobald er nach Hause kam, nahm er den größten Sack, den er finden konnte, ging hinüber zum kleinen Klaus und sagte, »Nun hast du mich wieder gefoppt. Erst schlage ich meine Pferde tot, dann meine alte Großmutter. Das ist alles deine Schuld, aber du sollst mich nie mehr foppen.« Da packte er den kleinen Klaus um den Leib und steckte ihn in seinen Sack, nahm ihn so auf seinen Rücken und rief ihm zu. »Nun gehe ich und ertränke dich.« Es war ein weiter Weg, den er zu gehen hatte, bevor er zu dem Flusse kam, und der kleine Klaus war nicht leicht zu tragen. Der Weg ging dicht bei der Kirche vorbei, die Orgel ertönte, und die Leute sangen schön darinnen. Da setzte der große Klaus seinen Sack mit dem kleinen Klaus darin, dicht bei der Kirche um die Tür nieder und dachte, »Es könne wohl ganz gut sein, hineinzugehen in den Psalm zu hören, ehe er weitergehe.« Der kleine Klaus konnte ja nicht herauskommen, und alle Leute waren in der Kirche. So ging er hinein. »Ach Gott, ach Gott!« seufzte der kleine Klaus in dem Sack und drehte und wandte sich. Aber es war ihm nicht möglich, das Band aufzulösen. Da kam ein alter, alter Viehtreiber daher, mit schneeweißem Haare und einem großen Stab in der Hand. Er trieb eine ganze Herde Kühe und Stiere vor sich her, die liefen an den Sack, in dem der kleine Klaus saß, sodass er umgeworfen wurde. »Ach Gott!« seufzte der kleine Klaus, »ich bin noch so jung und soll schon ins Himmelreich.« »Und ich armer,« sagte der Viehtreiber, »ich bin schon so alt und kann noch nicht dahin kommen.« »Mach den Sack auf!« rief der kleine Klaus. »Krieche statt meiner hinein, so kommst du sogleich ins Himmelreich.« »Ja, das will ich herzlich gern,« sagte der Viehtreiber und band den Sack auf, aus dem der kleine Klaus sogleich heraussprang. »Willst du nun auf das Vieh Acht geben?« sagte der alte Mann und kroch dann in den Sack hinein, den der kleine Klaus zuband und dann mit allen Kühn und Stirn seines Weges zog. Bald darauf kam der große Klaus aus der Kirche. Er nahm seinen Sack wieder auf den Rücken, obgleich es ihm schien, als sei derselbe leichter geworden, denn der alte Viehtreiber war nur halb so schwer als der kleine Klaus. »Wie leichter doch zu tragen geworden!« »Ja, das kommt daher, dass ich einen Psalm gehört habe.« So ging er nach dem Flusse, welcher tief und groß war, warf den Sack mit dem alten Viehtreiber ins Wasser und rief hinterdrein, denn er glaubte ja, dass es der kleine Klaus sei. »Sieh, nun sollst du mich nicht mehr foppen.« Darauf ging er nach Hause, aber als er an die Stelle kam, wo sich der Weg kreuzte, begegnete er dem kleinen Klaus, welcher mit all seinem Vieh daher trieb. »Was ist das?« sagte der große Klaus. »Habe ich dich nicht ertränkt?« »Ja«, sagte der kleine Klaus. »Du warfst mich ja vor einer halben Stunde in den Fluss hinunter.« »Aber wo hast du all das herrliche Vieh bekommen?« fragte der große Klaus. »Das ist Seevieh«, sagte der kleine Klaus. »Ich will dir die Geschichte erzählen und dir Dank sagen, dass du mich ertränktest, denn nun bin ich wahrlich reich. Mir war bange, als ich in dem Sack gesteckte und der Wind pfiff mir um die Ohren, als du mich von der Brücke hinunter in das kalte Wasser warfst. Ich sank sogleich zu Boden, aber ich stieß mich nicht, denn da unten wächst das schönste weiche Gras. Darauf fiel ich, und sogleich wurde der Sack geöffnet und das lieblichste Mädchen in schneeweißen Kleidern und mit einem grünen Kranz um das nasse Haar nahm mich bei der Hand und sagte, »Bist du da, kleiner Klaus?« »Da hast du zuerst einiges Vieh. Eine Meile weiter auf dem Wege steht noch eine ganze Herde, die ich dir schenken will.« Nun sah ich, dass der Fluss eine große Landstraße für das Meervolk bildete. Unten auf dem Grunde gingen und fuhren sie gerade von der See her und ganz hinein in das Land, bis wo der Fluss endet. Da waren die schönsten Blumen und das frischeste Gras. Die Fische, welche im Wasser schwammen, schossen mir an den Ohren vorüber, gerade so wie die Vögel in der Luft. Was gab es da für hübsche Leute, und was war da für Vieh, das an den Gräben und Wellen weidete? »Aber warum bist du gleich wieder zu uns heraufgekommen?« fragte der große Klaus. »Das hätte ich nicht getan, wenn es da unten so schön ist.« »Ja«, sagte der kleine Klaus, »das ist gerade klug von mir gehandelt. Du hörst ja wohl, dass ich dir erzähle. Die Meerfrau sagte mir, eine Meile weiter auf dem Wege, und mit dem Wege meinte sie ja den Fluss, denn sie kann nirgends anders hinkommen, stehe noch eine ganze Herde Vieh für mich. Aber ich weiß, dass der Fluss Krümmungen macht, bald hier, bald dort. Das ist ein weiterer Umweg. Nein, so macht man es kürzer ab, wenn man hier auf das Land kommt und treibt höher über wieder zum Flusse. Dabei spare ich eine halbe Meile und komme schneller zu meinem Vieh. »Oh, du bist ein glücklicher Mann«, sagte der große Klaus. »Glaubst du, dass ich auch Seevieh erhielte, wenn ich auf den Grund des Flusses käme?« »Ja, das denke ich wohl«, sagte der kleine Klaus, »aber ich kann dich nicht im Sack bis zum Flusse tragen. Du bist mir zu schwer. Willst du selbst dahingehend an den Sack riechen, so werde ich dich mit dem größten Vergnügen hineinwerfen.« »Ich danke dir«, sagte der große Klaus. »Aber erhalte ich kein Seevieh, wenn ich hinunterkomme, so glaube mir, werde ich dich tüchtig prügeln.« »Oh nein, mach es nicht so schlimm«, und da gingen sie zum Flusse hin. Als das Vieh, welches durstig war, das Wasser erblickte, lief es, so schnell es nur konnte, um hinunter zum Trinken zu gelangen. »Sieh, wie es sich sputet«, sagte der kleine Klaus. »Es verlangt danach, wieder auf den Grund zu kommen.« »Ja, hilf mir nur erst«, sagte der große Klaus, »sonst bekommst du Prügel.« und so kroch er in den großen Sack, der quer über den Rücken eines Stierrechts gelegen hatte. »Lege einen Stein hinein, ich fürchte, dass ich nicht untersinke«, sagte der große Klaus. »Das geht schon«, sagte der kleine Klaus, legte aber noch einen großen Stein in den Sack, knüpfte das Band fest zu, und dann stieß er daran. Plumps! Da lag der große Klaus in dem Flusse und sank sogleich hinunter auf den Grund. »Ich fürchte, er wird das Vieh nicht finden«, sagte der kleine Klaus, und tritt dann heim mit dem, was er hatte. Ende von der kleine Klaus und der große Klaus, gelesen von Elli, Oktober 2009 Der standhafte Zinnsoldat Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Michael Wolf Märchen von Hans Christian Andersen Übersetzt von Julius Reuscher Der standhafte Zinnsoldat Es waren einmal 25 Zinnsoldaten, die waren alle Brüder, denn sie waren aus einem alten zinnernden Lüffel gemacht worden. Das Gewehr hielten sie im Arm und das Gesicht gerade aus. Rot und Blau, Überaus herrlich war die Uniform. Das allererste, was sie in dieser Welt hörten, als der Deckel von der Schachtel genommen wurde, in der sie lagen, war das Wort Zinnsoldaten. Das rief ein kleiner Knabe und klatschte in die Hände. Er hatte sie erhalten, denn es war sein Geburtstag und er stellte sie nun auf dem Tische auf. Der eine Soldat klich dem anderen leibhaft, nur ein einziger war etwas verschieden. Er hatte nur ein Bein, denn er war zuletzt gegossen worden und er war nicht mehr Zinn genug da. Doch stand er ebenso fest auf seinem einen Bein, als die anderen auf ihren Zweien und gerade er ist es, der sich bemerkbar machte. Auf dem Tisch, auf welchem sie aufgestellt wurden, stand vieles andere Spielzeug, aber das, was am meisten in die Augen fiel, war ein niedliches Schloss von Papier. Durch die kleinen Fenster konnte man gerade in die Säle hineinsehen. Draußen vor demselben standen kleine Bäume rings um einen kleinen Spiegel, der wie ein kleiner See aussehen sollte. Schwäne von Wachs schwammen darauf und spiegelten sich. Das war alles niedlich, aber das niedlichste war doch ein kleines Mädchen, das mitten in der offenen Schlosstür stand. Sie war auch aus Papier ausgeschnitten, aber sie hatte ein schönes Kleid und ein kleines, schmales, blaues Band über den Schultern, gerade wie eine Scherpe. Mitten in dieser saß ein glänzender Stern, gerade so groß wie ihr ganzes Gesicht. Das kleine Mädchen streckte ihre beiden Arme aus, denn sie war eine Tänzerin, und dann hob sie das eine Bein so hoch empor, dass der Zinnsoldat es durchaus nicht finden konnte und glaubte, dass sie gerade wie er nur ein Bein habe. Das wäre eine Frau für mich, dachte er, aber sie ist etwas vornehmen, sie wohnt in einem Schlosser, ich habe nur eine Schachtel, und da sind mir 25 drin, das ist kein Ort für sie, doch ich muss suchen, Bekanntschaft mit ihr anzuknüpfen. Und dann legte er sich, solange er war, hinter einer Schnupftabaksdose, welche auf dem Tische stand, da konnte er recht die kleine, feine Dame betrachten, die fortfuhr, auf einem Bein zu stehen, ohne umzufallen. Als es Abend wurde, kamen alle die anderen Zinnsoldaten in ihre Schachtel, und die Leute im Hause gingen zu Bette. Nun fing das Spielzeug an zu spielen, sowohl, es kommen Fremde, als auch Krieg führen und Ball geben. Die Zinnsoldaten rasselten in der Schachtel, denn sie wollten mit dabei sein, aber sie konnten den Deckel nicht aufheben. Der Nussknacker schoss Purzelbäume, und der Griffel belustigte sich aus der Tafel, es war ein Lärm, das der Kanarienvogel davon erwachte und anfing mitzusprechen, und zwar in Versen. Die beiden Einzigen, die sich nicht von der Stelle bewegten, waren der Zinnsoldat, und die Tänzerin. Sie hielt sich gerade auf der Zehenspitze und beide Arme ausgestreckt, er war ebenso standhaft auf seinem einen Beine, seine Augen wandte er keinen Augenblick von ihr weg. Nun schlug die Uhr zwölf und klatsch, da sprang der Deckel von der Schnupftabaksdose, aber da war kein Tabak darin, nein, sondern ein kleiner, schwarzer Kobold. Das war ein Kunststück. Zinnsoldat, sagte der Kobold, halte deine Augen im Zaum. Aber der Zinnsoldat tat, als ob er es nicht hörte. Ja, warte nur bis morgen, sagte der Kobold. Als es nun morgen wurde und die Kinder aufstanden, wurde der Zinnsoldat in das Fenster gestellt und war es nun der Kobold oder der Zugwind. Auf einmal flog das Fenster zu und der Soldat stürzte drei Stockwerke hoch hinunter. Das war eine erschreckliche Fahrt. Er streckte das Bein gerade in die Höhe und blieb auf der Helmspitze mit dem Bayonett abwärts zwischen den Pflastersteinen stecken. Das Dienstmädchen und der kleine Knabe kamen sogleich hinunter, um zu suchen, aber obgleich sie nah daran waren, auf ihn zu treten, so konnten sie ihn doch nicht erblicken. Hätte der Zinnsoldat gerufen, hier bin ich, so hätten sie ihn wohl gefunden. Aber er fand es nicht passend, laut zu schreien, weil er in Uniform war. Nun fing es an zu regnen. Die Tropfen fielen immer dichter, es ward ein ordentlicher Platzregen. Als dasselbe zu Ende war, kamen zwei Straßenjungen vorbei. »Sieh du,« sagte der eine, »da liegt ein Zinnsoldat. Der soll hinaus und segeln. Sie machten ein Boot von einer Zeitung, setzten den Soldat mitten in dasselbe und nun segelte er den Rindstein hinunter. Beide Knaben liefen nebenher und klatschten in die Hände. Was schlugen da für Wellen in dem Rindstein und welcher Strom war da? Ja, der Regen hatte aber auch geströmt. Das Papierboot schaukelte auf und nieder. Mitunter drehte sich so geschwind, dass der Zinnsoldat bebte, aber er blieb standhaft, verzog keine Miene, sah gerade aus und hielt das Gewehr im Arm. Mit einem Male trieb das Boot unter einer langen Rindsteinbrücke. Da wurde es gerade so dunkel, als wäre er in seiner Schachtel. »Wohin mag ich nun kommen?«, dachte er. »Ja, ja, das ist des Kobels Schuld.« »Ach, säße doch das kleine Mädchen hier im Boote. Da möchte es meinetwegen noch einmal so dunkel sein.« Da kam plötzlich eine große Wasserratte, welche unter der Rindsteinbrücke wohnte. »Hast du einen Pass?«, fragte die Ratte. »Hier mit dem Passe.« Aber der Zinnsoldat schwieg still und hielt das Gewehr noch fester. Das Boot fuhr davon und die Ratte hinterher. »Hu!«, wie fletschte sie die Zähne und rief den Holzspänen und dem Stroh zu. »Halt auf, halt auf! Er hat keinen Zoll bezahlt. Er hat den Pass nicht gezeigt.« Aber die Strömung wurde stärker und stärker. Der Zinnsoldat konnte schon da, wo das Brett aufhörte, den hellen Tag erblicken. Aber er hörte auch einen brausenden Ton, der wohl einen tapfern Mann erschrecken konnte. »Denkt nur, da Rindstein stürzte, wo die Brücke endete, gerade hinaus in einen großen Kanal. Das würde für ihn ebenso gefährlich gewesen sein, als für uns, einen großen Wasserfall hinunterzufahren.« Nun war er schon so nah dabei, dass er nicht mehr anhalten konnte. Das Boot fuhr hinaus. Der arme Zinnsoldat hielt sich so steif er konnte. Niemand sollte ihm nachsagen, dass er mit den Augen blinkte. Das Boot schnurrte drei, viermal herum und war bis zum Rande mit Wasser gefüllt. Es musste sinken. Der Zinnsoldat stand bis zum Halse im Wasser und tiefer und tiefer sank das Boot. Mehr und mehr löste das Papier sich auf. Nun ging das Wasser über das Soldatenkopf. Da dachte er an die kleine, niedliche Tänzerin, die er nie mehr zu Gesicht bekommen sollte und es klang vor des Zinnsoldatenohren. »Fahre, fahre, Kriegsmann, den Tod musst du erleiden!« Nun ging das Papier in zwei und der Zinnsoldat stürzte hindurch, wurde aber augenblicklich von einem großen Fisch verschlungen. Wie war es dunkel da drinnen! Da war es noch schlimmer als unter der Rindsteinbrücke und dann war es so sehr eng, aber der Zinnsoldat war standhaft und lag, solange er war, mit dem Gewehre im Arm. Der Fisch fuhr umher. Er machte die allerschrecklichsten Bewegungen. Endlich wurde er ganz still. Es fuhr wie ein Blitzstrahl durch ihn hin. Das Licht schien ganz klar und jemand rief laut »Der Zinnsoldat!« Der Fisch war gefangen worden, auf den Markt gebracht, verkauft und war in die Küche hinaufgekommen, wo die Küchin ihn mit einem großen Messer aufschnitt. Sie nahmen mit zwei Fingern den Soldat mitten um den Leib und trug ihn in die Stube hinein, wo alle den merkwürdigen Mann sehen wollten, der im Magen eines Fisches herumgereist war. Aber der Zinnsoldat war gar nicht stolz. Sie stellten ihn auf den Tisch und da, wie sonderbar kann es doch in der Welt zugehen, der Zinnsoldat war in derselben Stube, in der er früher gewesen war. Er sah dieselben Kinder und dasselbe Spielzeug stand auf dem Tische, das herrliche schloss mit der niedlichen kleinen Tänzerin. Sie hielt sich noch auf dem einen Bein und hatte das andere hoch in der Luft. Sie war auch standhaft. Das rührte den Zinnsoldat. Er war nah daran, Zinn zu weiden, aber es schickte sich nicht. Er sah sie an, aber sie sagten gar nichts. Da nahm der eine der kleinen Knaben den Soldaten und warf ihn gerade in den Ofen, obwohl er gar keinen Grund dafür hatte. Es war sicher, der Kobold in der Dose, der Schuld daran war. Der Zinnsoldat stand ganz beleuchtet da und fühlte eine Hitze, die erschrecklich war. Aber ob sie von dem wirklichen Feuer oder von der Liebe her rührte, das wusste er nicht. Die Farben waren ganz von ihm abgegangen. Ob das auf der Reise geschehen oder ob der Kummer daran schuld war, konnte niemand sagen. Er sah das kleine Mädchen an, sie blickte ihn an und er fühlte, dass er schmelze, aber noch stand er standhaft mit dem Gewehre im Arm. Da ging eine Tür auf, der Wind ergriff die Tänzerin und sie flog, einer Sylphide gleich, gerade in den Ofen zum Zinnsoldaten, loderte in Flammen auf und war verschwunden. Da schmolz der Zinnsoldat zu einem Klumpen und als das Mädchen am folgenden Tag die Asche herausnahm, fand sie ihn als ein kleines Zinnherz. Von der Tänzerin entgegen war nur der Stern noch da und der war kohlschwarz gebrannt. Ende von Der Standhafte Zinnsoldat Der Buchweizen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Kate McKenzie Märschen von Hans Christian Andersen Übersetzt von Julius Reusche Der Buchweizen Häufig, wenn man nach einem Gewitter an einem Acker vorübergeht, auf dem Buchweizen wächst, sieht man, dass er ganz schwarz geworden und abgesenkt ist. Es ist gerade, als ob ein Feuerflamme über denselben hingefahren wäre und der Landmann sagt dann, das hat er vom Blitze bekommen. Aber warum bekam er das? Ich will erzählen, was der Sperling mir gesagt hat. Und der Sperling hat es von einem alten Weidenbaumer gehört, welcher bei einem Buchweizenfelder steht. Es ist ein ehrwürdiger, großer Weidenbaum, aber verkrüppelt und alt. Er ist in der Mitte geborsten und es wachsen Gras- und Brombeerrankern aus der Spalte hervor. Der Baum neigt sich vonüber und die Zweige hängen ganz auf die Erde herunter, gerade, als ob sie ein langes grünes Haar bildeten. Auf allen Feldern ringsumher Buchs Korn sowohl Roggen und Gerste wie Hefe und der herrliche Harfe, der da, wenn er reif ist, gerade wie eine Menge kleiner, gelber Kanarienvögel auf einem Zweige aussieht. Das Korn stand gesegnet und je schwerer es war, desto tiefer neigte er sich in fromme Demut. Aber da war auch ein Feld mit Buchweizen und dieses Feld war dem alten Weidenbaume gerade gegenüber. Der Buchweizen neigte sich durchaus nicht wie das übrige Korn, sondern prangte stolz und steif. Ich bin wohl so reich wie die Ära, sagte er. Überdies bin ich weit hübscher. Meine Blumen sind schön wie die Blüten des Apfelbaumes. Es ist eine Freude auf mich und die Meinigen zu blicken. Kennst du etwas prächtigeres als uns, du alter Weidenbaum? Der Weidenbaum nickte mit dem Kopfe, gerade als ob er damit sagen wollte, ja freilich. Aber der Buchweizen spreizte sich auch lauter Hochmut und sagte, der dumme Baum, er ist so alt, daß ihm Gras in Leibe wächst. Nun zog ein schrecklich böses Gewitter auf. Alle Feldblumen falteten ihren Blätter zusammen oder neigten ihre kleinen Köpfe herben. Während der Sturm über sie dahin fuhr. Aber der Buchweizen prangte in seinem Stolze. Neige den Haupt wie wir, sagten die Blumen. Das ist durchaus nicht nötig, erwiderte der Buchweizen. Senke dein Haupt wie wir, rief das Korn. Nun kommt der Engel des Sturmes geflogen. Er hat Schwingen, die oben von den Wolken bis gerade herunter zur Erde reichen. Und er schlägt dich mitten durch, bevor du bitten kannst, er möge dir gnädig sein. Aber ich will mich nicht beugen, sagte der Buchweizen. Schließe deine Blumen und neige deine Blätter, sagte der Alte Weidenbahn. Sieh nicht zum Blitz empor, wenn die Wolke berstet. Selbst die Menschen dürfen das nicht, denn im Blitze kann man in Gottes Himmel hineinsehen, aber dieser Anblick kann selbst die Menschen blenden. Was würde erst uns, den Gewächsen der Erde geschehen, wenn wir es wagten, wir, welche doch weit geringer sind. Weit geringer, sagte der Buchweizen. Nun will ich gerade im Gottes Himmel hineinsehen, und er tat es in seinem Übermut und Stolz. Es war, als ob die ganze Welt in Flammen stände, so blitz es. Als das böse Wetter vorbei war, standen die Blumen und das Kron in der stillen, reinen Luft, erfrischt vom Regen, aber der Buchweizen war vom Blitz kohl schwarz gebrannt, er war nun ein totes unkraut auf den Feldern. Der alte Weidenbaum bewegte seine Zweige im Winde, und es fielen große Wassertropfen von den grünen Blätten, gerade als ob der Baum weine, und die Sperlinge fragten, weshalb weinst du? Hier ist ja so gesegnet, sieh, wie die Sonne scheint, sieh, wie die Wolken ziehen. Kannst du den Duft von Blumen und Büchen bemerken? Warum weinst du, älter Weidenbaum? Und der Weidenbaum erzählte vom Stolze des Buchweizens, vor seinem Übermüte und der Strafe, die immer darauf folgt. Ich, der die Geschichte erzählte, habe sie von der Spärlinge gehört. Sie erzählten sie mir eines Abends, als ich sie um ein Märchen bat. Ende von der Buchweizen Gelesen von Kate McKenzie Der Garten des Paradieses Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Märchen von Hans Christian Andersen Übersetzt von Julius Reuscher Der Garten des Paradieses Da war einmal ein Königssohn. Niemand hatte so viele und so schöne Bücher als er. Alles, was in dieser Welt geschehen, konnte er darin lesen und die Abbildungen in prächtigen Bildern bewundern. Von jedem Volke und jedem Lande konnte er Auskunft erhalten, aber wo der Garten des Paradieses zu finden sei, davon stand kein Wort darin, und der gerade war es, an den er am meisten dachte. Seine Großmutter hatte ihm erzählt, als er noch ganz klein war, aber anfangen sollte, zur Schule zu gehen, daß jede Blume im Garten des Paradieses der süßeste Kuchen, die Staubfäden, der beste Wein sei. Auf einem stehe Geschichte, auf einem anderen Geografie. Man brauche nur Kuchen zu essen, so kenne man seine Aufgabe. Je mehr man speiste, umso mehr Geschichte und Geografie habe man inne. Das glaubte er damals, aber als er ein größerer Knabe wurde, mehr lernte und klüger war, begriff er wohl, daß eine ganz andere Herrlichkeit im Garten des Paradieses sein müsse. Oh, weshalb pflückte doch Eva vom Baume der Erkenntnis? Warum aß Adam von der verbotenen Frucht? Das sollte ich gewesen sein, so wäre es nicht geschehen. Nie wäre die Sünde in die Welt gekommen. Das sagte er damals und das sagte er noch, als er siebzehn Jahre alt war. Der Garten des Paradieses erfüllte alle seine Sinne. Eines Tages ging er im Wald allein, denn das war sein größtes Vergnügen. Der Abend brach an, die Wolken zogen sich zusammen, es wurde ein Regenwetter, als ob der ganze Himmel eine einzige Schleuse wäre, aus der das Wasser stürzte. Es war so dunkel wie im tiefsten Brunnen. Bald glitt er in dem nassen Grase aus, bald fiel er über die nackten Steine, welche aus dem Felsengrunde hervorragten. Alles triefte vom Wasser, es war nicht ein trockener Faden an dem armen Prinzen. Er mußte über große Steinblöcke klettern, wo das Wasser aus dem hohen Mose quoll. Er war nahe daran, kraftlos umzusinken. Da hörte er ein sonderbares Sausen, und vor sich sah er eine große, erleuchtete Höhle. Mitten in derselben brannte ein Feuer, so daß man einen Hirsch daran braten konnte. Und das geschah auch, der prächtigste Hirsch mit seinem stolzen Geweihe war auf einen Spieß angesteckt und wurde langsam zwischen zwei abgehauenen Tannenbäumen herumgedreht. Eine ältliche Frau, groß und stark, als wäre sie eine verkleidete Mannsperson, saß am Feuer und warf ein Stück Holz nach dem anderen dazu. Komm nur näher, sagte sie, setze dich an das Feuer, damit deine Kleider trocknen. Hier zieht es arg, sagte der Prinz und setzte sich auf den Fußboden nieder. Ja, das wird noch ärger werden, wenn meine Söhne nach Hause kommen, erwiderte die Frau. Du bist hier in der Höhle der Winde, meine Söhne sind die vier Winde der Welt, kannst du das verstehen? Wo sind deine Söhne? fragte der Prinz. Ja, es ist schwer zu antworten, wenn man dumm fragt, sagte die Frau. Meine Söhne treiben es auf eigene Hand, sie spielen Federball mit den Wolken dort oben im Königssaal. und dabei zeigte sie in die Höhe hinauf. Ach so, sagte der Prinz, ihr sprecht übrigens ziemlich barsch und seid nicht so sanft wie die Frauenzimmer, die ich sonst um mich habe. Ja, die haben wohl nichts anderes zu tun. Ich muss hart sein, wenn ich meine Knaben in Gehorsam erhalten will, aber das kann ich, ob sie steife Nacken haben. Siehst du die vier Säcke, die an der Wand hängen? Die fürchten sie ebenso wie du früher die Rute hinter dem Spiegel. Ich kann die Knaben zusammen biegen, sage ich dir, und dann müssen sie in den Sack, da machen wir keine Umstände. Da sitzen sie und dürfen nicht eher wieder heraus und herum streifen, als bis ich es für gut erachte. Da haben wir einen. Das war der Nordwind, der mit einer eisigen Kälte hereintrat. Große Hagelkörner hüpften auf dem Fußboden hin und Schneeflocken stöberten umher. Er war in Bärenbeinkleidern und Jacke. Eine Mütze von Seehunds Fell ging über die Ohren hinab. Lange Eiszapfen hingen ihm am Barte und ein Hagelkorn nach dem anderen glitt ihm vom Jackenrock hinunter. Gehen sie nicht sogleich an das Feuer, sagte der Prinz. Sie können sonst leicht Frost in das Gesicht und die Hände bekommen. Frost sagte der Nordwind und lachte laut auf. Frost das ist ja gerade mein größtes Vergnügen. Was bist du übrigens für ein Klapperbein? Wie kommst du in die Höhle der Winde? Wer ist mein Gast? sagte die Alte. Und bist du mit dieser Erklärung nicht zufrieden? So kannst du in den Sack kommen. Verstehst du mich nun? Sie das half und der Nordwind erzählte von wo er kam und wo er fast einen ganzen Monat gewesen. Vom Polarmeer komme ich, sagte er. Ich bin auf dem Bäreneilande mit den russischen Walroßfängern gewesen. Ich saß und schlief auf dem Steuer, als sie vom Nordkap wegsegelten. Wenn ich mitunter ein wenig erwachte, flog mir Das ist ein lustiger Vogel. Er macht einen raschen Schlag mit den Flügeln und dann hält er sie unbeweglich ausgestreckt und fliegt doch fort. Mach es nur nicht so weitläufig, sagte die Mutter der Winde. Dann kamst du nach dem Bäreneilande. Dort ist es schön, da ist ein Fußboden zum Tanzen, flach wie ein Teller, halbgetauter Schnee mit wenig Moos, scharfe Steine und Knochengerippe von Walrossen und Eisbären lagen da, wie Riesenarme und Beine mit verschimmeltem Grün. Man möchte glauben, daß die Sonne nie darauf geschienen hätte. Ich blies ein wenig in den Nebel, damit man den Schuppen sehen konnte. Das war ein Haus von Wrackholz erbaut und mit Walrosshäuten überzogen. Die Fleischseite war nach außen gekehrt, sie war rot und grün. Auf dem Dache saß ein Eisbär und brummte. Ich ging nach dem Strande, sah nach den Vogelnestern, erblickte die nackten Jungen, die schrien und den Schnabel aufsperrten. Da blies ich in ihre Kehlen hinab und sie lernten den Schnabel schließen. Weiterhin wälzten sich Walrosse wie lebende Eingeweide oder Riesenmaden mit Schweinsköpfen und ellenlangen Zähnen. Du erzählst gut, mein Sohn, sagte die Mutter. Das Wasser läuft mir im Munde zusammen, wenn ich dir zuhöre. Dann ging es auf den Fang. Die Harpune wurde in die Brust des Walrosses geworfen, so daß der dampfende Blutstrahl einem Springbrunnen gleich über das Eis spritzte. Da gedachte ich auch meines Spieles. Ich blies auf und ließ meine Segler, die klippenhohen Eisberge, die Boote einklemmen. »Huie«, wie man pfiff und wie man schrie, aber ich pfiff lauter. Die toten Walrosskörper, Kisten und Tauwerk mußten sie auf das Eis auspacken. Ich schüttelte die Schneeflocken über sie und ließ sie in den eingeklemmten Fahrzeugen mit ihrem Fang nach Süden treiben, um dort Salzwasser zu kosten. Sie kommen nie mehr nach dem Bäreneilande. »So hast du ja Böses getan«, sagte die Mutter der Winde. »Was ich Gutes getan habe, mögen die anderen erzählen«, sagte er. »Aber da haben wir meinen Bruder vom Westen. Ihn mag ich von allen am liebsten leiden. Er schmeckt nach See und führt eine herrliche Kälte mit sich.« »Ist das der kleine Zephir?«, fragte der Prinz. »Jawohl ist das Zephir«, sagte die Alte. »Aber er ist doch nicht so klein. Früher war es ein hübscher Knabe, aber das ist nun vorbei.« Er sah aus wie ein wilder Mann. Aber er hatte einen Fallhut auf, um nicht zu Schaden zu kommen. In der Hand hielt er eine Mahagonikeule, in den amerikanischen Mahagoniwäldern gehauen. Das war nichts Geringes. »Woher kommst du?«, fragte die Mutter. »Von den Urwäldern«, sagte er, »wo die dornigen Lianen eine Hecke zwischen jedem Baume bilden, wo die Wasserschlange in dem nassen Grase liegt und die Menschen unnötig zu sein scheinen.« »Was triebst du dort?« Ich sah in den tiefen Fluß, sah, wie er von den Klippen stürzte, Staub wurde und gegen die Wolken flog, um den Regenbogen zu tragen. Ich sah den wilden Büffel im Flusse schwimmen, aber der Strom riß ihn mit sich fort. Er trieb mit dem Schwarm der wilden Enten, welche in die Höhe flogen, wo das Wasser stürzte. Der Büffel mußte hinunter. Das gefiel mir. Und ich blies einen Sturm, daß uralte Bäume zersplitterten und zu Spänen wurden. »Weiter hast du nichts getan?«, fragte die Alte. »Ich habe in den Savannen Purzelbäume geschossen. Ich habe die wilden Pferde gestreichelt und Kokosnüsse geschüttelt. Ja, ja, ich habe Geschichten zu erzählen. Aber man muß nicht alles sagen, was man weiß. Das weißt du wohl, Alte.« Und dann küßte er seine Mutter, so daß sie fast hintenüber gefallen wäre. Er war wahrlich ein wilder Mann. Nun kam der Südwind mit einem Turban und fliegendem Beduinenmantel. »Hier ist es recht kalt hier draußen«, sagte er und warf Holz zum Feuer. »Man kann merken, daß der Nordwind zuerst gekommen ist.« »Es ist hier so heiß, daß man einen Eisbären braten kann«, sagte der Nordwind. »Du selbst bist ein Eisbär«, antwortete der Südwind. »Wollt ihr in den Sack gesteckt sein?«, fragte die Alte. »Setze dich auf den Stein dort und erzähle, wo du gewesen bist.« »In Afrika, meine Mutter«, erwiderte er, »ich war mit den hoten Toten auf der Löwenjagd im Lande der Kaffern. Welches Gras wächst dort in den Ebenen, grün wie eine Olive.« Da lief der Strauß mit mir um die Wette, aber ich bin doch rascher zu Fuss. Ich kam nach der Wüste zu dem gelben Sande, da sieht es aus wie auf dem Grunde des Meeres. Ich traf eine Karawane, sie schlachteten ihr letztes Kamel, um Trinkwasser zu erhalten, aber es war nur wenig, was sie bekamen. Die Sonne brannte von oben und der Sand von unten. Keine Grenze hatte die ausgedehnte Wüste. Da wälzte ich mich in dem feinen, losen Sande und wirbelte ihnen große Säulen auf. Das war ein Tanz. Du hättest sehen sollen, wie verlegen das Dromedar stand und der Kaufmann den Kaftan über den Kopf zog. Er warf sich vor mir nieder, wie vor Allah, seinem Gott. Nun sind sie begraben. Es steht eine Pyramide von Sand über ihnen allen. Wenn ich den einmal fortblase, dann wird die Sonne ihre Knochen bleichen. Da können die Reisenden sehen, dass hier früher Menschen gewesen sind. Sonst kann man das in der Wüste nicht glauben. Du hast also nur Böses getan, sagte die Mutter. Marsch in den Sack! Und ehe er es wußte, hatte sie den Südwind um den Leib gefaßt und in den Sack gesteckt. Er wälzte sich ringsherum auf dem Fußboden, aber sie setzte sich darauf, und da mußte er liegen. Das sind muntere Knaben, die du hast, sagte der Prinz. Ja, wahrlich, sagte sie. Und züchtigen kann ich sie. Da haben wir den vierten. Das war der Ostwind. Er war wie ein Chinese gekleidet. Nun, kommst du von der Seite, sagte die Mutter. Ich glaubte, du seiest im Garten des Paradieses gewesen. Dahin fliege ich erst morgen, sagte der Ostwind. Morgen sind es hundert Jahre, seitdem ich dort war. Ich komme jetzt von China, wo ich um den Porzellanturm tanzte, daß alle Glocken klingelten. Unten auf der Straße bekamen die Beamten Prügel. Das Bambusrohr wurde auf ihren Schultern verbraucht. Und das waren Leute vom ersten bis zum neunten Grade. Sie schrien. Vielen Dank, mein väterlicher Wohltäter. Aber sie meinten nichts damit. Und ich klingelte mit den Glocken und sang Zing-Zang zu. Du bist mutwillig, sagte die Alte. Es ist gut, daß du morgen nach dem Garten des Paradieses kommst. Das trägt immer zu deiner Bildung bei. Trinke dann tüchtig aus der Weisheitsquelle und nimm eine kleine Flasche voll für mich mit nach Hause. Das werde ich tun, sagte der Ostwind. Aber warum hast du meinen Bruder vom Süden in den Sack gesteckt? Hervor mit ihm. Er soll mir vom Vogelfönix erzählen. Davon will die Prinzessin im Garten des Paradieses immer hören, wenn ich jedes hundertste Jahr meinen Besuch abstatte. Mache den Sack auf, dann bist du meine süßeste Mutter und ich schenke dir zwei Taschen voll Tee, so grün und frisch, wie ich ihn an Ort und Stelle gepflückt habe. Nun, des Tees wegen und weil du mein Herzensjunge bist, will ich den Sack öffnen. Das tat sie, und der Südwind kroch heraus, aber er sah ganz niedergeschlagen aus, weil der fremde Prinz es gesehen hatte. Da hast du ein Palmenblatt für die Prinzessin, sagte der Südwind. Dieses Blatt hat der alte Vogelfönix, der einzige, der in der Welt war, mir gegeben. Er hat mit seinem Schnabel seine ganze Lebensbeschreibung, die hundert Jahre, die er lebte, hineingeritzt. Und nun kann sie es selbst lesen, wie der Vogelfönix sein Nest in Brand steckte und darin saß und verbrannte, wie die Frau eines Hindu. Wie knisterten doch die trockenen Zweige. Es war ein Rauch und ein Duft. Zuletzt schlug alles in Flammen auf. Der alte Vogelfönix wurde zu Asche, aber sein Ei lag glühend rot im Feuer. Es barst mit einem großen Knall, und das Junge flog heraus. Nun ist dieses Herrscher über alle Vögel und der einzige Vogelfönix in der Welt. Er hat ein Loch in das Palmenblatt, welches ich dir gab, gebissen. Das ist sein Gruß an die Prinzessin. Laßt uns nun etwas zu uns nehmen, sagte die Mutter der Winde, und so setzten sie sich alle heran, um von dem gebratenen Hirsch zu speisen. Der Prinz saß zur Seite des Ostwindes, und deshalb wurden sie bald gute Freunde. Höre, sage mir einmal, fing der Prinz an, was ist das für eine Prinzessin, von der hier so viel die Rede ist, und wo liegt der Garten des Paradieses? Hoho, sagte der Ostwind, willst du dahin, ja, dann fliege morgen mit mir. Aber das muss ich dir sagen, da ist kein Mensch seit Adams und Evas Zeiten gewesen. Die kennst du ja wohl aus der biblischen Geschichte? Ja, sagte der Prinz. Damals, als sie verjagt wurden, versank der Garten des Paradieses in die Erde, aber er behielt seinen warmen Sonnenschein, seine milde Luft und alle seine Herrlichkeit. Die Feenkönigin wohnt darin. Da liegt die Insel der Glückseligkeit, wohin der Tod nie kommt, wo es herrlich ist. Setze dich morgen auf meinen Rücken, dann werde ich dich mitnehmen. Ich denke, es wird sich wohl tun lassen. Aber nun musst du nicht mehr sprechen, denn ich will schlafen. Und dann schliefen sie allesamt. In der frühen Morgenstunde erwachte der Prinz und war nicht wenig erstaunt, sich schon hoch über den Wolken zu finden. Er saß auf dem Rücken des Ostwindes, der ihn noch treulich hielt. Sie waren so hoch in der Luft, daß Wälder und Felder, Flüsse und Seen sich wie auf einer Landkarte darstellten. »Guten Morgen«, sagte der Ostwind. »Du könntest übrigens recht gut noch ein bisschen schlafen, denn es ist nicht viel auf dem flachen Lande unter uns zu sehen. Ausgenommen, du hättest Lust, die Kirchen zu zählen, sie stehen gleich Kreidepunkten auf dem grünen Brettte. Das waren Felder und Wiesen, die er das grüne Brett nannte. »Es ist unartig, daß ich von deiner Mutter und deinen Brüdern nicht lebewohl gesagt habe,« meinte der Prinz. »Wenn man schläft, ist man entschuldigt«, sagte der Ostwind, und darauf flogen sie noch rascher von dannen. Man konnte es in den Wipfeln der Bäume hören, wenn sie darüber hinfuhren, rasselten alle Zweige und Blätter. Man konnte es auf dem Meere und den Seen hören, denn wo sie flogen, erhoben sich die Wogen höher, und die großen Schiffe neigten sich tief in das Wasser hinunter, gleich schwimmenden Schwänen. Gegen Abend, als es dunkel wurde, sahen die großen Städte hübsch aus. Die Lichter brannten dort unten, bald hier, bald da. Es war gerade, als wenn man ein Stück Papier verbrannt hat und alle die kleinen Feuerfunken sieht, wie sie einer nach dem anderen verschwinden. Der Prinz klatschte in die Hände, aber der Ostwind bat ihn, das zu unterlassen und sich lieber festzuhalten, sonst könnte er leicht hinunterfallen und an der Spitze eines Kirchturms hängen bleiben. Der Adler in den dunklen Wäldern flog zwar leicht, doch der Ostwind flog noch leichter. Der Kosak auf seinem kleinen Pferde jagte über die Ebenen davon, doch der Prinz jagte noch schneller. Nun kannst du den Himalaya sehen, sagte der Ostwind. Das ist der höchste Berg in Asien und bald werden wir nach dem Garten des Paradieses gelangen. Sie wandten sich mehr südlich und bald duftete es dort von Gewürzen und Blumen. Feigen und Granatäpfel wuchsen wild und die wilde Weinranke hatte blaue und rote Trauben. Hier ließen sich beide nieder und streckten sich in das weiche Gras, wo die Blumen dem Winde zunickten, als wollten sie sagen, willkommen hier. Sind wir nun im Garten des Paradieses? fragte der Prinz. Nein, noch nicht, erwiderte der Ostwind. Aber nun werden wir bald dorthin kommen. Siehst du die Felsenmauer dort und die große Höhle, wo die Weinranken gleich einer großen grünen Gardine hängen? Dahindurch werden wir hineingelangen. Wickle dich in deinen Mantel, hier brennt die Sonne, aber einen Schritt weiter ist es eisig kalt. Der Vogel, welcher an der Höhle vorbeistreift, hat den einen Flügel hier draußen in dem warmen Sommer und den anderen drinnen in dem kalten Winter. So, das ist also der Weg zum Garten des Paradieses? fragte der Prinz. Nun gingen sie in die Höhle hinein. Hu, wie war es dort eisig kalt! Aber es währte doch nicht lange. Der Ostwind breitete seine Flügel aus und sie leuchteten gleich dem hellsten Feuer. Welche Höhle! Die großen Steinblöcke, von denen das Wasser träufelte, hingen über ihnen in den wunderbarsten Gestalten. Bald war es da so eng, daß sie auf Händen und Füßen kriechen mußten, bald so hoch und ausgedehnt wie in der freien Luft. Es sah aus wie Grabkapellen mit stummen Orgelpfeifen und versteinerten Orgeln. Wir gehen wohl den Weg des Todes zum Garten des Paradieses, fragte der Prinz, aber der Ostwind antwortete keine Silbe, zeigte vorwärts und das schönste blaue Licht strahlte ihnen entgegen. Die Steinblöcke über ihnen wurden mehr und mehr ein Nebel, der zuletzt so klar war, wie eine weiße Wolke im Mondenschein. Nun waren sie in der herrlichsten milden Luft, so frisch wie auf den Bergen, so duftend wie bei den Rosen des Tales. Da strömte ein Fluß, so klar als die Luft selbst, und die Fische waren wie Silber und Gold. Purpurrote Aale, die bei jeder Bewegung blaue Feuerfunken sprühten, spielten da unten im Wasser. Und die breiten Seerosenblätter hatten des Regenbogens Farben. Die Blume selbst war eine rot-gelbe brennende Flamme, der das Wasser Nahrung gab, gleich wie das Öl die Lampe beständig im Brennen erhellt. Eine feste Brücke von Marmor, aber so künstlich und fein ausgeschnitten, als wäre sie von Spitzen und Glasperlen gemacht, führte über das Wasser zur Insel der Glückseligkeit, wo der Garten des Paradieses blühte. Der Ostwind nahm den Prinzen auf seine Arme und trug ihn hinüber. Da sangen die Blumen und Blätter die schönsten Lieder aus seiner Kindheit, aber so lieblich, wie keine menschliche Stimme singen kann. Waren das Palmenbäume oder riesengroße Wasserpflanzen, die hier wuchsen? So saftige und große Bäume hatte der Prinz noch nie gesehen. In langen Kränzen hingen da die wunderlichsten Schlingpflanzen, wie man sie nur mit Farben und Gold auf dem Rande alter Gebetbücher oder sich durch die Anfangsbuchstaben schlingend abgebildet findet. Das waren die seltsamsten Zusammensetzungen von Vögeln, Blumen und Schnörkeln. Dicht daneben im Grase stand ein Schwarm Pfauen mit entfalteten strahlenden Schweifen. Doch als der Prinz daran rührte, merkte er, dass es keine Tiere, sondern Pflanzen waren. Es waren die großen Kletten, die hier gleich des Pfaues herrlichem Schweif strahlten. Der Löwe und der Tiger sprangen gleich geschmeidigen Katzen zwischen den grünen Hecken, die wie die Blumen des Ölbaumes dufteten. Und der Löwe und der Tiger waren zahm. Die wilde Waldtaube glänzte wie die schönste Perle und schlug mit ihren Flügeln den Löwen an die Mähne und die Antilope, die sonst so scheu ist, stand und nickte mit dem Kopfe, als ob sie auch mitspielen wollte. Nun kam die Fee des Paradieses, ihre Kleider strahlten wie die Sonne und ihr Antlitz war mild, wie das einer frohen Mutter, wenn sie recht glücklich über ihr Kind ist. Sie war jung und schön und die hübschesten Mädchen, jedes mit einem leuchtenden Stern im Haar, folgten ihr. Der Ostwind gab ihr das beschriebene Blatt vom Vogelfönix und ihre Augen funkelten vor Freude. Sie nahm den Prinzen bei der Hand und führte ihn in ihr Schloss hinein, wo die Wände Farben wie das prächtigste Tulpenblatt, wenn es gegen die Sonne gehalten wird, hatten. Die Decke selbst war eine große, strahlende Blume, und je mehr man in dieselbe hinauf sah, desto tiefer erschien deren Becher. Der Prinz trat an das Fenster und sah durch eine der Scheiben. Da sah er den Baum der Erkenntnis mit der Schlange und Adam und Eva standen dicht dabei. Sind die nicht fortgejagt? fragte er. Und die Fee lächelte und erklärte ihm, daß die Zeit auf jeder Scheibe so ihr Bild eingebrannt habe, aber nicht, wie man es zu sehen gewohnt. Nein, es war Leben darin. Die Blätter der Bäume bewegten sich, die Menschen kamen und gingen wie in einem Spiegel Bilde. Er sah durch eine andere Scheibe und da war Jakobs Traum, wo die Leiter gerade bis in den Himmel ging und die Engel mit großen Schwingen schwebten auf und nieder. Ja, alles, was auf dieser Erde geschehen war, lebte und bewegte sich in den Glasscheiben. So künstliche Gemälde konnten nur die Zeit einbrennen. Die Fee lächelte und führte ihn in einen großen und hohen Saal, dessen Wände durchscheinend erschienen, mit Bildern, wo das eine Gesicht schöner als das andere war. Da waren Millionen Glückliche, die lächelten und sangen, sodass es in eine Melodie zusammenfloss. Die Allerobersten waren so klein, dass sie kleiner erschienen als die kleinste Rosenknospe, wenn sie wie ein Punkt auf dem Papier gezeichnet wird. Mitten im Saale stand ein großer Baum mit hängenden üppigen Zweigen. Goldene Äpfel, große und kleine, hingen wie Apfelsinen zwischen den grünen Blättern. Das war der Baum der Erkenntnis, von dessen Frucht Adam und Eva gegessen hatten. Von jedem Blatte tröpfelte ein glänzender roter Tautropfen. Es war, als ob der Baum blutige Tränen weinte. Lass uns nun in das Boot steigen, sagte die Fee, da wollen wir Erfrischungen auf dem schwellenden Wasser genießen. Das Boot schaukelt, kommt aber nicht von der Stelle, doch alle Länder der Erde gleiten an unseren Augen vorbei. Es war eigentümlich zu sehen, wie sich die ganze Küste bewegte. Da kamen die hohen schneebedeckten Alpen mit Wolken und schwarzen Tannen. Das Horn erklang wehmütig und der Hirt jodelte hübsch im Tale. Nun bogen die Bananenbäume ihre langen hängenden Zweige über das Boot nieder. Kohlschwarze Schwäne schwammen auf dem Wasser und die seltsamsten Tiere und Blumen zeigten sich am Ufer. Das war Australien, der fünfte Erdteil, der mit einer Aussicht auf die blauen Berge vorbeiglitt. Man hörte den Gesang der Priester und sah den Tanz der Wilden zum Schall der Trommeln und der knöchernen Trompeten. Ägyptens Pyramiden, die bis in die Wolken ragten, umgestürzte Säulen und Sphinxe, halb im Sande begraben, segelten vorbei. Die Nordlichter flammten über ausgebrannte Vulkane des Nordens. Das war ein Feuerwerk, was niemand nachmachen konnte. Der Prinz war glücklich. Ja, er sah wohl hundert Mal mehr, als wir hier erzählen. Kann ich immer hier bleiben? fragte er. Das kommt auf dich selbst an, erwiderte die Fee. Wenn du nicht wie Adam dich gelüsten lässt, das Verbotene zu tun, so kannst du immer hier bleiben. Ich werde die Äpfel auf dem Erkenntnis Baume nicht anrühren, sagte der Prinz. Hier sind ja tausende von Früchten, ebenso schön wie die. Prüfe dich selbst und bist du nicht stark genug, so gehe mit dem Ostwinde, der dich herbrachte. Er fliegt nun zurück und lässt sich hier in hundert Jahren nicht wieder blicken. Die Zeit wird an diesem Orte für dich vergehen, als wären es nur hundert Stunden, aber es ist eine lange Zeit für die Versuchung und Sünde. Jeden Abend, wenn ich von dir gehe, muss ich dir zurufen, komm mit, ich muss dir mit der Hand winken, aber bleibe zurück, gehe nicht mit, denn da wird mit jedem Schritt deine Sehnsucht größer werden. Du kommst in den Saal, wo der Baum der Erkenntnis wächst, ich schlafe unter seinen duftenden, hängenden Zweigen. Du wirst dich über mich beugen und ich muss lächeln, drückst du aber einen Kuss auf meinen Mund, so sinkt das Paradies tief in die Erde und es ist für dich verloren. Der wüste scharfer Wind wird dich umsausen, der kalte Regen von deinem Haare träufeln, Kummer und Drangsal wird dein Erbteil. Ich bleibe hier, sagte der Prinz. Und der Ostwind küßte ihn auf die Stirn und sagte, sei stark, dann treffen wir uns hier nach hundert Jahren wieder. Lebe wohl, lebe wohl. Und der Ostwind breitete seine großen Schwingen aus, sie glänzten wie das Wetterleuchten in der Erntezeit oder wie das Nordlicht im kalten Winter. Lebe wohl, lebe wohl, ertönte es von Blumen und Bäumen. Störche und Pelikane flogen wie flatternde Bänder in Reihen und geleiteten ihn bis zur Grenze des Gartens. Nun beginnen wir unsere Tänze, sagte die Fee. Zum Schlusse, wo ich mit dir tanze, wirst du, indem die Sonne sinkt, sehen, dass ich dir winke. Du wirst mich dir zurufen hören, komm mit, aber tue es nicht. Hundert Jahre lang muss ich es jeden Abend wiederholen. Jedes Mal, wenn die Zeit vorbei ist, gewinnst du mehr Kraft. Zuletzt denkst du gar nicht mehr daran. Heute Abend ist es zum ersten Mal. Nun habe ich dich gewarnt. Die Fee führte ihn in einen großen Saal von weißen, durchsichtigen Lilien. Die gelben Staubfäden in jeder bildeten eine kleine Goldharfe, die mit Seitenlaut und Flötenton erklang. Die schönsten Mädchen, schwebend und schlank, in wogenden Flor gekleidet, so dass man die schönen Glieder sah, schwebten im Tanze und sangen, wie herrliches sei zu leben, und dass sie nie sterben werden, und dass der Garten des Paradieses ewig blühen werde. Die Sonne ging unter, und der ganze Himmel wurde ein Gold, welches den Lilien den Schein der herrlichsten Rosen gab. Und der Prinz trank von dem schäumenden Wein, welchen die Mädchen ihm reichten, und er fühlte eine Glückseligkeit wie nie zuvor. Er sah, wie der Hintergrund des Saales sich öffnete, und der Baum der Erkenntnis stand in einem Glanze, der seine Augen blendete. Der Gesang von daher war sanft und lieblich, wie seiner Mutter stimme, und es war, als ob sie sänge, mein Kind, mein geliebtes Kind. Da winkte die Fee und rief liebevoll, komm mit, komm mit, und er stürzte ihr entgegen, vergaß sein Versprechen schon den ersten Abend, und sie winkte und lächelte. Der gewürzige Duft rings umher wurde stärker, die Harfen ertönten weit lieblicher, und es war, als ob die Millionen lächelnder Köpfe im Saale, wo der Baum wuchs, nickten und sängen, alles muß man kennen, der Mensch ist der Herr der Erde. Und es waren keine blutigen Tränen mehr, welche von den Blättern des Erkenntnisbaumes fielen, es waren rote, funkelnde Sterne, die er zu erblicken glaubte. Komm mit, komm mit, lauteten die bebenden Töne, und bei jedem Schritte brannten des Prinzen Wangen heißer, Sein Blut bewegte sich stärker. Ich muß, sagte er, es ist ja keine Sünde, kann keine sein, weshalb nicht der Schönheit und der Freude folgen. Sie schlafen sehen will ich, es ist ja nichts verloren, wenn ich sie nur nicht küsse, und das tue ich nicht, ich bin stark, ich habe einen festen Willen. Und die Fee warf ihre strahlende Tracht ab, bog die Zweige zurück, und nach einem Augenblick war sie darin verborgen. Noch habe ich nicht gesündigt, sagte der Prinz, und will es auch nicht. Und dann zog er die Zweige zur Seite. Da schlief sie schon. Schön, wie nur die Fee im Garten des Paradieses es sein kann. Sie lächelte im Traume. Er bog sich über sie nieder und sah zwischen ihren Augenlidern Tränen beben. Weinst du über mich? flüsterte er. Weine nicht, du herrliches Weib! Nun begreife ich erst des Paradieses Glück. Dieses strömt durch mein Blut, durch meine Gedanken. Die Kraft des Cherubs und des ewigen Lebens fühle ich in meinem irdischen Körper. Möge es ewig Nacht für mich werden. Eine Minute wie diese ist Reichtum genug. Und er küsste die Tränen aus ihren Augen. Sein Mund berührte den ihren. Da krachte ein Donnerschlag, so tief und schrecklich, wie niemand ihn je gehört, und alles stürzte zusammen. Die schöne Fee, das blühende Paradies, sank und sank immer tiefer. Der Prinz sah es in die schwarze Nacht versinken, wie ein kleiner, leuchtender Stern strahlte es aus weiter Ferne. Todeskälte durchschauerte seinen Körper, erschloss sein Auge und lag lange wie tot. Der kalte Regen fiel ihm ins Gesicht, der scharfe Wind blies um sein Haupt, da kehrten seine Sinne zurück. Was habe ich getan? Seufzte er. Ich habe gesündigt, wie Adam, gesündigt, sodass das Paradies tief versunken ist. Und er öffnete seine Augen. Den Stern in weiter Ferne, den Stern, der wie das gesunkene Paradies funkelte, sah er noch. Es war der Morgenstern am Himmel. Er erhob sich und war im großen Walde, dicht bei der Höhle der Winde. Und die Mutter der Winde saß zu seiner Seite. Sie sah böse aus und erhob ihren Arm in die Luft. Schon den ersten Tag, sagte sie. Das dachte ich wohl. Ja, wärest du mein Sohn, so müsstest du in den Sack. Da soll er hinein, sagte der Tod. Das war ein starker, alter Mann mit einer Sense in der Hand und mit großen, schwarzen Schwingen. In den Sarg soll er gelegt werden. Aber jetzt noch nicht. Ich zeichne ihn nur an. Lass ihn dann noch eine Weile auf der Welt herum wandern, seine Sünde sühnen, gut und besser werden. Ich komme einmal. Wenn er es am wenigsten erwartet, stecke ich ihn in den schwarzen Sarg, setze ihn auf meinen Kopf und fliege gegen den Stern empor. Auch dort blüht des Paradieses Garten und ist er gut und fromm, so wird er hineintreten. Sind aber seine Gedanken böse und das Herz noch voller Sünde, so sinkt er mit dem Sarge tiefer als das Paradies gesunken. Und nur jedes tausendste Jahr hole ich ihn wieder, damit er tiefer sinke oder auf den Stern gelange, den funkelnden Stern dort oben. Das Gänseblümchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Michael Wolf Märchen von Hans Christian Andersen Übersetzt von Julius Reuscher Das Gänseblümchen Nun höre einmal Draußen auf dem Lande Dicht am Wege lag ein Landhaus Du hast es gewiss selbst einmal gesehen Vor demselben ist ein kleiner Garten mit Blumen und einem Zaun welcher angestrichen ist Dicht dabei am Graben mitten in dem schönsten grünen Grase wuchs eine kleine Gänseblume Die Sonne beschien sie ebenso warm und schön als die großen schönen Prachtblumen drinnen im Garten und deshalb wuchs sie von Stunde zu Stunde Eines Morgens stand sie mit ihren kleinen blendend weißen Blättern die wie Strahlen um die kleine gelbe Sonne in der Mitte rings herum sitzen ganz entfaltet da Sie dachte gar nicht daran dass kein Mensch sie dort im Grase sehe und dass sie eine arme verachtete Blume sei Nein sie war vergnügt sie wendete sich der warmen Sonne gerade entgegen sah zu ihr auf und horchte auf die Lerche die in der Luft sang das kleine Gänseblümchen war so glücklich als ob es ein großer Festtag gewesen wäre und es war doch ein Montag alle Kinder waren in der Schule während sie auf den Bänken saßen und etwas lernten saß sie auf ihrem kleinen grünen Stängel und lernte auch von der warmen Sonne und allem ringsum her dass die kleine Lerche alles was sie in der Stille fühlte so deutlich und schön sang und die Gänseblume blickte mit einer Art Ehrfurcht zu dem glücklichen Vogel der singen und fliegen konnte empor war aber gar nicht betrübt weil sie es selbst nicht konnte ich sehe und höre ja dachte sie die Sonne bescheint mich und der Wind küsst mich oh wie bin ich je weniger Duft sie hatten umso mehr prunkten sie die Sonnenrose blies sich auf um größer als eine Hose zu sein aber die Größe ist es nicht die es macht die tolpen hatten die allerschönsten Farben das wussten sie wohl und hielten sich so gerade damit man sie besser sehen möchte sie beachteten die kleine Gänseblume da draußen gar nicht aber sie sah desto mehr nach ihnen und dachte wie sind sie reich und schön ja zu ihnen fliegt sicher der prächtige Vogel hernieder und besucht sie Gott sei Dank dass ich so nah dabei stehe so kann ich doch den Staat zu sehen bekommen und gerade wie sie das dachte da kam die Lerche geflogen aber nicht zu den Tulpen herunter nein nieder ins Gras zu der armen Gänseblume die gar nicht wusste was sie denken sollte der kleine Vogel tanzte rings um sie her und sang wie ist doch das Gras so weich welch liebliche kleine Blume mit Gold im Herzen und Silber auf dem Kleide der gelbe Punkt in der Gänseblume sah ja auch aus wie Gold und die kleinen Blätter rings herum erglänzten silber weiß wie glücklich die kleine Gänseblume war das kann niemand begreifen der Vogel küsste sie mit seinem Schnabel sang ihr vor und flog dann wieder in die blaue Luft hinauf es wehrte sicher eine ganze Viertel Stunde bevor die Blume sich erholen konnte halb beschämt und auch innerlicher Freude sah sie nach den anderen Blumen im Garten sie hatten ja die Ehre und Glückseligkeit die ihr widerfahren war gesehen sie mussten ja begreifen welche Freude das war aber die Tolten standen noch einmal so steif wie früher und dann waren sie spitz im Gesicht und rot denn sie hatten sich geärgert die Sonnenblumen waren ganz dickköpfig es war gut dass sie nicht sprechen konnten sonst hätte die Gänseblume eine ordentliche Zurechtweisung bekommen die arme kleine Blume konnte wohl sehen dass sie nicht guter Laune waren und das tat ja herzlich weh zur selben Zeit kam drinnen im Garten ein Mädchen mit einem großen scharfen und glänzenden Messer sie ging gerade auf die Tulpen zu und schnitt eine nach der anderen ab das war erschrecklich nun ist es mit ihnen vorbei dann ging das Mädchen mit den Tulpen fort das Gänseblümchen war froh dass es draußen im Grase stand und eine kleine Blume war es und als die Sonne unter ging faltete es seine Blätter schlief ein und träumte die ganze Nacht von der Sonne und dem kleinen Vogel am nächsten Morgen als die Blume wieder glücklich alle ihrer weißen Blätter gerade wie kleine Arme gegen Luft und Licht ausstreckte erkannte es des Vogels Stimme aber es war traurig was er sang ja die arme Lerche hatte guten Grund dazu sie war gefangen worden und saß nun in einem Käfig dicht beim offenen Fenster sie besang das freie und glückliche umherfliegen sang von dem jungen grünen Korn auf dem Felde und von der herrlichen Reise die sie auf ihren Flügeln hoch in die Luft hinauf machen konnte der arme kleine Vogel war nicht bei guter Laune gefangen saß da im Käfig die kleine Gänseblume wünschte zu helfen aber wie sollte sie das anfangen ja es war schwer zu erdenken sie vergaß völlig wie schön alles rings umher stand wie warm die Sonne schien und wie herrlich weiß ihre Blätter aussahen auch sie konnte nur an den gefangenen Vogel denken für den sie durchaus nicht im Stande war etwas zu tun in derselben Zeit kamen zwei kleine Knaben aus dem Garten der eine von ihnen hatte ein Messer in den Händen groß und scharf wie das welches das Mädchen hatte um die Tulpen damit abzuschneiden sie gingen gerade auf die kleine Gänseblume zu die gar nicht begreifen konnte was sie wollten hier können wir ein herrliches Rasenstück für die Lerche ausschneiden sagte der eine Knabe und begann nun um die Gänseblume in einem Viereck tief hinein zu schneiden sodass sie mitten in das Rasenstück zu stehen kam reiß die Blume ab sagte der eine Knabe und das Gänseblümchen zitterte aus Angst denn abgerissen zu werden war ja das Leben verlieren und nun wollte es so gern leben da es mit dem Rasenstück zu der Gefangenen Lerche in den Käfig sollte nein lass sie sitzen sagte der andere Knabe sie putzt zu niedlich und so blieb die kleine Gänseblume sitzen und kam mit in den Käfig zur Lerche aber der arme Vogel klagte laut über die verlorene Freiheit und schlug mit den Flügeln gegen den Eisendraht im Käfig die kleine Gänseblume konnte nicht sprechen kein tröstendes Wort sagen so gern sie es wollte so verging der ganze Vormittag hier ist kein Wasser sagte die gefangene Lerche sie sind alle ausgegangen und haben vergessen mir einen Tropfen zu trinken zu geben mein Hals ist trocken und brennend es ist Feuer und Eis in mir und die Luft ist so schwer ach ich muss sterben scheiden von dem warmen Sonnenschein vom frischen Grün von all der Herrlichkeit die Gott geschaffen und dann bohrte sie ihren Rasenstück um sich dadurch ein wenig zu erfrischen da fielen ihre Augen auf das Gänseblümchen und der Vogel nickte ihm zu küsste es mit dem Schnabel und sagte du musst hier drinnen auch vertrocknen du arme kleine Blume dich und den kleinen Flecken grünen Grases hat man mir für die ganze Welt gegeben die ich draußen hatte jeder kleine Grashalm soll mir ein grüner Baum jedes deiner weißen Blätter eine duftende Blume sein ach ihr erzählt mir nur wie viel ich verloren habe wer ihn doch trösten könnte dachte die Gänseblume aber sie konnte kein Blatt bewegen doch der Duft der den feinen Blättern entströmte war weit stärker als man ihn sonst bei dieser Blume findet das bemerkte der Vogel auch und obgleich er vor Durst fast verschmachtete und in nicht die Blume es wurde Abend und noch kam niemand dem armen Vogel einen Wassertropfen zu bringen da streckte er seine hübschen Flügel aus schüttelte sie krampfhaft sein Gesang war ein wehmütiges Piep piep das kleine Haupt neigte sich der Blume entgegen und des Vogels Herz brach aus Mangel und Sehnsucht da konnte die Blume nicht wie am vorhergehenden Abend ihre krank und traurig zur Erde nieder erst am nächsten Morgen kamen die Knaben und als sie den Vogel tot erblickten weinten sie weinten viele Tränen und gruben ihm ein niedliches Grab welches mit Blumenblättern verziert wurde des Vogels Leiche kam in eine rote schöne Schachtel königlich sollte er bestattet werden der arme Vogel als er lebte und sang vergaßen sie ihn ließen ihn im Käfig sitzen und Mangel leiden nun bekam er Starrt und viele Tränen aber das Rasenstück mit dem Gänseblümchen wurde in den Staub der Landstraße hinausgeworfen niemand dachte an die welche doch am meisten für den kleinen Vogel gefühlt hatte und ihn gern trösten wollte das hässliche junge Entlein dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox .org Märchen von Hans Christian Andersen Übersetzt von Julius Reuscher Das hässliche junge Entlein Es war herrlich draußen auf dem Lande Es war Sommer Das Korn stand gelb Der Hafer grün Das Heu war unten auf den grünen Wiesen in Schobern aufgesetzt Und da ging der Storch auf seinen langen roten Beinen und plapperte ägyptisch Denn diese Sprache hatte er von seiner Mutter gelernt Rings um den Acker und die Wiese waren große Wälder und mitten in den Wäldern tiefe Seen Ja es war wirklich herrlich da draußen auf dem Lande Mitten im Sonnenschein lag dort ein altes Rittergut von tiefen Kanälen umgeben und von der Mauer bis zum Wasser herunter wuchsen große Klettenblätter die so hoch waren daß kleine Kinder unter den Höchsten aufrecht stehen konnten es war aber so wild darin wie im tiefsten Walde Hier saß eine Ente auf dem Neste welche ihre Jungen ausbrüten mußte aber es wurde ihr fast zu langweilig ehe die Jungen kamen dazu bekamen sie selten Besuch die anderen Enten schwammen lieber in den Kanälen umher als daß sie hinauf liefen sich unter ein Kleeblatt zu setzen und mit ihr zu schnattern endlich borst ein Ei nach dem anderen piep piep sagte es und alle Eidotter waren lebendig geworden und die jungen Entlein steckten den Kopf heraus rapp rapp sagte sie und so rappelten sich alle was sie konnten und sahen nach allen seiten unter den grünen blättern und die Mutter ließ sie sehen so viel sie wollten denn das grüne ist gut für die Augen wie groß wie groß doch die Welt sagten die Jungen denn nun hatten sie freilich ganz anders Platz als wie sie noch drinnen im ei lagen »Glaubt Ihr, daß dies die ganze Welt sei?« sagte die Mutter. »Die erstreckt sich noch weit über die andere Seite des Gartens, gerade hinein in des Pfarrers Feld, aber da bin ich noch nie gewesen.« »Ihr seid doch alle beisammen?« fuhr sie fort, und so stand sie auf. »Nein, ich habe noch nicht alle. Das größte Ei liegt noch da.« »Wie lange soll das noch wären? Jetzt bin ich es bald überdrüssig.« Und so setzte sie sich wieder. »Nun, wie geht es?« sagte eine alte Ente, welche gekommen war, um ihr einen Besuch abzustatten. »Es währt so lange mit dem einen Ei,« sagte die Ente, die da saß. »Es will nicht in zwei gehen. Doch blicke nur auf die anderen hin. Sind sie nicht die niedlichsten Entlein, die man je gesehen? Sie gleichen alle samt ihrem Vater. Der Bösewicht kommt nicht, mich zu besuchen.« »Lass mich das Ei sehen, welches nicht bersten will,« sagte die Alte. »Glaube mir, es ist ein Kalekutenei. Ich bin auch einmal so angeführt worden und hatte meine große Sorge und Not mit den Jungen, denn ihnen ist bange vor dem Wasser. Ich konnte sie nicht hineinbekommen. Ich rappte und schnappte, aber es half nichts.« »Lass mich das Ei sehen.« »Ja, das ist ein Kalekutenei.« »Lass du das liegen und lehre lieber die anderen Kinder schwimmen.« »Ich will doch noch ein bisschen darauf sitzen,« sagte die Ente. »Habe ich nun so lange gesessen, kann ich auch noch einige Zeit sitzen.« »Nach Belieben,« sagte die Alte Ente und ging davon. Endlich borst das große Ei. »Piep, piep,« sagte das Junge und kroch heraus. Es war groß und häßlich. Die Ente betrachtete es. »Das ist doch ein gewaltig großes Entlein,« sagte sie. »Keins von den anderen sieht so aus. Sollte es doch ein kalekutisches Küchlein sein?« »Nun, wir wollen bald dahinter kommen. In das Wasser muß es, ob ich es auch selbst hineinstoßen soll.« Am nächsten Tage war schönes, herrliches Wetter. Die Sonne schien auf all die grünen Kletten. Die Entlein-Mutter ging mit ihrer ganzen Familie zu dem Kanal hinunter. Platsch, da sprang sie in das Wasser. »Rapp, rapp«, sagte sie, und ein Entlein nach dem anderen plumpte hinein. Das Wasser schlug ihnen über dem Kopfe zusammen. Aber sie kamen gleich wieder empor und schwammen so prächtig. Die Beine gingen von selbst, und alle waren sie darin. Selbst das häßliche, graue Junge schwamm mit. »Nein, es ist kein Kalekut«, sagte sie. »Sieh, wie herrlich es die Beine gebraucht, wie gerade es sich hält. Es ist mein eigenes Kind. Im Grunde ist es doch ganz hübsch, wenn man es nur recht betrachtet. »Rapp, rapp«, »kommt nur mit mir. Ich werde euch in die große Welt führen, euch im Entenhof vorstellen. Aber haltet euch immer nahe zu mir, damit niemand auf euch trete, und nehmt euch vor den Katzen in Acht.« Und so kamen sie in den Entenhof hinein. Da drinnen war schrecklicher Lärm, denn da waren zwei Familien, die sich um einen Aalkopf bissen, und am Ende bekam ihn doch die Katze. »Seht, so geht es in der Welt zu«, sagte die Entenmutter, und wetzte ihren Schnabel, denn sie wollte auch den Aalkopf haben. »Braucht nur die Beine«, sagte sie. »Seht, daß ihr euch rappeln könnt, und neigt euren Hals vor der alten Ente dort. Sie ist die vornehmste von allen hier. Sie ist aus Spanischem geblüht, deswegen ist sie so dick. Und seht ihr, sie hat einen roten Lappen um das Bein. Das ist etwas außerordentlich Schönes und die größte Auszeichnung, welche einer Ente zuteil werden kann. Das bedeutet so viel, daß man sie nicht verlieren will und daß sie von Tier und Menschen erkannt werden soll. »Rappelt euch! Setzt die Füße nicht einwärts! Ein wohlerzogenes Entlein setzt die Füße weit voneinander, gerade wie Vater und Mutter. Seht, so. Nun neigt euren Hals und sagt »Rapp!« Und das taten sie, aber die anderen Enten ringsumher betrachteten sie und sagten ganz laut »Sieh da! Nun sollen wir noch den Anhang haben, als ob wir nicht schon genug wären. Und pfui! Wie das eine Entlein aussieht! Das wollen wir nicht dulden!« Und sogleich flog eine Ente hin und biß es in den Nacken. »Lass es in Ruhe!« sagte die Mutter. »Es tut ja niemand etwas.« »Ja, aber es ist so groß und ungewöhnlich«, sagte die beißende Ente. »Und deshalb muß es gepufft werden!« »Es sind hübsche Kinder, welche die Mutter hat«, sagte die Ente mit dem Lappen um das Bein. »Alle zusammen schön, bis auf das eine. Das ist nicht geglückt. Ich möchte wünschen, daß sie es umarbeiten könnte.« »Das geht nicht, Irognaden«, sagte die Entleinmutter. »Es ist nicht hübsch, aber es hat ein gutes Gemüt und schwimmt so herrlich wie eins von den andern. Ja, ich darf sagen, noch etwas besser. Ich denke, es wird hübsch heranwachsen und mit der Zeit etwas kleiner werden. Es hat so lange in dem Ei gelegen und deshalb nicht die rechte Gestalt bekommen.« Und so zupfte sie es im Nacken und glättete das Gefieder. »Es ist überdies ein Enterich«, sagte sie, »und darum macht es nicht so viel aus. Ich denke, er wird gute Kräfte bekommen. Er schlägt sich schon durch.« »Die andern Entlein sind niedlich«, sagte die Alte. »Thut nun, als ob ihr zu Hause wäret, und findet ihr einen Aalkopf, so könnt ihr mir ihn bringen.« Und so waren sie wie zu Hause. Aber das arme Entlein, welches zuletzt aus dem Ei gekrochen war und so häßlich aussah, wurde gebissen, gestoßen und zum Besten gehalten. Und das sowohl von den Enten wie von den Hühnern. »Es ist zu groß«, sagten sie allesamt. Und der kalekutische Hahn, welcher mit Sporen zur Welt gekommen war und deshalb glaubte, daß er Kaiser sei, blies sich wie ein Fahrzeug mit vollen Segeln auf, ging gerade auf dasselbe los, und dann kollerte er und wurde ganz rot am Kopfe. Das arme Entlein wußte weder, wo es stehen noch gehen sollte. Es war betrübt, weil es häßlich aussah und vom ganzen Entenhofe verspottet wurde. So ging es den ersten Tag und später wurde es schlimmer und schlimmer. Das Entlein wurde von allen gejagt, selbst seine Geschwister waren böse gegen dasselbe und sagten immer, »Wenn die Katze dich nur fangen möchte, du häßliches Geschöpf!« Und die Mutter sagte, »Wenn du nur weit fort wärst!« Die Enten bissen es und die Hühner schlugen es und das Mädchen, welches die Tiere füttern sollte, stieß mit dem Fuße danach. Da lief und flog es über das Gehege. Die kleinen Vögel in den Büschen flogen erschrocken auf. »Das geschieht, weil ich häßlich bin!« dachte das Entlein und schloß die Augen, lief aber gleichwohl weiter. So kam es hinaus zu dem großen Moor, wo die wilden Enten wohnten. Hier lag es die ganze Nacht, es war sehr müde und kummervoll. Am Morgen flogen die wilden Enten auf und sie betrachteten den neuen Kameraden. »Was bist du für einer?« fragten sie und das Entlein wandte sich nach allen Seiten und grüßte, so gut es konnte. »Du bist außerordentlich häßlich!« sagten die wilden Enten. »Aber das kann uns gleichgültig sein, wenn du dich nur nicht in unsere Familie hinein heiratest!« Das Arme dachte wahrlich nicht daran, sich zu verheiraten, wenn es nur die Erlaubnis hatte, im Schilfe zu liegen und etwas Moorwasser zu trinken. So lag es ganze zwei Tage. Da kamen zwei wilde Gänse, oder richtiger, wilde Gänseriche dorthin. Es war noch nicht lange her, daß sie aus dem Ei gekrochen waren, und deshalb waren sie auch so keck. »Höre, Kamerad!« sagten sie. »Du bist so häßlich, daß wir dich gut leiden mögen. Willst du mit Ziehen und Zugvogel sein? Hier nahebei in einem anderen Moor gibt es einige liebliche wilde Gänse, alle zusammen Fräulein, die da »Rapp« sagen können. Du bist imstande, dein Glück zu machen, so häßlich du auch bist.« »Piff, paff!« ertönte es, und beide wilde Gänse-Riche fielen tot in das Schilf nieder, und das Wasser wurde blutrot. »Piff, paff!« erscholl es wieder, und ganze Scharen wilder Gänse flogen aus dem Schilfe auf, und dann knallte es wieder. Es war große Jagd. Die Jäger lagen rings um das Rohr herum. Ja, einige saßen oben in den Baumzweigen, welche sich weit über das Schilf hinstreckten. Der blaue Dampf zog gleich Wolken in die dunklen Bäume hinein und ging weit über das Wasser hin. Zum Moor kamen die Jagdhunde. Platsch! Platsch! Das Schilf und Rohr neigte sich nach allen Seiten. Das war ein Schreck für das arme Entlein. Es wendete den Kopf, um ihn unter den Flügel zu stecken, und im selben Augenblick stand ein fürchterlich großer Hund dicht bei dem Entlein. Die Zunge hing ihm lang aus dem Halse heraus, und die Augen leuchteten gräulich häßlich. Er streckte seinen Rachen dem Entlein gerade entgegen, zeigte ihm die scharfen Zähne und Platsch! Platsch! ging er wieder, ohne es zu packen. »Oh, Gott sei Dank!« seufzte das Entlein. »Ich bin so häßlich, daß mich selbst der Hund nicht beißen mag.« So lag es ganz still, während der Bleihagel durch das Schilf sauste und Schuß auf Schuß knallte. Erst spät am Tage wurde es still. Aber das arme Junge wagte noch nicht, sich zu erheben. Es wartete noch mehrere Stunden, bevor es sich umsah, und dann eilte es fort aus dem Moor, so schnell es konnte. Es lief über Feld und Wiese, und es war ein Sturm, daß es ihm schwer wurde, von der Stelle zu kommen. Gegen Abend erreichte es eine kleine Bauernhütte, die war so baufällig, daß sie selbst nicht wußte, nach welcher Seite sie fallen wollte, und darum blieb sie stehen. Der Sturm umsauste das Entlein so, daß es sich niedersetzen mußte, um sich dagegen zu stemmen, und es wurde schlimmer und schlimmer. Da bemerkte es, daß die Tür aus der einen Angel gegangen war, und so schief hing, daß es durch die Öffnung in die Stube hinein schlüpfen konnte, und das tat es. Hier wohnte eine alte Frau mit ihrer Katze und ihrem Huhne, und die Katze, welche sie Söhnchen nannte, konnte einen Buckel machen und spinnen, sie sprühte sogar Funken, aber dann mußte man sie gegen die Haare streicheln. Das Huhn hatte ganz kleine, niedrige Beine, und deshalb wurde es Küchelchen-Kurzbein genannt. Es legte gut Eier, und die Frau liebte es wie ihr eigenes Kind. Am Morgen bemerkte man sogleich das fremde Entlein, und die Katze fing an zu spinnen, und das Huhn zu glucken. »Was ist das?« sagte die Frau und sah sich ringsum. Aber sie sah nicht gut, und so glaubte sie, daß das Entlein eine fette Ente sei, die sich verirrt habe. »Das ist ja ein seltsamer Fang«, sagte sie. »Nun kann ich Enteneier bekommen, wenn es nur kein Enterich ist. Das müssen wir erproben.« Und so wurde das Entlein für drei Wochen auf Probe angenommen, aber da kamen keine Eier. Und die Katze war Herr im Hause, und das Huhn war die Frau, und immer sagten sie, »Wir und die Welt«, denn sie glaubten, daß sie die Hälfte seien, und zwar der allerbeste Teil. Das Entlein glaubte, daß man auch eine andere Meinung haben könne, aber das litt das Huhn nicht. »Kannst du Eier legen?« fragte es. »Nein.« »So wirst du deinen Mund halten.« Und die Katze sagte, »Kannst du einen krummen Buckel machen, Spinnen und Funken sprühen?« »Nein.« »So darfst du auch keine Meinung haben, wenn vernünftige Leute sprechen.« Das Entlein saß im Winkel und war bei schlechter Laune. Da fiel es ihm ein, an die frische Luft und den Sonnenschein zu denken. Es bekam so sonderbare Lust, auf dem Wasser zu schwimmen, daß es nicht unterlassen konnte, dies der Henne zu sagen. »Was fehlt dir?« fragte diese. »Du hast nichts zu tun, deshalb bekommst du die Grillen. Lege Eier oder Spinne, so gehen sie vorüber.« »Aber es ist doch so schön, auf dem Wasser zu schwimmen«, sagte das Entlein, »so herrlich, es über dem Kopfe zusammenschlagen zu lassen und auf den Grund niederzutauchen.« »Ja, das ist ein großes Vergnügen«, sagte die Henne, »du bist wohl verrückt geworden. Frage die Katze danach. Sie ist die klügste, die ich kenne, ob sie es liebt, auf dem Wasser zu schwimmen oder unterzutauchen. Ich will nicht von mir sprechen.« »Frage selbst unsere Herrschaft, die alte Frau. Klüger als sie ist niemand auf der Welt. Glaubst du, daß sie Lust hat, zu schwimmen und das Wasser über dem Kopfe zusammenschlagen zu lassen?« »Ihr versteht mich nicht«, sagte die Ente. »Wir verstehen dich nicht.« »Wer soll dich denn verstehen können?« »Du wirst doch wohl nicht klüger sein wollen als die Katze und die Frau und mich will ich nicht erwähnen.« »Bilde dir nichts ein, Kind, und danke deinem lieben Schöpfer, für all das Gute, das man dir erwiesen.« »Bist du nicht in eine warme Stube gekommen und hast einen Umgang, von dem du etwas lernen kannst?« »Aber du bist ein Schwätzer und es ist nicht erfreulich, mit dir umzugehen.« »Mir kannst du glauben, ich meine es gut mit dir. Ich sage dir Unannehmlichkeiten und daran kann man seine wahren Freunde erkennen. Sieh zu, daß du Eier legen oder Spinnen und Funken sprühen lernst.« »Ich glaube, ich gehe hinaus in die weite Welt«, sagte das Entlein. »Ja, tu das«, sagte das Huhn. Und so ging das Entlein. Es schwamm auf dem Wasser, es tauchte unter, aber von allen Tieren wurde es wegen seiner Häßlichkeit übersehen. Nun trat der Herbst ein. Die Blätter im Walde wurden gelb und braun, der Wind riß sie ab, so daß sie umher tanzten, und oben in der Luft war es sehr kalt. Die Wolken hingen schwer von Hagel und Schneeflocken, und auf dem Zaun stand ein Rabe und schrie »Au! Au!« vor lauter Kälte. Ja, man konnte ordentlich frieren, wenn man daran dachte. Das arme Entlein hatte es wahrlich nicht gut. Eines Abends, als die Sonne schön unterging, kam ein ganzer Schwarm herrlicher, großer Vögel aus dem Busche. Das Entlein hatte solche nie so schön gesehen. Sie waren ganz blendend weiß, mit langen, geschmeidigen Hälsen. Es waren Schwäne. Sie stießen einen ganz eigentümlichen Ton aus, breiteten ihre prächtigen, langen Flügel aus, und flogen von der kalten Gegend fort nach warmen Ländern, nach offenen Seen. Sie stiegen sehr hoch, und dem häßlichen, kleinen Entlein wurde es sonderbar zumute. Es drehte sich im Wasser wie ein Rad rund herum, streckte den Hals hoch in die Luft nach ihnen aus, und stieß einen so lauten und sonderbaren Schrei aus, dass es sich selbst davor fürchtete. Oh, es konnte die schönen, die glücklichen Vögel nicht vergessen, und sobald es sie nicht mehr erblickte, tauchte es gerade bis auf den Grund. Und als es wieder heraufkam, war es gerade wie außer sich. Es wußte nicht, wie die Vögel hießen, nicht, wohin sie flogen, aber doch war es ihnen gut, wie es nie jemand gewesen. Es beneidete sie durchaus nicht, wie konnte es ihm einfallen, sich solche Lieblichkeit zu wünschen. Es wäre schon froh gewesen, wenn die Enten es unter sich geduldet hätten, das arme, häßliche Tier. Der Winter wurde immer kälter, das Entlein mußte im Wasser herumschwimmen, um das völlige Zufrieren desselben zu verhindern. Aber in der Nacht wurde das Loch, worin es schwamm, kleiner und kleiner. Es fror, so daß es in der Eisdecke knackte. Das Entlein mußte fortwährend die Beine gebrauchen, damit das Wasser sich nicht schloß. Zuletzt wurde es matt, lag ganz still und fror so im Eise fest. Des Morgens früh kam ein Landmann, der dies sah. Er ging hin und schlug mit seinem Holzschuh das Eis in Stücke und trug das Entlein heim zu seiner Frau. Da wurde es wieder belebt. Die Kinder wollten mit demselben spielen, aber das Entlein glaubte, sie wollten ihm etwas zu Leide tun und fuhr in der Angst gerade in den Milchnapf hinein, so daß die Milch in die Stube hinaus spritzte. Die Frau schrie, schlug die Hände zusammen, worauf es in das Butterfass, dann hinunter in die Milchtonne und dann wieder aufflog. Wie sah es da aus? Die Frau schrie und schlug mit der Feuerzange danach. Die Kinder rannten einander über den Haufen, um das Entlein zu fangen. Sie lachten und schrien. Gut war es, daß die Tür aufstand und es zwischen die Reiser in den frischgefallenen Schnee schlüpfen konnte. Da lag es ganz ermattet. Aber all die Not und das Elend, welches das Entlein in dem harten Winter erdulden mußte, zu erzählen, würde zu trübe sein. Es lag im Moor zwischen dem Rohre, als die Sonne wieder warm zu scheinen begann. Die Lerchen sangen, es war herrlicher Frühling. Da konnte auf einmal das Entlein seine Flügel schwingen. Sie brausten stärker als früher und trugen es kräftig davon. Und ehe dasselbe es recht wußte, befand es sich in einem großen Garten, wo die Äpfelbäume in Blüte standen, wo der Flieder duftete und seine langen grünen Zweige gerade bis zu den gekrümmten Kanälen hinunter neigte. Oh, hier war es schön und frühlingsfrisch. Gerade vorn aus dem Dickicht kamen drei prächtige weiße Schwäne. Sie brausten mit den Federn und schwammen leicht auf dem Wasser. Das Entlein kannte die prächtigen Tiere und wurde von einer eigentümlichen Traurigkeit befallen. Ich will zu ihnen hinfliegen, zu den königlichen Vögeln, und sie werden mich totschlagen, weil ich, da ich so häßlich bin, mich ihnen zu nähern wage. Aber das ist ja gleich viel. Besser von ihnen getötet, als von den Enten gezwackt, von den Hühnerhoff hütet, gestoßen zu werden und im Winter Mangel zu leiden. Es flog hinaus in das Wasser und schwamm den prächtigen Schwänen entgegen. Diese erblickten es und schossen mit brausenden Federn auf dasselbe los. Tötet mich nur, sagte das arme Tier und neigte seinen Kopf der Wasserfläche zu und erwartete den Tod. Aber was erblickte es in dem klaren Wasser? Es sah sein eigenes Bild unter sich, dass kein plumper, schwarzgrauer Vogel mehr, hässlich und garstig, sondern selbst ein Schwan war. Es schadet nichts, in einem Entenhofe geboren zu sein, wenn man nur in einem Schwanenei gelegen hat. Es fühlte sich ordentlich erfreut über all die Not und die Drangsal, welche es erduldet. Nun erkannte es erst sein Glück an all der Herrlichkeit, die es begrüßte. Die großen Schwäne umschwammen es und streichelten es mit dem Schnabel. Im Garten kamen da einige kleine Kinder, die warfen Brot und Korn in das Wasser und das Kleinste rief »Da ist ein Neuer!« Und die anderen Kinder jubelten mit »Ja, es ist ein Neuer angekommen!« Sie klatschten mit den Händen und tanzten umher, liefen zum Vater und zu der Mutter und es wurde Brot und Kuchen in das Wasser geworfen und sie sagten alle »Der Neue ist der Schönste, so jung und so prächtig!« Und die alten Schwäne neigten sich vor ihm. Da fühlte er sich beschämt und steckte den Kopf unter seine Flügel. Er wusste selbst nicht, was er beginnen sollte. Er war allzu glücklich, aber durchaus nicht stolz, denn ein gutes Herz wird nie stolz. Er dachte daran, wie er verfolgt und verhöhnt worden war, und hörte nun alle sagen, daß er der schönste aller schönen Vögel sei. Selbst der Flieder bog sich mit seinen Zweigen gerade zu ihm in das Wasser hinunter, und die Sonne schien warm und mild. Da brausten seine Federn, der schlanke Hals hob sich und aus vollem Herzen jubelte er, so viel Glück habe ich mir nicht träumen lassen, als ich noch das hässliche Entlein war. Ende von Das hässliche junge Entlein Die Störche Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Märchen von Hans Christian Andersen Übersetzt von Julius Reuscher Die Störche Auf dem letzten Hause in einem kleinen Dorfe stand ein Storchnest. Die Storchmutter saß im Neste bei ihren vier kleinen Jungen, welche den Kopf mit dem kleinen schwarzen Schnabel Denn der war noch nicht rot geworden hervor streckten. Ein kleines Stück davon entfernt stand auf dem Dach Rücken ganz stramm und steif der Storchvater. Er hatte das eine Bein Bein unter sich aufgezogen um doch einige Mühe zu haben während er Schildwache stand. Fast hätte man glauben mögen daß er aus Holz geschnitzt sei so still stand er. »Es vierte spießt. Höre nur, was die Kinder singen, sagten die kleinen Storchkinder. Sie singen, wir sollen gehängt und versenkt werden. Darum sollt ihr euch nicht kümmern, sagte die Storchmutter. Hört nur nicht darauf, so schadet es gar nichts. Aber die Knaben fuhren fort zu singen, und sie zischten den Storch mit den Fingern aus. Nur ein Knabe, welcher Peter hieß, sagte, daß es Unrecht sei, die Tiere zum Besten zu haben, und wollte auch gar nicht mit dabei sein. Die Storchmutter tröstete ihre Jungen. Kümmert euch nicht darum, sagte sie. Seht nur, wie ruhig euer Vater steht, und zwar auf einem Beine. Wir fürchten uns sehr, sagten die Jungen, und zogen die Köpfe tief in das Nest zurück. Am nächsten Tage, als die Kinder wieder zum Spielen zusammenkamen und die Störche erblickten, sangen sie ihr Lied. Das eine wird gehängt, das andere wird versenkt. »Würden wir wohl gehängt und versenkt werden?« fragten die Jungen Störche. »Nein, sicher nicht«, sagte die Mutter. »Ihr sollt fliegen lernen. Ich werde euch schon einüben. Dann fliegen wir hinaus auf die Wiese und statten den Fröschenbesuch ab. Die verneigen sich vor uns im Wasser, singen Quacks, Quacks, und dann essen wir sie auf. Das wird ein rechtes Vergnügen geben.« »Und was dann?« fragten die Störchjungen. »Dann versammeln sich alle Störche, die hier im ganzen Lande sind, und die Herbstübung beginnt. Da muß man gut fliegen, das ist von großer Wichtigkeit. Denn wer dann nicht ordentlich fliegen kann, wird vom Obersten mit dem Schnabel totgestochen. Deshalb gebt wohl Acht, etwas zu lernen, wenn das Üben anfängt.« »So werden wir ja doch gespießt, wie die Knaben sagten. Und hört nur, jetzt singen sie es wieder.« »Hört auf mich und nicht auf Sie. sagte die Storchmutter. Nach der großen Herbstübung fliegen wir in die warmen Länder, weit, weit von hier, über Berge und Wälder. Nach Ägypten fliegen wir, wo es dreieckige Steinhäuser gibt, die in eine Spitze auslaufen und bis über die Wolken ragen. Sie werden Pyramiden genannt und sind älter, als ein Storch sich denken kann. Da ist auch ein Fluß, welcher aus seinem Bette tritt, dann wird das ganze Land zu Schlamm. Man geht im Schlamm und isst Frösche. »Oh«, sagten alle Jungen, »ja, da ist es herrlich. Man tut den ganzen Tag nichts anderes als Essen. Und während wir es so gut haben, ist in diesem Lande nicht ein grünes Blatt auf den Bäumen. Hier ist es so kalt, daß die Wolken in Stücke frieren und in kleinen weißen Lappen herunterfallen.« Das war Schnee, den sie meinte, aber sie konnte es nicht deutlicher erklären. »Frieren denn auch die unartigen Knaben in Stücke?« fragten die jungen Störche. »Nein, in Stücke frieren sie nicht, aber sie sind nahe daran und müssen in der dunklen Stube sitzen und Duckmäusern. Ihr hingegen könnt in fremden Ländern umherfliegen, wo es Blumen und warmen Sonnenschein gibt.« Nun war schon einige Zeit verstrichen, und die Jungen waren so groß geworden, daß sie im Neste aufrecht stehen und weit umhersehen konnten. Und der Storchvater kam jeden Tag mit schönen Fröschen, kleinen Schlangen und all den Storchleckereien, die er finden konnte, geflogen. Oh, das sah lustig aus, wie er ihnen Kunststücke vormachte. Den Kopf legte er gerade herum auf den Schwanz und mit dem Schnabel klapperte er, als wäre er eine kleine Knarre. Und dann erzählte er ihnen Geschichten, alle zusammen vom Sumpfe. »Hört, nun müsst ihr fliegen lernen,« sagte eines Tages die Storchmutter, und nun mußten alle vier Jungen hinaus auf den Dach rücken. Oh, wie sie schwankten, wie sie mit den Flügeln sich im Gleichgewicht hielten und doch nahe daran waren, hinunterzufallen. »Seht nun auf mich,« sagte die Mutter, »so müßt ihr den Kopf halten, so müßt ihr die Füße stellen. Eins, zwei, eins, zwei, das ist es, was euch in der Welt forthelfen soll.« Dann flog sie ein kleines Stück, und die Jungen machten einen kleinen, unbeholfenen Sprung. Bums, da lagen sie, denn ihr Körper war zu schwerfällig. »Ich will nicht fliegen,« sagte das eine Junge, und kroch wieder in das Nest hinauf. »Mir ist nichts daran gelegen, nach den warmen Ländern zu kommen.« »Willst du denn hier erfrieren, wenn es Winter wird? Sollen die Knaben kommen, dich zu hängen, zu sängen und zu braten? Nun, ich werde sie rufen.« »O nein!« sagte der junge Storch, und hüpfte wieder auf das Dach wie die anderen. Den dritten Tag konnten sie schon ordentlich ein bisschen fliegen, und da glaubten sie, daß sie auch schweben und auf der Luft ruhen könnten. Das wollten sie, aber Bums, da purzelten sie, darum mußten sie schnell die Flügel wieder rühren. Nun kamen die Knaben unten auf der Straße und sangen ihr Lied. »Storch, Storch, fliege heim!« »Wollen wir nicht hinunterfliegen und ihnen die Augen aushacken?« sagten die Jungen. »Nein, laßt das«, sagte die Mutter. »Hört nun auf mich, das ist weit wichtiger. Eins, zwei, drei, nun fliegen wir rechts herum. Eins, zwei, drei, nun links um den Schornstein. Seht, das war sehr gut. Der letzte Schlag mit den Flügeln war so niedlich und richtig, daß ihr die Erlaubnis erhalten sollt, morgen mit mir in den Sumpf zu fliegen. Da werden mehrere hübsche Storchfamilien mit ihren Kindern sein. Zeigt mir nun, daß die meinen die niedlichsten sind und daß ihr recht einher stolziert. Das sieht gut aus und verschafft Ansehen. »Aber sollen wir uns denn nicht an den unartigen Buben rächen?« fragten die jungen Störche. »Lasst sie schreien, so viel sie wollen. Ihr fliegt doch zu den Wolken auf und kommt nach dem Lande der Pyramiden, wenn sie frieren müssen und kein grünes Blatt und keinen süßen Apfel haben. »Ja, Rache wollen wir nehmen,« zischelten sie einander zu, und dann wurde wieder geübt. Von allen Knaben auf der Straße war keiner Ärger, das Spottlied zu singen, als gerade der, welcher damit angefangen hatte, und das war ein ganz kleiner, er war wohl nicht mehr als sechs Jahre alt. Die jungen Störche glaubten freilich, daß er hundert Jahre zähle, denn er war ja viel größer als ihre Mutter und ihr Vater, und was wußten sie davon, wie alt Kinder und große Menschen sein können? Ihre ganze Rache sollte diesen Knaben treffen. Er hatte ja zuerst begonnen, und er blieb auch immer dabei. Die jungen Störche waren sehr aufgebracht, und wie sie größer wurden, wollten sie es noch weniger dulden. Die Mutter mußte ihnen zuletzt versprechen, daß sie schon gerecht werden sollten, aber nicht eher, als am letzten Tage, wo sie dort im Lande seien. Wir müssen ja erst sehen, wie ihr euch bei der großen Übung benehmen werdet. Besteht ihr schlecht, so daß der Oberst euch den Schnabel durch die Brust rennt, dann haben ja die Knaben recht, wenigstens in einer Hinsicht. Nun laßt uns sehen. Ja, das sollst du, sagten die Jungen, und so gaben sie sich alle Mühe. Sie übten sich jeden Tag und flogen so niedlich und leicht, daß es eine Lust war, zuzusehen. Nun kam der Herbst. Alle Störche begannen sich zu sammeln, um fort nach den warmen Ländern zu ziehen, während wir Winter haben. Das war ein Leben. Über Wälder und Dörfer mußten sie, nur um zu sehen, wie sie fliegen könnten, denn es war ja eine große Reise, die ihnen bevorstand. Die jungen Störche machten ihre Sache so brav, daß sie ausgezeichnet gut mit Frosch und Schlange erhielten. Das war das allerbeste Zeugnis. Und den Frosch und die Schlange konnten sie essen, das taten sie auch. Nun wollen wir Rache haben, sagten sie. Ja gewiß, sagte die Storchmutter. Was ich mir ausgedacht, ist gerade das Richtige. Ich weiß, wo der Teich ist, in welchem alle die kleinen Menschenkinder liegen, bis der Storch kommt und sie den Eltern bringt. Die niedlichsten kleinen Kinder schlafen und träumen so lieblich, wie sie später nie mehr träumen. Alle Eltern wollen gern solch ein kleines Kind haben, und alle Kinder wollen eine Schwester oder einen Bruder haben. Nun wollen wir nach dem Teiche hinfliegen, eins für jedes der Kinder zu holen, welchen nicht das böse Lied gesungen und die Störche zum Besten gehabt. Aber der, welcher zu singen angefangen, der schlimme, häßliche Knabe, schrien die jungen Störche, was machen wir mit ihm? Da liegt im Teiche ein kleines, totes Kind, das hat sich totgeträumt, das wollen wir für ihn nehmen, dann muß er weinen, weil wir ihm einen toten kleinen Bruder gebracht haben. Aber dem guten Knaben, ihn habt ihr doch nicht vergessen, ihn, der da sagte, es sei Sünde, die Tiere zum Besten zu haben, ihm wollen wir sowohl einen Bruder als eine Schwester bringen. Und da der Knabe Peter hieß, so sollt ihr allesamt Peter heißen. Und es geschah, wie sie sagte, und so hießen alle Störche Peter, und so werden sie noch genannt. Ende von Die Störche Die Hirtin und der Schornsteinfeger Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfreund in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org aufgenommen von Elli Märchen von Hans Christian Andersen übersetzt von Julius Reuscher Die Hirtin und der Schornsteinfeger Hast du wohl jenen recht alten Holzschrank ganz schwarz vom Alter und mit ausgeschnitzten Schnörkeln und Laubwerk drangesehen? Gerade ein solcher stand in einer Wohnstube. Er war von der Urgroßmutter geerbt und mit ausgeschnitzten Hosen und Tulpen von oben bis unten bedeckt. Da waren die sonderbarsten Schnörkel und aus diesen ragten kleine Hirschköpfe mit Gewein hervor. Aber mitten auf dem Schranke stand ein ganzer Mann geschnitzt. Er war freilich lächerlich anzusehen und er grinste auch. Man konnte es nicht lachen nennen. Er hatte Ziegenboxbeine, kleine Hörner am Kopf und einen langen Bart. Die Kinder im Zimmer nannten ihn immer den Ziegenboxbein Ober- und Unterkriegsbefehlshaber. Das war ein langes Wort und es gibt nicht viele, den Titel bekommen, aber ihn auszuschnitzen, das war auch etwas. Doch nun war er ja da. Immer sah er nach dem Tisch unter dem Spiegel, denn da stand eine liebliche kleine Hirtin von Porzellan. Die Schuhe waren vergoldet, das Kleid mit einer roten Rose niedlich aufgeheftet, und dann sie hatte einen Goldhut und einen Hirtenstab. Sie war wunderschön. Dicht neben ihr stand ein kleiner Schornsteinfeger, so schwarz wie Kohle, aber auch von Porzellan. Er war ebenso rein und fein als irgendein anderer, da er ein Schornsteinfeger war, nun das war ja nur etwas, was er vorstellte, der Porzellan Fabrikant hätte ebenso gut einen Prinzen aus ihm machen können, denn das hatten sie sich verlobt, sie passten ihr zueinander, sie waren von demselben Porzellan und beide gleich zerbrechlich. Dicht bei ihnen stand noch eine Figur, die war dreimal größer. Es war ein alter Chinese, der nicken konnte. Er war auch vom Porzellan und sagte, er sei der Großvater der kleinen Hirtin, aber das konnte er freilich nicht beweisen. Er behauptete, dass er Gewalt über sie habe und deswegen hatte er dem Ziegenbox Ober- und Unterkriegsbefehlshaber, der um die kleine Hirtin freite, zugenickt. Da erhältst du einen Mann, sagte der alte Chinese, einen Mann, der, wie ich fast glaube, von Maragoni Holz ist, und er kann dich zur Ziegenbox bei Ober- und Unterkriegsbefehlshaberin machen. Er hat einen ganzen Schrank voll Silberzeug, umgerechnet, was er in den geheimen Fächern hat. Ich will nicht in den dunklen Schrank hinein, sagte die kleine Hirtin, ich habe sagen hören, dass sie elf Porzellanfrauen drin hat. Dann kannst du die Zwölfte sein, sagte der Chinese, diese Nacht, sobald es in dem alten Schrank geknackt, sollte Hochzeit halten, so wahr ich ein Chinese bin, und dann nickte er mit dem Kopf und viel Schlaf. Aber die kleine Hirtin weinte und Ich will das, was du willst, sagte der kleine Schornsteinfeger, laß uns gleich gehen, ich denke wohl, daß ich dich mit meinem Handwerk ernähren kann. Wenn wir nur als glücklich von dem tische hinunter wären, sagte sie, ich werde erst froh, wenn wir in der weiten Welt draußen sind. Er tröstete sie und zeigte, wie sie ihren kleinen Fuß auf die ausgeschnittenen Ecken und das vergoldete laubwerk am Tischfuße hinabsetzen sollte. Seine Leiter nahm er auch zur Hilfe und da waren sie auf dem Fußboden. Aber als sie nach dem alten Schranke hin sahen, war da große Unruhe darin. Alle die ausgeschnittenen Hirsche steckten die Köpfe weit hervor, erhoben die Geweihe und drehten die Hälse. Der Ziegenbox bei Ober- und Unterkriegsbefehlshaber sprang in die Höhe und rief zum alten Chinesen hinüber »Nun da laufen sie fort! Nun da laufen sie fort!« Da erschragen sie und sprangen geschwind in den Schubkasten des Fenstertrittes. Hier lagen drei bis vier Spiele Karten, die nicht vollständig waren, und ein kleines Puppentheater, welches, so gut es sich tun ließ, aufgebaut war. Da wurde Komödie gespielt, und die Damen saßen in der einander nicht bekommen sollten, und die Hirtin weinte darüber, denn es war gerade wie ihre eigene Geschichte. »Das kann ich nicht aushalten«, sagte sie, »ich muss aus dem Schubkasten raus.« Als sie aber auf dem Fußboden angelangten und nach dem Tische aufblickten, da war der alte Kinese erwacht und schüttelte den ganzen Körper, unten war er ein Klumpen. »Nun kommt der alte Kinese«, schrie die kleine Hirtin und fiel auf ihre Knie nieder, so betrübt war sie. »Es fällt mir etwas ein«, sagte der Schornsteinfeger, »wollen wir in das große Gefäß, das in der Ecke steht, hinabkriechen? Da können wir auf Rosen und Lavendel liegen und im Salz in die Augen werfen, wenn er kommt. »Das kann nichts nützen«, sagte sie, überdies weiß »Hast du wirklich Mut, mit mir in die weite Welt hinaus zu gehen?« fragte der Schornsteinfeger. »Hast du auch bedacht, wie groß sie ist und dass wir nicht mehr an diesen Ort zurückkommen können?« »Ja«, sagte sie. Der Schornsteinfeger sah sie fest an und dann sagte er, »Mein Weg geht durch den Schornstein. Hast du wirklich Mut mit mir durch den Ofen sowohl durch den Kasten als durch die Röhre zu kriechen. Dann kommen wir hinaus in den Schornstein und da verstehe ich mich zu tummeln. Wir steigen so hoch, dass wir uns nicht erreichen können und dort oben geht ein Loch in die weite Welt hinaus. Und so führte er sie zur Ofentür hin. »Das sieht schwarz aus« sagte sie, aber sie ging doch mit ihm sowohl durch den Kasten als durch die Röhre wo pechfinstere Nacht herrschte. »Nun sind wir im Schornstein« sagte er »und sieh, sieh dort oben scheint der herrlichste Stern« Es war ein Stern am Himmel der zu ihnen herab schien gerade als wollte er den Weg zeigen und sie kletterten und krochen ein gräulicher Weg war es sehr hoch aber er hob und hielt sie und zeigte die mit all seinen Sternen war über ihnen und alle Dächer der Stadt tief unten sie sahen weit umher weit hinaus in die Welt Die arme Hirtin hatte es sich nie so gedacht sie legte sich mit ihrem kleinen Haupt gegen den Schornsteinfeger und dann weinte sie dass das Gold von ihrem Leibgürtel absprang »Das ist allzu viel« sagte sie »das kann ich nicht ertragen die Welt ist allzu groß wäre ich doch wieder auf dem Tische unter dem Spiegel ich werde nie froh ehe ich wieder dort bin nun ich bin in die weite Welt hinaus gefolgt nun kannst du mich wieder zurück begleiten wenn du etwas vor mir hältst Der Schornsteinfeger sprach vernünftig mit ihr von dem alten Chinesen und vom Ziegenbox bei den Ober- und unter Kriegsbefehlshaber aber sie schluchzte gewaltig und küsste ihren kleinen Schornsteinfeger dass sie nicht anders konnte als sich ihr zu fügen ob gleich es töricht war so kletterten sie wieder mit vielen beschwerden den Schornstein hinunter und krochen durch den Kasten und die Röhre es war gar nichts schönes und dann standen sie in dem dunklen Ofen da horchten sie hinter der Türe um zu erfahren wie es war in einem stück abgegangen und der kopf war in eine ecke gerollt der ziegenbox bei ober und unter kriegsbefehlshaber stand wo er immer gestanden hatte und dachte nach das ist gräßlich sagte die kleine hirtin der alte großvater in stücke zerschlagen und wir sind schuld dran das werde ich nicht überleben und sie rang ihre kleinen Hände er kann doch genietet werden sagte der schornsteinfeger er kann sehr gut genietet werden sei nur nicht heftig wenn sie ihm rücken kitten und ihm eine gute niete in den nacken geben so wird es so gut wie neu sein und kann uns noch manches unangenehmes sagen glaubst du sagte sie dann krochen sie wieder auf den Tisch hinauf wo sie früher gestanden hatten sie so weit kamen wir da hätten wir uns all die mühe ersparen können hätten wir nur den alten großvater wieder genietet sagte die hirtin wird das sehr teuer sein und genietet wurde er die familie ließ ihm den rücken kitten und er bekam eine gute niete am hals und war so gut wie neu aber nicken konnte er nicht mehr sie sind wohl hochmütig geworden seitdem sie in stücke geschlagen sind sagte der ziegenbox bei ein ober und unter kriegs befehlshaber mich dünkt dass sie nicht ursache haben so wichtig zu tun soll ich sie haben oder soll ich sie nicht haben der schornsteinfeger und die kleine hirtin sahen den alten chinesen rührend an sie fürchteten sehr er möchte nicken aber er konnte nicht und das war ihm unbehaglich einem fremden zu erzählen dass er beständig eine Niete im steinfeger aufgenommen von ellie oktober 2009 das feuerzeug dies ist eine libravox aufnahme alle libravox aufnahmen sind lizenzfrei an den öffentlichen besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei libravox punkt org aufgenommen von ellie märchen von hans christian andersen übersetzt von julius reuscher das feuerzeug es kam ein soldat auf der landstraße der her marschiert eins zwei eins zwei er hatte seinen tornister auf dem rücken und einen säbel an der seite denn er war im krieg gewesen und wollte nun nach hause da begegnete einer alten hexe auf der landstraße sie war widerlich ihre unterlippe hing gerade bis auf die brust hinunter sie sagte guten abend soldat was hast doch für einen schönen säbel und einen großen tan ist du bist ein wahrer soldat nun du sollst so viel geld haben als du besitzen magst ich danke dir du alte hexe sagte der soldat siehst du den großen baum da sagte die hexe und zeigte auf einen baum der innen zur seite stand er inwendig ganz hohl da musst du den gipfel erklettern dann erblickst du ein loch durch welches du dich hinabgleiten lassen und tief in den baum gelangen kannst ich werde dir einen strick um den leib binden damit ich dich wieder heraufziehen kann wenn du mich rufst was soll ich denn da unten im baume fragte der soldat geld holen sagte die hexe wisse wenn auf den boden des baumes hinunter kommst so bist du in einer großen halle da ist es ganz hell denn da brennen über hundert lampen dann erblickst du drei türen du kannst sie öffnen der schlüssel steckt dran gehst du in die erste kammer hinein so erblickst du mitten auf dem fußboden eine große kiste auf derselben sitzt ein Hund er hat Augen so groß wie ein paar teetassen doch darum brauchst du dich nicht zu kümmern ich gebe dir meine blaue schürze die kannst du auf dem fußboden ausbreiten geh dann rasch hin und nimm den hund setz ihn auf meine schürze öffne die kiste und nimm so viel geld als du willst es ist lauter kupfer willst du lieber silber haben so musst du in das nächste wenn du in die dritte kammer hineingehst aber der hund welcher auf dem geldkasten sitzt hat zwei augen jedes so groß als ein turm glaub mir das ist ein ordentlicher hund aber daran sollst dich nicht kehren setz ihn auf meine schürze so tut dir nichts und nimm aus der kiste so viel gold als du willst das ist nicht übel sagte der soldat aber was soll ich dir geben als er das letzte mal da unten war nun so binde mir den strick um den leib sagte der soldat hier ist er sagte die hexe und hier ist meine blaue schürze dann kletterte der soldat in den baum hinauf ließ sich in das loch hinunter gleiten und stand nun die hexe gesagt hatte unten in der großen halle wo die viele lampen brannten nun öffnete er die erste türe da saß ein hund mit großen augen so groß wie teetassen und glotzte ihn an du bist ein netter kerl sagte der soldat setzte ihn auf die schürze der hexe und nahm so viel kupfergeld als seine tasche fassen konnte schloss dann die kiste setzte den hund wieder darauf und ging in das andere zimmer hinein die schürze der hexe aber als er das viele silbergeld in der kiste erblickte warf er all das kupfergeld was er hatte fort und füllte die tasche und den tonister nur mit silber nun ging er in die dritte kammer das war hässlich der hund hatte wirklich zu augen so groß wie ein turm und die drehten sich im kopf gerade wie müllräder guten abend sagte der soldat und berührte die mütze denn einen solchen hund hatte er früher nie gesehen aber als er etwas genauer betrachtete dachte er nun ist es genug hob ihn auf den fußboden herunter und machte die kiste auf was war da für eine menge gold er konnte dafür die ganze stadt und die zuckerferkel der kuchen frauen alle zinn soldaten peitschen und schaukelpferde in der ganzen welt kaufen ja das war einmal gold nun warf der soldat alles silbergeld womit er seine taschen und seinen tannister gefüllt hatte fort und nahm dafür gold ja alle taschen der tannister die mütze und die stiefel wurden gefüllt so dass er kaum gehen konnte nun hatte er geld den hund setzte auf die kiste schlug die türe zu und rief nach dem baum hinauf zieh mich jetzt in die höhe du alte hexe hast du auch das feuerzeug fragte die hexe wahrhaftig sagte der soldat das habe ich vergessen und er ging und holte es die hexe zog ihn herauf und er stand er wieder auf der landstraße die tasche stiefel tonister und mütze voll gold was willst du mit dem feuer sagt fragte der soldat das geht dich nichts an sagte die hexe nun hast du ihr geld bekommen gib mir das feuerzeug ach was sagte der soldat willst du mir gleich sagen was du damit willst oder ich ziehe meinen säbel und schlage dir den kopf ab nein sagte die hexe da schlug der soldat ihr den kopf ab da lag sie aber er band all sein Geld in ihr schürze nahm es wie ein bündel auf seinen rücken steckte das feuerzeug ein und ging gerade nach der stadt das war eine prächtige stadt und in den prachtvollsten wirtshäusern kehrte er ein verlangte die allerbesten zimmer und seine lieblingsspeisen denn nun war er reich da er so viel Geld hatte dem diener welcher seine stiefel putzte kam es freilich vor als seien es ährmliche alte stiefel die ein so reicher herr besaß aber er hatte sich noch keine neuen gekauft am nächsten tage bekam er anständige stiefel und schöne kleider nun war aus dem soldaten ein vornehmer herr geworden und man erzählte ihm von all den herrlichkeiten die in der stadt waren und von dem könige und was für eine niedliche prinzessin seine tochter sei wo aus dem könig darf bier aus und eingehen denn es ist prophezeit dass sie an einen ganz gemeinden soldaten verheiratet wird und das kann der könig nicht zugeben ich möchte sie wohl sehen dachte der soldat aber dazu konnte er durchaus keine erlaubnis erhalten nun lebte er recht lustig besuchte das theater fuhr in das königs garten gab den armen viel Geld und das war hübsch es sei ein vortrefflicher mensch ein wahrer edelmann und das hatte der soldat gern aber da er jeden tag geld ausgab und nie etwas ein nahm so blieben ihm zuletzt nicht mehr als zwei groschen übrig und er musste die schönen zimmer verlassen wo er gewohnt hatte und oben in einer ganz kleinen kammer wohnen dicht unter dem dache seine stiefel selbst bürsten und sie mit einer stopfnadel zusammen nähen und keiner seiner freunde kam zu ihm denn es waren so viele treppen hinauf zu steigen es war ein ganz dunkler abend und er konnte sich nicht einmal ein licht kaufen aber da fiel es ihm ein daß ein kleines stückchen in dem feuerzeug liege welches er aus dem hohlen baume in welchen um die hexe hinunter geholfen genommen hatte er holte das feuerzeug stand vor ihm und sagte was befiehlt mein her was ist das sagte der soldat das ist hier ein lustiges feuerzeug wenn ich so bekommen kann was ich haben will schaffe mir etwas geld sagte er zu dem hunde und schnell war er fort und wieder da und hielt einen beutel voll geld in sein maule nun wußte der soldat was für ein prächtiges feuerzeug das war schlug er einmal so kam der hund der kiste mit kupfergeld saß schlug er zweimal so kam der welcher das silbergeld hatte und schlug er dreimal so kam der welcher das gold hatte nun zog der soldat wieder in die schönen zimmer hinunter er schien wieder in schönen kleidern und da erkannten ihn sogleich alle seine Freunde und hielten sehr viel von ihm da dachte er einst es ist doch etwas recht sonderbares dass man die prinzessin nicht zu sehen bekommen kann sie soll sehr schön sein aber was kann das helfen wenn sie immer in dem großen kupferschloss mit den vielen türmen sitzen soll kann ich sie denn gar nicht zu sehen bekommen wo ist mein feuerzeug er schlug feuer und kam der hund mit den so so groß wie teetassen es ist freilich mitten in der nacht sagte der soldat aber ich möchte herzlich gern die prinzessin nur einen augenblick sehen der hund war gleich aus der tür und ehe der soldat dran dachte sah ihn schon mit der prinzessin wieder sie saß und schlief auf dem rücken des hundes und war so lieblich dass jeder man sehen konnte dass es wirklich eine prinzessin war der soldat konnte es durchaus nicht unterlassen sie zu küssen denn er war ganz und gar soldat darauf lief der hund mit der prinzessin zurück doch als es morgen wurde und der könig und die königin kamen sagte die prinzessin sie habe in der vorherigen nacht einen ganz sonderbaren traum von einem hunde und einem soldaten gehabt sie sei auf dem hunde geritten und der soldat habe sie geküsst das ist wahrlich eine schöne geschichte sagte sehnsucht die prinzessin wieder zu sehen und so kam denn der hund in der nacht nahm sie und lief was er konnte aber die alte hofdame lief ebenso schnell hinterher als nun sah dass jene in einem großen haus verschwanden dachte sie nun weiß ich wo es ist und sie machte mit einem stück kreide ein großes kreuz an die tür dann ging sie nach hause denn nun konnte er die hofdame die richtige thüre nicht finden da kreuzer an allen waren frühmorgens kamen der könig und die königin die alte hofdame und alle offiziere um zu sehen wo die prinzessin gewesen war da ist es sagte der könig als sie die erste thür mit einem kreuzer blickte nein dort ist es mein lieber man sagte die königin als die kreuzer darauf gewahr wurde aber da ist eins und dort ist eins sagten alle wohin sie blickten waren kreuzer an den türen da begriffen sie wohl dass kreuzer den ganzen weg bestreuen konnte den die prinzessin nahm in der nacht kam nun der hund wieder nahm die prinzessin auf den rücken und lief mit ihr zu dem soldaten hin der sie lieb hatte und gern ein prinz sein mögen um sie zur frau bekommen zu können der hund merkte nicht wie die kreuzer gerade vom schlosse bis zum fenster des soldaten wo er die mauer mit der prinzessin hinauf lief sich ausstreute am morgen sahen der könig und die königin nun wohl wie ihre tochter gewesen war und er nahmen sie den soldaten und setzten ihn ins gefängnis da saß er wie dunkel und hässlich war es da und dazu sagte man ihm morgen wirst du gehängt werden das zu hören war eben nicht ergötzlich und sein feuerzeug hatte er zu hause im gasthufe gelassen am morgen konnte er durch das eisengitter vor dem kleinen fenster sehen wie sich das volk beeilte aus der stadt zu kommen um ihn hängen zu sehen er hörte die trommeln und sah die soldaten marschieren alle mädchen liefen hinaus unter ihnen war auch ein schuhmacher junge mit schurzfell und pantoffeln er lief so im als einer seiner pantoffeln abflog gerade gegen die mauer wo der soldat saß und durch das eisengitter hinaussah ei du schuhmacher junge du brauchst nicht solche eile zu haben sagte der soldat zu ihm es wird nichts draus bevor ich komme willst du aber hinauflaufen wo ich wohne und mir mein feuerzeug holen so sollst du vier groschen haben aber du mußt schnell machen der schuhmacher junge wollte gern die vier groschen haben und lief fort nach dem feuerzeuge brachte es dem soldaten und ja nun wir werden hören außerhalb der stadt war in großer galgen gemauert ringsum standen die soldaten und viele tausend menschen der könig und die königin saßen oben auf einem prächtigen thron den richtern und dem ganzen rat gegenüber der soldat stand schon oben auf der leiter aber als sie ihm den strick um den hals legen wollten sagte er dass man ja immer einem armen sünder bevor er seine strafe erdulde die erfüllung eines unschuldigen wunsches gewähre er möchte einen pfeife tabak rauchen es sei die letzte die er in dieser welt bekomme das wollte der könig ihm dann auch nicht abschlagen und so nahm der soldat sein feuerzeug und schlug feuer ein zwei dreimal da standen alle drei hunde der mit den augen so groß wie teetassen der mit den augen so groß wie müllräder und der welcher so groß wie ein turm hatte helft mir dass ich nicht gehängt werde sagte der soldat und da fielen die hunde über die richter und den ganzen rad her nahmen den einen bei den beinen und den anderen und warf sie den anderen nach da erschragen die soldaten und alles voll grief guter soldat du sollst unser könig sein und die schöne prinzessin haben dann setzten sie den soldaten in das königskutsche und alle drei hunde tanzten vorauf und riefen hurra und die knaben pfiffen auf den fingern und die soldaten präsentierten das gewehr die prinzessin kam aus dem kupfernen schlosse und wurde königin und das gefiel ihr wohl die hochzeit währte acht tage lang und die hunde saßen bei tische und machten große augen Ende von das feuerzeug gelesen von ellie oktober 2009 märchen von hans christian andersen übersetzt von julius reuscher der reisekamerad teil eins der arme johannes war tief betrübt denn sein vater war sehr krank und konnte nicht genesen außer den beiden war niemand in dem kleinen zimmer die lampe auf dem tische war dem erlöschen nahe und es war spät abends du warst ein guter sohn johannes sagte der kranke vater der liebe gott wird dir schon in der welt fort helfen er sah ihn mit ernsten milden augen an holte tief atem und starb es war gerade als ob er schliefe aber johannes weinte nun hatte er gar niemand in der ganzen welt weder vater noch mutter schwester oder bruder der arme johannes er lag vor dem bette auf seinen knien und küßte des toten vaters hand und weinte viele bittere tränen aber zuletzt schlossen sich seine augen und er schlief ein mit dem haupte auf dem harten bettpfosten siehst du siehst du was für eine braut du erhalten hast sie ist die schönste in der ganzen welt da erwachte er und alle herrlichkeit war vorbei sein vater lag tot und kalt im bette es war niemand bei ihm der arme johannes in der folgenden woche wurde der tote begraben johannes ging dicht hinter dem sarge und konnte nun den guten vater nicht mehr zu sehen bekommen der ihn so geliebt hatte er hörte wie man die erde auf den sarg hinunter warf sah noch die letzte ecke desselben aber bei der nächsten schaufel erde welche hinabgeworfen wurde war auch sie verschwunden da war es gerade als wollte sein herz in stücke springen so betrübt war er man sang noch am grabe einen psalm was sehr schön klang und die tränen traten unserem johannes in die augen er weinte und das tat seiner trauer wohl die sonne schien herrlich auf die grünen bäume gerade als wollten sie sagen du mußt nicht so betrübt sein johannes siehst du wie schön blau der himmel ist dort oben ist nun dein vater und bittet den lieben gott daß es dir alle zeit wohl ergehen möge daß 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 lächelte daß Vögel saßen oben in den Kastanienbäumen und zwitscherten Quivitt, Quivitt. Sie waren munter, obgleich sie mit beim Begräbnisse waren, aber sie wußten wohl, dass der tote Mann oben im Himmel war, Flügel hatte, weit schönere und größere als die ihrigen, und dass er glücklich sei, weil er hier auf Erden gut gewesen war, und darüber waren sie vergnügt. Johannes sah, wie sie von den grünen Bäumen weit in die Welt hinausflogen, und da bekam er Lust, mitzufliegen. Aber zuerst machte er ein großes Kreuz von Holz, um es auf seines Vaters Grab zu setzen, und als er es am Abend dahin brachte, war das Grab mit Sand und Blumen geschmückt. Das hatten fremde Leute getan, denn sie hielten alle viel von dem lieben Vater, der nun tot war. Früh am nächsten Morgen packte Johannes sein kleines Bündel zusammen und verwahrte in seinem Gürtel sein ganzes Erbteil, welches fünfzig Taler und ein paar Pfennige betrug. Damit wollte er in die Welt hinauswandern. Aber zuerst ging er nach dem Kirchhofe zu seines Vaters Grab, betete ein Vaterunser und sagte, Lebe wohl, du lieber Vater. Ich will immer ein guter Mensch sein. Darum bitte ich den lieben Gott, dass es mir wohl ergehe. Draußen auf dem Felde, wo Johannes ging, standen alle Blumen frisch und schön in dem warmen Sonnenschein, und sie nickten im Winde, gerade als wollten sie sagen, Willkommen im Grünen, ist es hier nicht schön? Aber Johannes wendete sich noch einmal zurück, um die alte Kirche zu betrachten, wo er als kleines Kind getauft worden, wo er jeden Sonntag mit seinem Vater zum Gottesdienst gewesen war und die schönen Lieder gesungen hatte. Da sah er hoch oben in einer Öffnung des Turms den Kirchenkobolt mit seiner kleinen, roten Mütze stehen, das Antlitz mit dem gebogenen Arm beschattend, da ihm sonst die Sonne in die Augen stach. Johannes nickte ihm lebewohl zu, und der kleine Kobold schwenkte seine rote Mütze, legte die Hand auf das Herz und warf ihm viele Kusshände zu, um zu zeigen, wie er ihm Gutes und namentlich eine recht glückliche Reise wünsche. Johannes dachte daran, wie viel Schönes er nun in der großen Welt zu sehen bekommen werde, und ging weiter, so weit, als er früher nie gewesen war. Er kannte die Orte gar nicht, durch die er kam, oder die Menschen, denen er begegnete. Er war in der Fremde. Die erste Nacht mußte er sich auf einen Heuschober auf dem Felde schlafen legen, ein anderes Bett hatte er nicht. Aber das war gerade hübsch, meinte er, der König könnte es nicht besser haben. Das ganze Feld mit dem Flusse, der Heuschober und der blaue Himmel darüber, das war gerade eine schöne Schlafkammer. Das grüne Gras mit den kleinen, roten und weißen Blumen war die Fußdecke, die Fliederbüsche und die wilden Rosenhecken waren Blumensträuße, und zum Waschbecken diente ihm der ganze Fluß mit dem klaren, frischen Wasser, wo das Schilf sich neigte und ihm guten Abend wie guten Morgen bot. Der Mond war eine große Nachtlampe, hoch oben unter der Decke. Der zündete die Vorhänge nicht an mit seinem Feuer. Johannes konnte ganz ruhig schlafen. Er tat es auch und erwachte erst wieder, als die Sonne aufging und alle die kleinen Vögel ringsumher sangen, »Guten Morgen! Guten Morgen! Bist du noch nicht auf?« Die Glocken läuteten zur Kirche. Es war Sonntag. Die Leute gingen hin, den Prediger zu hören, und Johannes folgte ihnen, sang das geistliche Lied mit und hörte Gottes Wort. Es war ihm gerade, als wäre er in der Kirche, in der er getauft worden war, wo er Psalmen mit seinem Vater gesungen hatte. Draußen auf dem Kirchhofe waren viele Gräber, und auf einigen wuchs hohes Gras. Da dachte Johannes an seines Vaters Grab, welches am Ende auch so aussehen werde wie diese, da er es nicht reinhalten und schmücken konnte. Er setzte sich also nieder und riß das Gras ab, richtete die Holzkreuze auf, welche umgefallen waren, und legte die Kränze, die der Wind vom Grabe fortgerissen hatte, wieder auf ihre Stelle, in dem er dachte, »Vielleicht tut jemand dasselbe an meines Vaters Grab, nun ich es nicht tun kann.« Draußen vor der Kirchhofstür stand ein alter Bettler und stützte sich auf seine Krücke. Johannes gab ihm die Pfennige, die er hatte, und ging dann glücklich und vergnügt weiter fort, in die weite Welt hinaus. Gegen Abend wurde es ein erschrecklich böses Wetter. Johannes sputete sich, unter Dach zu gelangen, aber es wurde bald finstere Nacht. Da erreichte er endlich eine kleine Kirche, die ganz einsam auf einem kleinen Hügel lag. Die Tür stand zum Glück nur angelehnt, und er schlüpfte hinein. Hier wollte er bleiben, bis das böse Wetter sich gelegt hatte. »Hier will ich mich in einen Winkel setzen«, sagte er. »Ich bin ganz ermüdet und bedarf wohl der Ruhe.« Dann setzte er sich nieder, faltete seine Hände und betete sein Abendgebet, und bevor er es wußte, schlief und träumte er, während es draußen blitzte und donnerte. Als er wieder erwachte, war es mitten in der Nacht, aber das böse Wetter war vorübergezogen, und der Mond schien durch die Fenster zu ihm herein. Mitten in der Kirche stand ein offener Sarg mit einem toten Mann darin, denn er war noch nicht begraben. Johannes war durchaus nicht furchtsam, denn er hatte ein gutes Gewissen und wußte wohl, daß die Toten niemand etwas zu Leide tun. Es sind lebende, böse Menschen, die Übles tun. Solche zwei lebende, schlimme Leute standen dicht bei dem toten Mann, der hier in die Kirche hineingesetzt war, bevor er beerdigt wurde. Dem wollten sie Übles erweisen, ihn nicht in seinem Sarge liegen lassen, sondern ihn draußen vor die Kirchtür werfen, den armen, toten Mann. Weshalb wollt ihr das tun? fragte Johannes. Das ist böse und schlimm, laßt ihn in Jesu Namen ruhen. O Schnickschnack, sagten die beiden häßlichen Menschen. Er hat uns angeführt, er schuldet uns Geld, das konnte er nicht bezahlen. Und nun, da er tot ist, bekommen wir keinen Pfennig. Deshalb wollen wir uns rächen. Er soll wie ein Hund draußen vor der Kirchtür liegen. Ich habe nicht mehr als fünfzig Taler, sagte Johannes. Das ist mein ganzes Erbteil. Aber das will ich euch gern geben, wenn ihr mir ehrlich versprechen wollt, den armen, toten Mann in Ruhe zu lassen. Ich werde schon durchkommen ohne das Geld. Ich habe starke, gesunde Gliedmaßen, und der liebe Gott wird mir alle Zeit helfen. Ja, sagten die häßlichen Menschen. Wenn du seine Schuld bezahlen willst, wollen wir beide ihm nichts tun. Darauf kannst du dich verlassen. Sie nahmen das Geld, welches ihnen Johannes gab, lachten laut auf über seine Gutmütigkeit und gingen ihres Weges. Johannes aber legte die Leiche wieder im Sarge zurecht, Faltete ihre Hände, nahm Abschied von ihr und ging dann durch den großen Wald zufrieden weiter. Ringsumher, wo der Mond durch die Bäume hereinscheinen konnte, sah er die niedlichen kleinen Elfen lustig spielen. Sie ließen sich nicht stören. Sie wußten wohl, dass er ein guter, unschuldiger Mensch war, und es sind nur die bösen Leute, welche die Elfen nicht zu sehen bekommen. Einige von ihnen waren nicht größer als ein Finger breit ist und hatten ihre langen, gelben Haare mit goldenen Kämmen aufgeheftet. Zwei und zwei schaukelten sie sich auf den großen Tautropfen, die auf den Blättern und dem hohen Grase lagen. Zuweilen rollte ein Tropfen herab und fiel nieder zwischen den langen Grashalmen, und das verursachte ein Gelächter und Lärmen unter den anderen Kleinen. Es war allerliebst. Sie sangen, und Johannes erkannte ganz deutlich alle die hübschen Lieder, die er als kleiner Knabe gelernt hatte. Große, bunte Spinnen mit silbernen Kronen auf dem Kopfe mußten von der einen Hecke zur anderen lange Hängebrücken und Paläste spinnen, welche, da der feine Tau darauf fiel, wie glänzendes Glas im klaren Mondscheine aussahen. So wehrte es fort, bis die Sonne aufging. Die kleinen Elfen krochen dann in die Blumenknospen, und der Wind erfasste ihre Brücken und Schlösser, die als Spinnweben durch die Luft dahin flogen. Johannes war nun aus dem Walde gekommen, als eine starke Mannsstimme hinter ihm rief, »Hei da, Kamerad, wohin geht die Reise?« »In die weite Welt hinaus«, sagte Johannes. »Ich habe weder Vater noch Mutter, bin ein armer Bursche, aber der Herr hilft mir wohl.« »Ich will auch in die weite Welt hinaus«, sagte der fremde Mann, »wollen wir beide einander Gesellschaft leisten?« »Jawohl«, sagte Johannes, und sie gingen miteinander. Bald wurden sie sich recht gut, denn sie waren beide gute Menschen. Aber Johannes merkte wohl, daß der Fremde viel klüger war als er. Er hatte fast die ganze Welt durchreist, und wußte von allem Möglichen, was existierte, zu erzählen. Die Sonne war schon hoch herauf, als sie sich unter einen großen Baum setzten, ihr Frühstück zu genießen. Zur selben Zeit kam eine alte Frau daher. Sie ging ganz krumm, stützte sich auf einen Krückstock und hatte auf ihrem Rücken ein Bündel Brennholz, welches sie sich im Walde gesammelt hatte. Ihre Schürze war aufgebunden, und Johannes sah, daß drei große Ruten von Farrenkraut und Weidenreisern daraus hervorsahen. Als sie ihnen ganz nahe war, glitt ihr ein Fuß aus, sie fiel und schrie gewaltig, denn sie hatte ein Bein gebrochen, die arme alte Frau. Johannes meinte sogleich, daß sie die Frau nach Hause tragen wollten, wo sie wohnte, aber der Fremde machte sein Ränzel auf und sagte, daß er hier eine Salbe habe, welche sogleich ihr Bein wieder ganz und kräftig machen werde, so daß sie selbst nach Hause gehen könne, und zwar, als ob sie nie das Bein gebrochen hätte. Aber dafür wollte er auch, daß sie ihm die drei Ruten schenke, die sie in ihrer Schürze habe. »Das wäre gut bezahlt«, sagte die Alte, und nickte ganz eigen mit dem Kopfe. Sie wollte die Ruten eben nicht gern hergeben. Aber es war auch nicht angenehm, mit gebrochenem Beine dazuliegen. So gab sie ihm denn die Ruten, und so wie er nur die Salbe auf das Bein gerieben hatte, erhob sich auch die alte Mutter und ging viel besser als zuvor. Das hatte die Salbe bewirkt, aber die war auch nicht in der Apotheke zu haben. »Was willst du mit den Ruten?« fragte Johannes nun seinen Reisekameraden. »Das sind drei schöne Kräuterbesen«, sagte er. »Die liebe ich sehr, denn ich bin ein sonderbarer Mann.« Dann gingen sie noch ein gutes Stück. »Wie der Himmel sich umzieht«, sagte Johannes und zeigte geradeaus, »das sind erschrecklich dicke Wolken.« »Nein«, sagte der Reisekamerad, »das sind keine Wolken, das sind Berge, die herrlichen großen Berge, wo man ganz hinauf über die Wolken in die frische Luft gelangt. Glaube mir, das ist herrlich. Bis morgen sind wir sicher schon dort.« Das war nicht so nahe, wie es aussah. Sie hatten einen ganzen Tag zu gehen, bevor sie die Berge erreichten, wo die schwarzen Wälder gerade gegen den Himmel aufwuchsen, und wo es Steine gab, gerade so groß als eine ganze Stadt. Das mochte wahrlich eine schwere Anstrengung werden, da hinüberzukommen, aber darum gingen auch Johannes und der Reisekamerad in das Wirtshaus, um auszuruhen und Kräfte zum morgenden Marsche zu sammeln. Unten in der großen Schenkstube im Wirtshause waren viele Menschen versammelt. Denn da war ein Mann, der gab ein Puppenspiel. Er hatte gerade seine kleine Bühne aufgestellt, und die Leute saßen ringsumher, um die Komödie zu sehen. Ganz vorn aber hatte ein dicker Schlechter Platz genommen, und zwar den allerbesten. Sein großer Bullenbeißer, der recht grimmig aussah, saß an seiner Seite und machte große Augen, gerade wie die anderen Zuschauer. Nun begann ein niedliches Stück mit einem Könige und einer Königin, die saßen auf dem schönsten Thron, hatten goldene Kronen auf dem Haupte, und lange Schleppen an den Kleidern, denn das konnten sie haben. Die niedlichsten Holzpuppen mit Glasaugen und großen Schnurrbärten standen an allen Türen und machten auf und zu, damit frische Luft in das Zimmer kommen konnte. Es war gerade ein recht hübsches Stück und gar nicht traurig, aber wie die Königin aufstand und über den Fußboden hinging, da, Gott mag wissen, was der große Bullenbeißer sich dachte, machte er, da der dicke Schlechter ihn nicht hielt, einen Sprung in das Theater, nahm die Königin mitten um den Leib, so daß es knickknack ging. Es war ganz erschrecklich. Der arme Mann, der das Stück aufführte, war sehr erschrocken und betrübt über seine Königin, denn es war die allerniedlichste Puppe, die er hatte, und nun hatte ihr der häßliche Bullenbeißer den Kopf abgebissen. Aber als die Leute später fortgingen, sagte der Fremde, der mit Johannes gekommen war, daß er sie wieder zurechtmachen werde. Und dann nahm er seine Flasche hervor und schmierte die Puppe mit der Salbe, womit er der alten Frau geholfen, als sie ihr Bein gebrochen hatte. So wie die Puppe geschmiert war, wurde sie wieder ganz. Ja, sie konnte sogar alle ihre Glieder bewegen. Man brauchte gar nicht mehr an der Schnur zu ziehen. Die Puppe war wie ein lebendiger Mensch, nur daß sie nicht sprechen konnte. Der Mann, der das kleine Puppentheater hatte, wurde sehr froh. Nun brauchte er diese Puppe gar nicht mehr zu halten, die konnte ja von selbst tanzen. Das konnte keine der anderen. Als es Nacht geworden und alle Leute im Wirtshause zu Bett gegangen waren, da war jemand, der erschrecklich tief seufzte und so lange damit fortfuhr, bis alle aufstanden, um zu sehen, wer es sein könnte. Der Mann, der das Stück gegeben hatte, ging nach seinem kleinen Theater hin, denn dort war es, wo jemand seufzte. Alle Holzpuppen lagen untereinander, der König und alle Trabanten, und die waren es, die so jämmerlich seufzten und mit ihren Glasaugen stierten, denn sie wollten so gern gleich der Königin ein wenig geschmiert werden, damit sie sich auch von selbst ein wenig bewegen könnten. Die Königin legte sich gerade auf die Knie und streckte ihre prächtige Krone in die Höhe, während sie bat, »Nimm mir diese, aber schmiere meinen Gemahl und meine Hofleute!« Da konnte der arme Mann, der die Komödie und alle Puppen besaß, nicht unterlassen, zu weinen, denn es tat ihm wirklich ihretwegen leid. Er versprach sogleich dem Reisekameraden, ihm alles Geld zu geben, was er am nächsten Abend für sein Spiel erhalten werde, wenn er nur vier bis fünf von seinen niedlichsten Puppen schmieren wollte. Aber der Reisekamerad sagte, daß er durchaus nichts anderes verlange, als den großen Säbel, den jener an seiner Seite habe. Und als er den erhielt, beschmierte er sechs Puppen, die sogleich tanzten, und das so niedlich, daß alle Mädchen, die lebendigen Menschenmädchen, die es sahen, sogleich mittanzten. Der Kutscher und die Köchin tanzten, der Diener und das Stubenmädchen, alle Fremden und die Feuerschaufel und die Feuerzange, aber diese fielen um, als sie die ersten Sprünge machten. Ja, das war eine lustige Nacht. Ende von Der Reisekamerad Teil 1 Der Reisekamerad Teil 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Märchen von Hans Christian Andersen Übersetzt von Julius Reuscher Der Reisekamerad Teil 2 Am nächsten Morgen ging Johannes mit seinem Reisekameraden fort auf die hohen Berge hinauf und durch die hohen Tannenwälder. Sie kamen so hoch hinauf, daß die Kirchtürme tief unter ihnen zuletzt wie kleine rote Beeren unter all dem grünen aussahen und sie konnten weithin sehen viele, viele Meilen weit wo sie nie gewesen waren. So viel Schönes der prächtigen Welt hatte Johannes früher nie gesehen und die Sonne schien warm aus der frischen Luft. Er hörte auch zwischen den Bergen die Jäger das Waldhorn so schön und lieblich blasen, daß ihm vor Freude das Wasser in die Augen trat und er nicht unterlassen konnte auszurufen Du guter lieber Gott ich möchte dich küssen weil du so gut gegen uns alle bist und uns all die Herrlichkeit die in der Welt ist gegeben hast. Der Reisekamerad stand auch mit gefalteten Händen da und sah über den Wald und die Städte in den warmen Sonnenschein hinaus zu gleicher Zeit ertönte es wunderbar lieblich über ihren Häuptern sie blickten in die Höhe ein großer weißer Schwan schwebte in der Luft und sang wie sie früher nie einen Vogel hatten singen hören aber der Gesang wurde schwächer und schwächer der schöne Vogel neigte seinen Kopf und sang ganz langsam zu ihren Füßen nieder wo er tot liegen blieb Zwei so herrliche Flügel sagte der Reisekamerad so weiß und groß wie die welche der Vogel hat sind Geldes wert die will ich mitnehmen siehst du nun wohl daß es gut war daß ich einen Säbel bekam und so hieb er beide Flügel des toten Schwanes ab die wollte er behalten sie reisten nun viele viele Meilen weit fort über die Berge bis sie zuletzt eine große Stadt vor sich sahen mit hundert Türmen die wie Silber in der Sonne erglänzten mitten in der Stadt war ein prächtiges Marmorschloß mit Gold gedeckt und hier wohnte der König Johannes und der Reisekamerad wollten nicht sogleich in die Stadt gehen sondern blieben im Wirtshause draußen vor der Stadt damit sie sich putzen konnten denn sie wollten gut aussehen wenn sie in die Stadt kamen der Wirt erzählte ihnen daß der König ein ganz guter Mann sei der nie einem Menschen das geringste zu Leide tue aber seine Tochter ja Gott behüte uns das sei eine schlimme Prinzessin Schönheit besaß sie genug keine konnte so hübsch und so niedlich sein als sie war aber was half das sie war eine Hexe die Schuld daran war daß viele herrliche Prinzen ihr Leben verloren hatten allen Menschen hatte sie die Erlaubnis erteilt um sie freien zu dürfen ein jeder konnte kommen er mochte Prinz oder Bettler sein das war ihr ganz gleichgültig er sollte nur drei Sachen raten an die sie gedacht hatte und um die sie ihn befragte könne er das so wollte sie sich mit ihm verbinden und er sollte König über das ganze Land sein wenn ihr Vater sterbe konnte er aber die drei Sachen nicht raten so ließ sie ihn aufhängen oder ihm den Kopf abhauen ihr Vater der alte König war sehr betrübt darüber aber er konnte ihr nicht verbieten so böse zu sein denn er hatte einmal gesagt er wolle nie etwas mit ihren Liebhabern zu tun haben sie könne selbst tun was sie wolle jedes Mal wenn ein Prinz kam und raten sollte um die Prinzessin zu erhalten so konnte er es nicht und dann wurde er gehängt oder geköpft er war ja bei Zeiten gewarnt worden er hätte das Freien unterlassen können der alte König war so betrübt über all die Trauer und das Elend daß er einen ganzen Tag des Jahres mit all seinen Soldaten auf den Knien lag und betete die Prinzessin möge gut werden aber das wollte sie durchaus nicht die alten Frauen die Brandwein tranken färbten denselben ganz schwarz bevor sie ihn tranken so trauerten sie und mehr konnten sie doch nicht tun die häßliche Prinzessin sagte Johannes sie sollte wirklich die Rute haben das würde ihr gut tun wäre ich der alte König so würde sie bald anders werden da hörten sie das Volk draußen Hurra rufen die Prinzessin kam vorbei und sie war wirklich so schön daß alle Leute vergaßen wie böse sie war deshalb riefen sie Hurra zwölf schöne Jungfrauen allesamt in weißen Seidenkleidern und eine goldene Tulpe in der Hand retten auf kohlschwarzen Pferden ihr zur Seite die Prinzessin selbst hatte ein kreideweißes Pferd mit Diamanten und Rubinen geschmückt ihr Reitkleid war von reinem Golde und die Peitsche die sie in der Hand hatte sah aus als wäre sie ein Sonnenstrahl die goldene Krone auf dem Haupte war gerade wie kleine Sterne oben vom Himmel und der Mantel war von mehr als tausend schönen Schmetterlingsflügeln zusammengenäht dessen ungeachtet war sie viel schöner als alle ihre Kleider als Johannes sie zu sehen bekam wurde er so rot in seinem Antlitz wie ein Blutstropfen und er konnte kaum ein einziges Wort sagen die Prinzessin sah ganz so aus wie das Mädchen mit der goldenen Krone von dem er in der Nacht geträumt hatte in der sein Vater gestorben war er fand sie außerordentlich schön und konnte nicht unterlassen sie recht zu lieben das sei gewiß nicht wahr sagte er daß sie eine böse Hexe sei welche die Leute hängen oder köpfen lasse wenn sie nicht raten könnten was sie von ihnen verlangte ein jeder hat ja die Erlaubnis um sie zu freien sogar der ärmste Bettler ich will nach dem Schlosse gehen denn ich kann es nicht unterlassen jedermann sagte ihm er möge das nicht tun es werde ihm sonst bestimmt wie allen den anderen ergehen der Reisekamerad riet ihm auch davon ab aber Johannes meinte es werde schon gut gehen bürstete seine Schuhe und seinen Rock wusch sein Gesicht und seine Hände kämmte sein hübsches gelbes Haar und ging dann ganz allein in die Stadt hinein und nach dem Schlosse herein sagte der alte König als Johannes an die Türe pochte Johannes öffnete und der alte König im Schlafrock und gestickten Pantoffeln kam ihm entgegen die goldene Krone hatte er auf dem Haupte das Zepter in der einen Hand und den Reichsapfel in der anderen warte ein bisschen sagte er und nahm den Apfel unter den Arm um Johannes die Hand reichen zu können aber sowie er erfuhr er sei ein Freier fing er an so zu weinen daß das Zepter sowohl wie der Apfel auf den Fußboden fielen und er die Augen mit seinem Schlafrock trocknen mußte der arme alte König laß es sein sagte er es geht dir schlecht wie allen anderen nun du sollst es sehen dann führte er Johannes hinaus nach dem Lustgarten der Prinzessin da sah es erschrecklich aus oben an jedem Baum hingen drei vier Königssöhne die um die Prinzessin gefreit hatten die Sachen aber nicht hatten raten können die sie ihnen aufgegeben hatte jedes mal wenn es wehte klapperten alle Gerippe so daß die kleinen Vögel erschraken und nie in den Garten zu kommen wagten alle Blumen waren an Menschen Knochen aufgebunden und in Blumentöpfen standen Totenköpfe und grinsten das war wahrlich ein sonderbarer Garten für eine Prinzessin hier kannst du es sehen sagte der König es wird dir ebenso wie all den andern ergehen die du hier siehst unterlasse es deshalb lieber du machst mich wirklich unglücklich denn ich nehme mir das sehr zu herzen Johannes küßte dem guten König die Hand und sagte es werde schon gut gehen denn er sei ganz entzückt von der schönen Prinzessin da kam die Prinzessin selbst mit allen ihren Damen in den Schlosshof geritten sie gingen deshalb zu ihr hinaus und sagten ihr guten Tag sie war wunderschön anzuschauen und reichte Johannes die Hand und er hielt noch viel mehr von ihr als früher sie konnte keine böse Hexe sein wie alle Leute es ihr nach sagten dann gingen sie hinauf in den Saal und die Diener boten ihnen eingemachtes und Pfeffernüsse aber der alte König war betrübt er konnte gar nichts essen und die Pfeffernüsse waren ihm auch zu hart es wurde bestimmt daß Johannes am nächsten Morgen wieder nach dem Schlosse kommen sollte dann würden die Richter und der ganze Rat versammelt sein und hören wie es ihm beim Raten ergehe wenn er gut dabei fahre so sollte er dann noch zweimal kommen aber es war noch nie jemand da gewesen der das erste Mal geraten hatte sie hatten alle das Leben verloren Johannes war gar nicht darum bekümmert wie es ihm ergehen werde er war vielmehr vergnügt gedachte nur der schönen Prinzessin und glaubte ganz sicher der liebe Gott werde ihm schon helfen aber wie das wußte er nicht und wollte lieber nicht daran denken er tanzte auf der Landstraße dahin als er nach dem Wirtshause zurückkehrte wo wo der reise wo der reise kamerad auf ihn wartete johannes konnte nicht fertig damit werden zu erzählen wie artig die prinzessin gegen ihn gewesen und wie schön sie sei er sehnte sich schon nach dem nächsten tage wo er in das schloß sollte um sein glück mit raten zu versuchen aber der reise kamerad schüttelte mit dem kopfe und war ganz betrübt ich bin dir gut sagte er wir hätten noch lange zusammen sein können und nun soll ich dich schon verlieren du armer lieber johannes ich könnte weinen aber ich will am letzten abend den wir vielleicht zusammen sind deine freude nicht stören wir wollen recht lustig sein recht lustig morgen wenn du fort bist kann ich ungestört weinen alle leute in der stadt hatten erfahren daß ein neuer freier der prinzessin angekommen war und deshalb herrschte große betrübnis das schauspielhaus blieb geschlossen alle kuchenfrauen banden flor um ihre zuckerherzen der könig und die priester lagen auf den knien in den kirchen es war allgemeine betrübnis denn man dachte es könne johannes nicht besser ergehen als es allen den übrigen freiern ergangen war gegen abend bereitete der reisekamerad punsch und sagte zu johannes nun wollen wir recht lustig sein und auf der prinzessin gesundheit trinken als aber johannes zwei gläser getrunken hatte wurde er so schläfrig daß es ihm unmöglich war die augen offen zu halten er versank in tiefen schlaf der reisekamerad hob ihn ganz sachte vom stuhle auf und legte ihn in das bett hinein und als es dann dunkle nacht wurde nahm er die beiden großen flügel die er dem schwan abgehauen hatte und band sie sich an den schultern fest die größte rute die er von der frau erhalten hatte welche gefallen war und das bein gebrochen hatte steckte er in seine tasche öffnete das fenster und flog so über die stadt gerade nach dem schlosse hin wo er sich in einen winkel unter das fenster setzte welches in die schlafstube der prinzessin hinein ging es war ganz still in der großen stadt nun schlug die uhr drei viertel auf zwölf das fenster ging auf und die prinzessin flog in einem langen weißen mantel und mit schwarzen flügeln über die stadt weg hinaus zu einem großen berge aber der reise kamerad machte sich unsichtbar so daß sie ihn nicht sehen konnte flog hinterher und peitschte die prinzessin mit seiner rute das blut floß wohin er schlug das war eine fahrt durch die luft der wind erfasste ihren mantel der sich nach allen seiten ausbreitete gleich einem großen schiffs segel und der mond schien durch denselben wie es hagelt wie es hagelt sagte die prinzessin bei jedem schlage den sie von der rute bekam und das geschah ihr schon recht endlich kam sie hinaus zum berge und klopfte an es rollte gleich dem donner in dem der berg sich öffnete und die prinzessin ging hinein der reise kamerad folgte ihr denn niemand konnte ihn sehen er war unsichtbar sie gingen durch einen großen langen gang wo die wände ganz besonders glänzten es waren über tausend glühende spinnen die an der mauer auf und ab liefen und wie feuer leuchteten dann kamen sie in einen großen saal von silber und gold erbaut blumen so groß als sonnenblumen rote und blaue glänzten von den wänden aber niemand konnte die blumen pflücken denn die stengel waren häßliche giftige schlangen und die blumen waren feuer welches ihnen aus dem maule heraus brannte die ganze decke war mit johannes würmern und himmelblauen fledermäusen bedeckt welche mit den dünnen flügeln schlugen es sah ganz schauerlich aus mitten auf dem fußboden war ein thron der von vier pferde gerippen welche zaumzeug von den roten feuerspinnen hatten getragen wurde der thron selbst war von milchweißem glase und die kissen darauf waren kleine schwarze mäuse die einander in den schwanzbissen über demselben war ein dach von rosenroten spinngeweben mit den niedlichsten grünen kleinen fliegen besetzt welche wie edelsteine glänzten auf dem throne saß ein alter zauberer mit einer krone auf dem hässlichen kopf und einem scepter in der hand er küßte die prinzessin auf die stirn ließ sie sich zu seiner seite auf den thron setzen und nun begann die musik große schwarze heuschrecken spielten die mundharmonika und die eule schlug sich auf den leib denn sie hatte keine trommel das war ein possierliches konzert kleine schwarze kobolde mit einem irrlicht auf der mütze tanzten im saale herum niemand aber konnte den reisekameraden erblicken er hatte sich gerade hinter den thron gestellt und hörte und sah alles die hofleute die nun hereinkamen waren fein und vornehmen aber der welcher ordentlich sehen konnte merkte wohl wie es damit zusammenhing es waren nichts weiter als besenstiele mit kohlköpfen darauf in die der zauberer leben gehext und welchen er gestickte kleider gegeben hatte aber das war ja auch gleichgültig sie wurden doch nur zum starte gebraucht nachdem nun etwas getanzt worden war erzählte die prinzessin dem zauberer daß sie einen neuen freier erhalten habe und fragte deshalb woran sie denken solle um ihn am nächsten morgen danach zu fragen wenn er nach dem schlosse komme höre sagte der zauberer das will ich dir sagen du sollst etwas recht leichtes wählen denn so fällt er gar nicht darauf denke an deinen schuh das rät er nicht laß ihm dann den kopf abhauen doch vergiß nicht wenn du morgen nacht wieder zu mir herauskommst mir seine augen zu bringen denn die will ich essen die prinzessin die prinzessin verneigte sich tief und sagte sie werde die augen nicht vergessen der zauberer öffnete nun den berg und sie flog wieder zurück aber der reisekamerad folgte ihr und prügelte sie so sehr mit der rute daß sie tief seufzte über das starke hagelwetter und sich so sehr sie konnte beeilte durch das fenster in die schlafstube zu gelangen aber der reisekamerad flog zum wirtshause zurück wo johannes noch schlief löste seine flügel ab und legte sich dann auch auf das bett denn er konnte wohl ermüdet sein es war ganz früh am morgen als johannes erwachte der reisekamerad stand auch auf und erzählte daß er diese nacht einen ganz sonderbaren traum von der prinzessin und ihrem schuh gehabt habe und bat ihn deshalb doch zu fragen ob die prinzessin nicht an ihren schuh gedacht haben sollte denn das war es ja was er von dem zauberer im berge gehört hatte ich kann ebenso danach als nach etwas anderem fragen sagte johannes vielleicht ist das ganz richtig was du geträumt hast denn ich vertraue auf den lieben gott der mir schon helfen wird aber ich will dir doch lebewohl sagen denn wenn ich falsch rate so bekomme ich dich nie mehr zu sehen dann küßten sie sich und johannes ging in die stadt nach dem schlosse der ganze saal war mit menschen angefüllt die richter saßen in ihren lehnstühlen und hatten eiderdunenkissen hinter dem kopfe denn sie hatten so viel zu denken der alte könig stand auf und trocknete seine augen mit einem weißen taschentuche nun trat die prinzessin herein sie war noch viel schöner als gestern und grüßte alle lieblich aber dem johannes gab sie die hand und sagte guten morgen du nun sollte johannes raten woran sie gedacht habe wie sah sie ihn so freundlich an aber so wie sie ihn das wort schuh aussprechen hörte wurde sie kreideweiß im gesicht und zitterte am ganzen körper aber das konnte ihr nichts helfen denn er hatte richtig geraten wie wurde der alte könig vergnügt er schoss einen purzelbaum daß es eine lust war und alle leute klatschten in die hände für ihn und für johannes der das erste mal richtig geraten hatte der reisekamerad war auch erfreut als er erfuhr wie gut es abgelaufen war aber johannes faltete seine hände und dankte gott der ihm sicher die beiden andern male wieder helfen werde am nächsten tage sollte schon wieder geraten werden der abend verging ebenso wie der gestrige als johannes schlief flog der reisekamerad hinter der prinzessin her zum berge hinaus und prügelte noch stärker als das vorige mal denn nun hatte er zwei ruten genommen niemand bekam ihn zu sehen und er hörte alles die prinzessin wollte an ihren handschuh denken und das erzählte er wieder dem johannes gerade als ob es ein traum sei so konnte derselbe richtig raten und es verursachte eine große freude auf dem schlosse der ganze hof schoss purzelbäume gerade so wie er es den könig das erste mal hatte machen sehen aber die prinzessin lag auf dem sofa und wollte nicht ein einziges wort sagen nun kam es darauf an ob johannes das dritte mal richtig raten konnte glückte es so sollte er ja die schöne prinzessin haben und nach dem tode des alten königs das ganze königreich erben riet er falsch so sollte er sein leben verlieren und der zauberer würde seine schönen blauen augen essen den abend vorher ging johannes zeitig zu bette betete sein abendgebet und schlief dann ruhig aber der reisekamerad band seine flügel an den rücken schnallte den säbel an seine seite nahmen alle drei ruten mit sich und so flog er nach dem schlosse es war ganz finstere nacht es stürmte so daß die dachsteine von den häusern flogen und die bäume drinnen im garten wo die gerippe hingen sich gleich dem schilfe vom sturmwind bogen es blitzte jeden augenblick und der donner rollte gerade als ob es nur ein einziger schlag sei der die ganze nacht währte nun ging das fenster auf und die prinzessin flog heraus sie war so bleich wie der tod aber sie lachte über das böse wetter meinte es sei noch nicht stark genug und ihr weißer mantel wirbelte in der luft herum gleich einem großen schiffssegel aber der reisekamerad peitschte sie mit drei ruten daß das blut auf die erde tröpfelte und sie zuletzt kaum weiter fliegen konnte endlich kam sie doch nach dem berge es hagelt und stürmt sagte sie nie bin ich in solchem wetter ausgewiesen man kann auch des guten zu viel haben sagte der zauberer nun erzählte sie ihm daß johannes auch das zweite mal richtig geraten habe wenn er dasselbe morgen tue so habe er gewonnen und sie können nie mehr nach dem berge hinaus kommen werde nie mehr solche zauberkünste wie früher machen können deshalb war sie ganz betrübt er soll es nicht raten können sagte der zauberer ich werde schon etwas erdenken was er sich nie gedacht hat oder er müßte ein größerer zauberer sein als ich aber nun wollen wir lustig sein und damit faßte er die prinzessin bei beiden händen und sie tanzten mit allen den kleinen kobolden und irrlichtern herum die in dem zimmer waren die roten spinnen sprangen an den wänden ebenso lustig auf und nieder es sah aus als ob feuerblumen sprühten die eulen schlugen auf die trommel die heimchen pfiffen und die schwarzen heuschrecken gliesen die mundharmonika es war ein lustiger ball als sie nun lange genug getanzt hatten mußte die prinzessin nach hause sonst wäre sie im schlosse vermisst worden der zauberer sagte daß er sie begleiten wolle dann seien sie doch noch unterwegs beisammen dann flogen sie im bösen wetter davon und der reisekamerad schlug seine drei ruten auf ihren rücken entzwei nie war der zauberer in solchem hagelwetter ausgewesen draußen vor dem schlosse sagte er der prinzessin lebewohl und flüsterte ihr zugleich zu denke an meinen kopf aber der reisekamerad hörte es wohl und gerade in dem augenblicke als die prinzessin durch das fenster in ihr schlafzimmer schlüpfen und der zauberer wieder umkehren wollte ergriff er ihn an seinem langen schwarzen barte und hieb mit seinem säbel seinen häßlichen zauberkopf gerade bei den schultern ab so daß der zauberer ihn nicht einmal selbst zu sehen bekam den körper warf er hinaus in den see zu den fischen doch den kopf tauchte er nur in das wasser und band ihn dann in sein taschentuch nahm ihn mit nach dem wirtshause und legte sich schlafen am nächsten morgen gab er johannes das taschentuch und sagte ihm dabei daß er es nicht eher aufbinden dürfe als bis die prinzessin frage woran sie gedacht habe es waren so viele menschen in dem großen saale auf dem schlosse daß sie so dicht standen wie radieschen die in ein bündel zusammengeknüpft sind der rad saß in seinen stühlen mit den weichen kopfkissen und der alte könig hatte neue kleider an die goldene krone und zepter waren poliert es sah ganz feierlich aus aber die prinzessin war ganz bleich und hatte ein kohl schwarzes kleid an als gehe sie zum begräbnis woran habe ich gedacht fragte sie johannes und sogleich band er das taschentuch auf und erschrak selbst ganz gewaltig als er das häßliche zauberhaupt erblickte es schauderte allen menschen denn es war erschrecklich anzusehen aber die prinzessin saß gerade wie ein steinbild und konnte nicht ein einziges wort sagen zuletzt erhob sie sich und reichte johannes die hand denn er hatte ja richtig geraten sie sah ihn nicht an sondern seufzte ganz laut nun bist du mein herr diesen abend wollen wir hochzeit halten das gefällt mir sagte der alte könig so wollen wir es haben alle leute riefen hurra die wache machte musik in den straßen die glocken wurden geläutet und die kuchenfrauen nahmen den schwarzen flor von ihren zuckerherzen denn nun herrschte freude drei ganze gebratene ochsen mit enten und hühnern gefüllt wurden mitten auf den markt gesetzt jeder konnte sich ein stück abschneiden in den wasserkünsten sprudelte der schönste wein und kaufte man eine brezel beim bäcker so bekam man sechs große zwiebacke als zugabe und den zwieback mit rosinen darin am abend war die ganze stadt erleuchtet und die soldaten schossen mit kanonen und die knaben mit knallerbsen und es wurde gegessen und getrunken angestoßen und gesprungen oben im schlosse alle vornehmen herren und schönen fräuleins tanzten miteinander man konnte in weiter ferne hören wie sie sangen hier sind viele hübsche mädchen die gerne tanzen rundherum drehen sich wie spinnrädchen hübsches mädchen dreh dich um tanzt du und springe die immer zu bis die sohle fällt vom schuh aber die prinzessin war ja noch eine hexe und mochte johannes gar nicht leiden das fiel dem reisekamerad ein und deshalb gab er johannes drei federn aus den schwanenflügeln und eine kleine flasche mit einigen tropfen darin sagte ihm dann daß er ein großes faß mit wasser gefüllt vor das bett der prinzessin setzen lassen solle und wenn die prinzessin hineinsteigen wolle solle er ihr einen kleinen stoß geben so daß sie in das wasser hinunterfalle wo er sie dreimal untertauchen müsse nachdem er vorher die federn und die tropfen hineingeschüttet habe dann werde sie ihre zauberei verlieren und ihn recht liebhaben johannes tat alles was der reisekamerad ihm geraten hatte die prinzessin schrie laut auf indem sie unter das wasser tauchte und zappelte ihm unter den händen als ein großer schwarzer schwan mit funkelnden augen als sie das zweite mal wieder über das wasser heraufkam war der schwan weiß bis auf einen schwarzen ring um den hals johannes betete fromm zu gott und ließ das wasser das dritte mal über den vogel zusammenschlagen und im selben augenblicke wurde er in die schönste prinzessin verwandelt sie war noch schöner als zuvor und dankte ihm mit tränen in ihren herrlichen augen daß er ihre bezauberung gehoben habe am nächsten morgen kam der alte könig mit seinem ganzen hofstaat und da gab es ein glückwünschen bis spät in den tag hinein zuallerletzt kam der reisekamerad er hatte seinen stock in der hand und das ränzel auf dem rücken johannes küßte ihn vielmal und sagte er dürfe nicht fortreisen er solle bei ihm bleiben denn er sei ja die ursache seines ganzen glückes aber der reisekamerad schüttelte mit dem kopfe und sagte mild und freundlich nein nun ist meine zeit um ich habe nur meine schuld bezahlt erinnerst du dich des toten mannes dem die bösen menschen übles tun wollten du gabst alles was du besaßest damit er ruhe in seinem grabe haben könnte der tote bin ich zu gleicher zeit war er verschwunden die hochzeit währte einen ganzen monat johannes und die prinzessin liebten einander innig und der alte könig erlebte manche frohe tage und ließ ihre kleinen kinderchen auf seinen knien reiten und mit seinem scepter spielen aber johannes wurde könig über das ganze land ende von der reisekamerad die nacht egal dies ist eine liebe vox aufnahme alle liebe vox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei liebe vox punkt org märchen von hans christian anderson übersetzt von julius reusche die nacht egal in china weißt du ja wohl ist der kaiser eine chinese und alle die er um sich hat sind chinesen es sind nun viele jahre her aber gerade deshalb ist es wert die geschichte zu hören ehe sie vergessen wird das kaiserschloss war das prächtigste der welt ganz und gar von feinem porzellan so kostbar aber so spröde so misslich daran zu röhren dass man sich ordentlich in acht nehmen musste im garten sah man die wunderbarsten blumen und an die allerprächtigsten waren silbe glocken gebunden welche erklangen damit man nicht vorbeigehen möchte ohne die blumen zu bemerken ja alles war in des kaisers garten fein ausgedacht und er erstreckte sich so weit dass der gärtner selbst das ende nicht kannte ging man immer weiter so kann man in den herrlichsten wald mit hohen bäumen und tiefen sehen der wald ging gerade hinunter bis zum meere welches blau und tief war große schiffe könnten unter den zweigen hin segeln und in diesen wohnte eine nacht egal welches so herrlich sang dass selbst der arme fischer der so viel anders zu tun hätte still hielt und horchte wenn er nachts ausgefahren war um das fischnetz aufzuziehen und dann die nacht egal hörte ach gott wie ist das schön sagte er aber dann musste er auf sein netz acht geben und vergaß den vogel doch wenn dieser in der nächsten nacht wieder sang und der fischer kam dort hin sagte er wieder ach gott wie ist das doch schön von allen ländern kamen reisenden nach der stadt des kaisers und bewunderten dieselbe das schloss und den garten doch wenn sie die nacht egal zu hören kamen sagten sie alle das ist doch das beste die reisenden erzählten davon wenn sie nach hause kamen und die gelehrten schrieben viele bücher über die stadt das schloss und den garten aber die nacht egal begassen sie nicht sie wurde am höchsten gestellt und die welche dichten konnten schrieben die herrlichsten gedichte über die nacht egal im wald bei dem tiefen see die bücher durchliefen die welt und einige kamen dann auch einmal zum kaiser er saß in seinem goldenen stuhl lass und lass jeden augenblick nickte er mit dem kopfe denn es freute ihn die prächtigen beschreibungen der stadt des schlosses und des gartens zu übernehmen aber die nacht egal ist doch das allerbeste stand da geschrieben was ist das fragte der kaiser die nacht egal kenn ich ja gar nicht ist ein solcher vogel hier in meinem kaiserreich und sogar in meinem garten das hab ich nie gehört so etwas soll man erst aus büchern erfahren da rief er seinen haushofmeister der war so vornehm dass wenn jemand der geringer als er war mit ihm zu sprechen oder ihn um etwas zu fragen wagte er weiter nichts erwiderte als pf und das hat nichts zu bedeuten hier soll ja ein höchst merkwürdiger vogel sein welcher nacht egal genannt wird sagte der kaiser man spricht die sei das allerbeste in meinem großen reichen weshalb hat man mir nie etwas davon gesagt ich habe ihn früher nie nennen hören sagte der haushofmeister er ist nie bei hofer vorgestellt worden ich will daß er heute abend herkomme und vor mir singe sagte der kaiser die ganze welt weiß was ich habe und ich weiß es nicht ich habe ihn früher nie nennen hören sagte der haushofmeister ich werde ihn suchen ich werde ihn finden aber wo war er zu finden der haushofmeister lief alle treppen auf und nieder durch seele und gänge keiner von allen denen auf die er traf hatte von der nacht egal sprechen hören und der haushofmeister lief wieder zum kaiser und sagte daß es sicher eine fabel von denen sei die da bücher schreiben der kaiserliche majestät können gar nicht glauben was da alles geschrieben wird das sind er dichtungen und etwas was man die schwarze kunst nennt aber das buch in dem ich dieses gelesen habe sagte der kaiser ist mir von dem großmächtigen kaiser von japan gesandt also kann es keine unwahrheit sein ich will die nacht egal hören sie muss heute abend hier sein sie hat meine höchste gnade und kommt sie nicht so soll der ganze hof auf den leib getrampelt werden wenn er abendbrot gegessen hat zing peh sagte der haushofmeister und lief wieder alle treppen auf und nieder durch alle säle und gänge und der halbe hof lief mit denn sie wollten nicht gern auf den leib getrampelt werden da gab es ein fragen nach der merkwürdigen nachtigall welche die ganze welt kannte nur niemand bei hofe endlich trafen sie ein kleines armes mädchen in der küche sie sagte oh gott die nachtigall die kann ich gut ja wie kann die singen jeden abend habe ich die erlaubnis meine armen kranken mutter eine überbleibsel vom tische mit nach hause zu bringen sie wohnt unten am strand und wenn ich dann zurückgehe müde bin und im wald ausruhe dann höre ich die nachtigall singen es kommt mir dabei das wasser in die augen und es ist gerade als ob meine mutter mich küsste kleine küchen sagte der haushofmeister ich werde dir eine feste anstellung in der küche und die erlaubnis den kaiser speisen zu sehen beschaffen wenn du uns zur nachtigall führen kannst denn sie es zu heute abend angesagt so zogen sie allesamt hinaus in den wald wo die nachtigall zu singen trägte der halbe hof war mit als sie im besten zuge waren fing eine kuh zu brüllen an oh sagten die hofjunge nun haben wir sie das ist eine merkwürdige kraft in einem so kleinen tier die habe ich sicher schon früher gehört nein das sind kühe welche brüllen sagte die kleine köchen wir sind noch weit von dem orte entfernt nun quachten die frische im sumpfe herrlich sagte der chinesische schlosspropst nun höre ich sie es klingt gerade wie kleine kirchenglocken nein das sind frische sagte die kleine köchen aber nun denke ich werden wir sie bald hören da begann die nachtigall zu singen das ist sie sagte das kleine mädchen hört hört und da sitzt sie sie sagte nach einem kleinen grauen vogel oben in den zweigen ist es möglich sagte der haushofmeister so hätte ich sie mir nimmer gedacht wie einfach sie aussieht sie hat sicher ihre farbe darüber verloren dass sie so viele vornehme menschen um sich erblickt kleine nachtigall rief die kleine kirchen ganz laut unser gnädigster kaiser will dass sie vor ihm singen möchten mit dem größten vergnügen sagte der nachtigall und sang dann dass es eine lust war es ist gerade wie glasglocken sagte der haushofmeister und seht die kleine kehle wie sie arbeitet es ist merkwürdig dass wir sie früher nie gesehen haben sie wird großes aufsehen bei hofe machen soll ich noch einmal vor dem kaiser singen sagte die nachtigall welche glaubte der kaiser sei auch da meine vortreffliche kleine nachtigall sagte der haushofmeister ich habe die große freude sie zu einem hoffeste heute abend einzuladen was sie der hohe kaiserliche gnaden mit ihrem prächtigen gesange bezäuben würden der nimmt sich am besten im grünen aus sagte die nachtigall aber sie kam doch gern mit als sie hörte dass der kaiser es wünschte auf dem schloss war alles aufgeputzt die wände und der fußboden welche von porzellan waren glänzten im strahle viele tausend goldene lampen die prächtigsten blumen welche recht klingen könnten waren in den gängen aufgestellt da waren ein laufen und ein zugwind aber alle glocken klingelten so daß man sein eigenes wort nicht hören konnte mitten in dem großen saal wo der kaiser saß war ein goldener stab hingestellt auf dem sollte die nachtigall sitzen der ganze hoff war da und die kleine kirche hatte die erlaubnis erhalten hinter der tür zu stehen da sie nun den titel einer wirklichen hoffkirchen bekommen hatte alle waren in ihrem größten starter und alle sahen nach dem kleinen grauen vogel dem der kaiser zunichte die nachtigall sang so herrlich dass dem kaiser die tränen in die augen traten die tränen liefen ihm über die wangen hernieder und da sang die nachtigall noch schöner das ging recht zu herzen der kaiser war sehr erfreut und sagte dass die nachtigall einen goldenen pantoffel um den hals tragen solle aber die nachtigall dankte sie habe schon belohnung genug erhalten ich habe tränen in des kaisers augen gesehen das ist mir der reichste schatz eines kaisers tränen haben eine besondere kraft gott weiß es ich bin genug belohnt und darauf sang sie wieder mit ihrer süßen herrlichen stimme das ist die liebenswürdigste stimme die ich kenne sagten die dame ringsherum und dann nahmen sie wasser in den mund um zu klücken wenn jemand mit ihnen spreche sie glaubten dann auch nachtigallen zu sein ja die diener und kammermädchen ließen melden dass auch sie zufrieden seien und das will viel sagen denn sie sind am schwierigsten zu befriedigen ja die nachtigall machte wahle glück sie sollte nun bei hofer bleiben ihren eigenen käfig samt der freiheit haben zweimal des tages und einmal des nachts heraus zu spazieren sie bekam zwölf diener mit welche ihr alle ein seidenband um das bein geschlungen hatten woran sie sie fest hielten es war durchaus kein vergnügen bei einem solchen ausflug die ganze stadt sprach von dem merkwürdigen vogel und begegneten sich zwei sagte der eine nichts anderes als nacht und der andere sagte geil und dann säuften sie und verstanden einander ja elf höchelkinder werden nach ihr benannt aber nicht eins von ihnen hatte einen ton in der kehle eines tages erhielt der kaiser eine kiste auf der geschrieben stand die nachtigall da haben wir nun ein neues buch über unseren berühmten vogel sagte der kaiser aber es war kein buch es war ein kunststück welches in einer schachtel lag eine künstliche nachtigall die der lebenden gleichen sollte aber überall mit diamanten rubinen und sapphiren besetzt war sobald man den künstlichen vogel aufzog konnte er eins der stücke die der wirkliche gesang singen und dann bewegte sich der schweif auf und nieder und glänzte von silber und gold um den hals hing ein kleines band und darauf stand geschrieben des kaisers von japan nachtigall ist arm gegen die des kaisers von china das ist herrlich sagten alle und der welcher den künstlichen vogel gebracht hatte erhielt sogleich den titel kaiserliche ober nachtigall bringe nun müssen sie zusammen singen was wird das für ein genuß werden sie mußten zusammen singen aber es wollte nicht recht gehen denn die wirkliche nachtigall sang auf ihre weise und der kunstvogel ging auf walzen der hat keine schuld sagte der spielmeister der ist besonders taktfest und ganz nach meiner schule nun sollte der kunstvogel allein singen er machte ebenso viel glück als der wirkliche und dann war er viel niedlicher anzusehen er glänzte wie armbänder und brüstnaden dreiunddreißig mal sang er ein und dasselbe stück und war doch nicht müde die leute hätten ihn gern wieder von vorn gehört aber der kaiser meinte dass nun auch die lebendige nachtigall etwas singen solle aber wo war die niemand hatte bemerkt dass sie aus dem offenen fenster fort zu ihren grünen wäldern geflogen war aber was ist denn das fragte der kaiser und alle hofleute schallten und meinten dass die nachtigall ein höchst undankbares tier sei den besten vogel haben wir doch sagten sie und so mußte der kunstvogel wieder singen und das war das vierunddreißigste mal dass sie dasselbe stück zu hören bekamen aber sie konnten es noch nicht ganz auswendig denn es war sehr schwer der spielmeister lobte den vogel außerordentlich ja er versicherte dass er besser als die wirkliche nachtigall sei nicht nur was die kleider und die vielen herrlichen diamanten betreffe sondern auch innerlich denn sehen sie meine herrschaften der kaiser vor allem bei der wirklichen nachtigall kann man nie berechnen was da kommen wird aber bei dem kunstvogel ist alles bestimmt man kann es erklären man kann ihn aufmachen und das menschliche denken zeigen wie die walzen liegen wie sie gehen und wie das eine aus dem andern folgt das sind ganz unsere gedanken sagten sie alle und der spielmeister erhielt die erlaubnis am nächsten sonntag den vogel dem volke vorzuzeigen es sollte ihn auch singen hören befahl der kaiser und es hörte ihn und es wurde so vergnügt als ob es sich im tee berauscht hätte denn das ist ganz chinesisch und da sagten alle oh und hielten den zeigefinger in die höhe und nickten dazu aber die armen fischer welche die wirkliche nachtigall gehört hatten sagten es klingt hübsch die melodien gleichen sich auch aber es fehlt etwas ich weiß nicht was die wirkliche nachtigall war aus dem lande und reichwehrwiesen der kunstvogel hatten seinen platz auf einem seitenden kissen dicht bei des kaisers bett alle geschenke welche er erhalten gold und edelsteine lagen rings um ihn her und im titel war er zu einem hochkaiserlichen nachttischsänger gestiegen im range nummero eins zur linken seite denn der kaiser rechnete die seite für die vornehmste auf der das herz saß und das herz sitzt auch bei einem kaiser links und der spielmeister schrieb ein werk von 25 bänden über den kunstvogel das war so gelehrt und lang voll von den allerschwersten chinesischen wörtern dass alle leute sagten sie haben es gelesen und verstanden denn sonst wären sie ja dumm gewesen und auf den leib getrampelt worden so ging es ein ganzes jahr der kaiser der hof und alle die übrigen chinesen konnten jeden kleinen kluck in den kunstvogelsgesang auswendig aber gerade deshalb gefiel er ihnen jetzt am allerbesten sie konnten selbst mitsingen und das taten sie die straßenbuben sangen zieh zieh kluck 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 und der kaiser sang es ja das war gewiss prächtig aber eines abends als der kunstvogel am besten sang und der kaiser im bette lag und darauf hörte sagte es schwupp inwendig im vogel da sprang etwas schnurr alle räder liefen herum und dann stand die musik still der kaiser sprang gleich aus dem bette und ließ seinen leibarzt rufen aber was konnte der helfen dann ließen sie den uhrmacher holen und nach vielem sprechen und nachsehen brachte er den vogel etwas in ordnung aber er sagte dass er sehr geschont werden müsse denn die zapfen seien abgenutzt und es sei unmöglich neue so einzusetzen dass die musik sicher gehe das war nun eine große traue nur einmal des jahres dürfte man den kunstvogel singen lassen und das war fast schon zu viel aber dann hielt der spielmeister eine kleine rede mit den schweren worten und sagte dass es ebenso gut als früher sei und dann war es ebenso gut als früher nun waren fünf jahre vergangen und das ganze land bekam eine wirklich große traue die chinesen hielten im gründe allesamt große stücke auf ihren kaiser und jetzt war er krank und konnte nicht länger leben schon war ein neuer kaiser gewählt und das volk stand draußen auf der straße und fragte den haushofmeister wie es ihrem alten kaiser gehe sagte er und schüttelte mit dem kopfe kalt und leicht lag der kaiser in seinem großen prächtigen bette der ganze hof glaubte ihm tot und ein jeder lief den neuen kaiser zu begrüßen die kammerdiener liebten hinaus um darüber zu sprechen und die kammermädchen hatten große kaffeegesellschaft ringsumher in allen seelen und gängen war tuch gelebt damit man niemand gehen höre und deshalb war es da still aber der kaiser war noch nicht tot steif und bleich lag er in dem prächtigen bette mit den langen sammetvorhängen und den schweren goldquasten hoch oben stand ein fenster auf und der mond schien herein auf den kaiser und den kunstvogel der arme kaiser konnte kaum atmen es war gerade als ob etwas auf seiner brust säße er schlug die augen auf und da sah er dass es der tod war der auf seiner brust saß und sich seine goldene krone aufgesetzt hatte und in der einen hand des kaisers goldene säbel in der anderen seine prächtige fahne hielt ringsumher aus den falten der großen sammetbettvorhänge sahen wunderlich köpfe hervor einige ganz hässlich andere lieblich und mild das waren des kaisers gute und böse taten welche ihn anblechten jetzt da der tod ihm auf dem herzen saß entsinnst du dich dieses und dann erzählten sie ihm so viel daß ihm der schweiß von der stirne ran das habe ich nie gewußt sagte der kaiser musik musik die große chinesische trommel rief er damit ich nicht alles zu hören brauche was sie sagen aber sie führen fort und der tod nicht wie ein chineser zu allem was gesagt wurde musik musik schrie der kaiser du kleiner herrliche goldvogel singe doch singe ich habe dir gold und kostbarkeiten gegeben ich habe dir selbst meinen goldenen pantoffel um den hals gehängt singe doch singe aber der vogel stand still es war niemand da um ihn aufzusehen sonst sang er nicht und der tod fuhr fort den kaiser mit seinen großen leeren augenhöhlen anzustarren und es war still erschrecklich still da klang auf einmal vom fenster her der herrlichste gesang es war die kleine lebendige nachtigall welche auf einem zweige draußen saß sie hatte von der not ihres kaisers gehört und war deshalb gekommen ihm trost und hoffnung zu singen und so wie sie sang wurden die gespenster bleicher und bleicher das blut kam immer rascher und rascher in des kaisers schwachen gliedern in bewegung und selbst der tod hörte und sagte fahre fort kleiner nachtigall fahre fort ja willst du mir den prächtigen goldenen säbel geben willst du mir die reiche fahne geben willst du mir des kaisers krone geben der tod gab jedes kleinort für einen gesang und die nachtigall fahre fort zu singen sie sang von dem stillen gottessacke wo die weißen rosen wachsen wo der fliede duftet und wo das frische gras von den tränen der überlebenden befeuchtet wird da bekam der tod sehnsücht nach seinem garten und schwebte wie ein kalter weißer nebel aus dem fenster dank dank sagte der kaiser du himmlischer kleiner vogel ich kenne dich wohl dich habe ich aus meinem land und reich gejagt und doch hast du die bösen geister von meinem bette weggesungen den tod von meinem herzen weggeschafft wie kann ich dir lohnen du hast mich belohnt sagte die nachtigall ich habe deinen augen tränen entlockt als ich das erste mal sang das vergesse ich nie das sind die juwelen die ein sängerherz erfreuen aber schlafe nun und werde stark ich werde dir vorsingen sie sang und der kaiser fiel in süßen schlummer mild und wohltuend war der schlaf die sonne schien durch das fenster herein als er gestärkt und gesund erwachte keine von seiner dienen war noch zurückgekehrt denn sie glaubten er sei tot aber die nachtigall saß noch und sang immer musst du bei mir bleiben sagte der kaiser du sollst nur singen wenn du selbst willst und den kunstvogel schlage ich in tausend stücke tue das nicht sagte die nachtigall der hat ja das gute getan solange er konnte behalte ihn wie bisher ich kann nicht nisten und wohnen im schlosse aber lass mich kommen wenn ich selbst lust habe da will ich des abends dort beim fenster sitzen und dir vorsingen damit du froh werden könntest und gedankenvoll zugleich ich werde von dem glücklichen singen und von denen die da leiden ich werde von bösen und guten singen was rings um dich her dir verborgen bleibt der kleine singvogel fliegt weit herum zu dem armen fischer zu dem landmannsdach zu jedem der weit von dir und deinem hofer entfernt ist ich liebe dein herz mehr als deine krone und doch hatte die krone einen duft von etwas heiligem um sich ich komme und singe auf dir vor aber eins mußt du mir versprechen alles sagte der kaiser und stand da in seiner kaiserlichen tracht die er angelegt hatte und drückte den säbel welcher schwer von gold war an sein herz um eins bitte ich dich erzähle niemand daß du einen kleinen vogel hast der dir alles sagt dann wird es noch besser gehen so flog die nachtigall fort die diener kamen herein um nach ihrem toten kaiser zu sehen ja da standen sie und der kaiser sagte guten morgen kapitel der engel dies ist eine libraryvox aufnahme alle libraryvox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteilung an diesem projekt gibt es bei libraryvox.org der engel jedes mal wenn ein gutes kind stirbt kommt ein engel gottes zur erde hernieder nimmt das tote kind auf seine arme breitet die großen weißen flügel aus und pflückt eine ganze handvoll blumen welche er zu gott hinaufbringt damit sie dort noch schöner als auf der erde blühen der liebe gott drückt alle blumen an sein herz aber der blume welche ihm die liebste ist gibt einen kuss und dann bekommt sie stimme und kann in der großen glückseligkeit mitsingen sie alles dies erzählte ein engel gottes indem er ein totes kind zum himmel fortrug und das kind hörte wie im traume sie flogen über die städten in der heimat wo der kleine gespielt hatte und kam durch gärten mit herrlichen blumen welche wollen wir nun mitnehmen und in dem himmel pflanzen fragte der engel da stand ein schlanker herrlicher rosenstock aber eine böse hand hatte den stamm abgebrochen so dass alle zweige voll von großen halb aufgebrochenen knospen rundherum vertrocknet hingen der arme rosenstock sagte das kind nimm ihn damit er oben bei gott zum blühen kommen kann und der engel nahm ihn küßte das kind dafür und der kleine öffnete seine augen zur hälfte sie pflückten von den reichen krachtblumen nahmen aber auch die verachtete butterblume und das wilde stiefmütterchen nun haben wir blumen sagte das kind und der engel nickte aber er flog noch nicht zu gott empor es war nacht und ganz still sie blieben in der großen stadt und schwebten in einer der schmalen gassen umher wo haufen stroh und asche lagen es war umzug gewesen da lagen scherben von tellern gipsstücke lumpen und alte hutköpfe und was alles nicht gut aussah der engel zeigte in allen diesen wirrwarr hinunter auf einige scherben eines blumentopfes und auf einen klumpen erde der da herausgefallen war und von den wurzeln einer großen vertrockneten feldblume welche nichts taugte und die man deshalb auf die gasse geworfen hatte zusammengehalten wurde diese nehmen wir mit sagte der engel ich werde dir erzählen während wir fliegen sie flogen und der engel erzählte dort unten in der schmalen gasse in dem niedrigen keller wohnte ein armer kranker knabe von seiner geburt an war er immer bettlägerig gewesen wenn es ihm am besten ging konnte er auf krücken die kleine stube ein paar mal auf und nieder gehen das war alles an einigen tagen im sommer fielen die sonnen strahlen während einer halben stunde bis in den keller hinab und wenn der knabe da saß und sich von der warmen sonne bescheinen ließ und das rote blut durch seine feinen finger sah und ihr vor das gesicht hielt dann hieß es heute ist er ausgewesen er kannte den wald in seinem herrlichen frühjahrsgrün nur dadurch dass ihm des nachbars sohn den ersten buchenzweig brachte den hielt er über seinem haupte und träumte dann unter buchen zu sein wo die sonne scheint und die vögel singen an einem frühlingstage brachte ihm des nachbars knabe auch feldblume und unter diesen war zufällig einer mit der wurzel deshalb wurde sie in einem blumentopf gepflanzt und am bette neben das fenster gestellt die blume war mit einer glücklichen hand gepflanzt sie wuchs trieb neue zweige und jedes jahre blumen sie wurde des kranken knaben herrlichster blumengarten sein kleiner schatz hier auf erden er begoss und pflegte sie und sorgte dafür dass sie jeden sonnenstrahl bis zum letzten welcher durch das niedrige fenster hinunterglitt erhielt die blume selbst verwuchs mit seinen tränen denn für ihn blühte sie verbreitete sie ein duft und erfreute das auge gegen sie wendete er sich im tode da der herr ihn rief ein jahr ist er nun bei gott gewesen ein jahr hat die blume vergessen im fenster gestanden und ist verdorrt und wurde deshalb beim umziehen dem kehricht hinaus auf die straße geworfen und dies ist die blume die arme vertrocknete blume welche wir mit in unsern blumenstrauß genommen haben denn diese blume hat mehr erfreut als die reichste blume im garten einer königin aber woher weißt du das alles fragte das kind welches der engel den himmel trug ich weiß es sagte der engel denn ich war selbst der kleine kranke knabe welcher auf krücken ging meine blume kenn ich wohl das kind öffnete seine augen ganz und sah eines engels herrliches frohes antlitz hinein und im selben augenblick befanden sie sich in gottes himmel wo freude und glückseligkeit war gott drückte das tote kindern sein herz und da bekam es schwingen wie der andere engel und flog hand in hand mit ihm gott drückte alle blumen an sein herz aber die arme verdorrte feldblume küsste er und sie erhielt stimme und sang mit allen engeln welche gott umschwebten einige ganz nahe andere um diese herum in großen kreisen und immer weiter fort in das unendliche aber alle gleich glücklich und alle sangen sie klein und groß samt dem guten gesegneten kinder und der armen feldblume welche verdorrt dagelegen hingeworfen in den kirch des umziehtags in der schmalen dunklen gasse ende von der engel der fliegende koffer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei märchen von hans christian andersen übersetzt von julius reuscher der fliegende koffer es war einmal ein kaufmann der war so reich dass er die ganze straße und fast noch eine kleine gasse mit silbergeld pflastern konnte aber das tat er nicht er wußte sein geld anders anzuwenden und gab er einen groschen aus so bekam er einen taler wieder ein so kluger kaufmann war er bis er starb der sohn bekam nun all dieses geld und erlebte lustig ging jeden tag einem anderen vergnügen nach machte papier drachen aus talerscheinen und warf in das wasser mit goldstücken anstatt mit steinen so konnte das geld wohl zu ende gehen zuletzt besaß er nicht mehr als vier groschen und hatte keine anderen kleider als ein paar schuhe und einen alten schlafrock nun kümmerten sich seine freunde nicht mehr um ihn da sie ja nicht zusammen auf die straße gehen konnten aber einer von ihnen der gutmütig war sandte ihm einen alten koffer mit der bemerkung packe ein ja das war nun ganz gut aber er hatte nichts einzupacken darum setzte er sich selbst in den koffer das war nun ein merkwürdiger koffer sobald man an das schloss drückte konnte der koffer fliegen das tat nun der mann und sogleich flog er mit dem koffer durch den schornstein hoch über die wolken hinauf weiter und weiter fort so oft aber der boden ein wenig krachte war er sehr in angst dass der koffer in stücke gehe denn als dann hätte er einen ganz tüchtigen luftsprung gemacht gott bewahre uns so kam er nach dem lande der türken den koffer verbarg er im walde unter verdorrten blättern und ging dann in die stadt hinein das konnte er auch recht gut denn bei den türken gingen ja alle so wie er im schlafrock und pantoffeln da begegnete er eine amme mit einem kleinen kinder höre du türken amme fragte er was ist das für ein großes schloss hier dicht bei der stadt wo die fenster so hoch sitzen da wohnt die tochter des königs erwiderte diese es ist prophezeit dass sie über einen geliebten sehr unglücklich werden würde und deshalb darf niemand zu ihr kommen wenn nicht der könig und die königin mit dabei sind ich danke sagte der kaufmann sohn ging hinaus in den wald setzte sich in seinen koffer flog auf das dach und kroch durch das fenster zur prinzessin sie lag auf dem sofa und schlief sie war so schön dass der kaufmann sohn sie küssen musste sie erwachte und erschrak gewaltig aber er sagte er sei der türken gott der durch die luft zu ihr heruntergekommen sei und das gefiel ihr so saßen sie beieinander und er erzählte ihr geschichten von ihren augen das waren die herrlichsten dunklen säen und da schwammen die gedanken gleich mehr weibchen und er erzählte von ihrer stirn die war ein schneeberg mit den prächtigsten sälen und bildern und er erzählte vom storch der die lieblichen kleinen kinder bringt ja das waren schöne geschichten dann freite er um die prinzessin und sie sagte sogleich ja aber sie müssen am sonnabend herkommen sagte sie da sind der könig und die königin bei mir zum tee sie werden sehr stolz darauf sein dass ich den türkengott bekomme aber sehen sie zu dass sie ein recht hübsches märchen wissen denn das lieben meine eltern ganz außerordentlich meine mutter will es erbaulich und vornehm und mein vater belustigend haben so dass man lachen kann ja ich bringe keine andere brautgabe als ein märchen sagte er und so schieden sie aber die prinzessin gab ihm einen säbel der war mit goldstücken besetzt und die konnte er gerade brauchen nun flog er fort kaufte sich einen neuen schlafrock und saß dann draußen im walde und dichtete ein märchen das sollte bis zum sonnabend fertig sein und das ist nicht leicht es wurde fertig und da war es sonnabend der könig die königin und der ganze hof warteten mit dem tee bei der prinzessin er wurde freundlich empfangen wollen sie uns nun ein märchen erzählen sagte die königin eins das tiefsinnig und belehrend ist aber worüber man doch lachen kann sagte der könig jawohl erwiderte er und erzählte da muss man nun gut aufpassen es war einmal ein bund schwefelhölzer die waren außerordentlich stolz auf ihre hohe herkunft ihr stammbaum das heißt die große fichte wovon sie jedes ein kleines hölzchen waren war ein großer alter baum im walde gewesen die schwefelhölzer lagen nun in der mitte zwischen dem alten feuerzeuge und einem alten eisernen topfe und diesem erzählten sie von ihrer jugend ja als wir auf dem grünen zweige waren sagten sie da waren wir wirklich auf einem grünen zweig jeden morgen und abend gab es diamanttee das war der tau den ganzen tag hatten wir sonnenschein wenn die sonne schien und all die kleinen vögel mussten uns geschichten erzählen wir konnten wohl merken dass wir auch reich waren denn die laubbäume waren nur im sommer bekleidet aber unsere familie hatte mittel zu grünen kleidern sowohl im sommer als im winter doch da kam der holzhauer und unsere familie wurde zersplittert der stammherr erhielt platz als hauptmast auf einem prächtigen schiff welches die welt umsegeln konnte wenn es wollte die anderen zweige kamen nach anderen orten und wir haben nun das amt der niedrigen menge das licht anzuzünden deshalb sind wir vornehmen leute hier in die küche gekommen mein schicksal gestaltet sich auf eine andere weise sagte der eisentopf an dessen seite die schwefelhölzer lagen vom anfang an seit ich in die welt kam bin ich vielmal gescheuert und gekocht worden ich sorge für das dauerhafte und bin der erste hier im hause meine einzige freude ist nach tisch rein und sauber an meinem platze zu liegen und ein vernünftiges gespräch mit den kameraden zu führen doch wenn ich den wassereimer ausnehme der hin und wieder einmal nach dem hofe hinunter kommt so leben wir immer innerhalb der türen unser einziger neuigkeitsbote ist der marktkorb aber der spricht zu unruhig über die regierung und das volk ja neulich war da ein alter topf der vor schreck darüber niederfiel und sich in stücke schlug der ist gut gesinnt sage ich euch nun sprichst du zu viel fiel das feuerzeug ein und der stahl schlug gegen den feuerstein daß es sprühte wollen wir uns nicht einen lustigen abend machen ja lasst uns davon sprechen wer der vornehmste ist sagten die schwefelhölzer nein ich liebe es nicht von mir selbst zu reden wendete der ton topf ein lasst uns eine abendunterhaltung veranstalten ich werde anfangen ich werde etwas erzählen was ein jeder erlebt hat da kann man sich leichter reinfinden und es ist sehr erfreulich an der ostsee bei den dänischen buchten das ist ein hübscher anfang sagten die teller das wird sicher eine geschichte die uns gefällt ja da verlebte ich meine jugend bei einer stillen familie die möbel wurden geputzt die fußböden gescheuert und alle 14 tage wurden neue vorhänge aufgehängt wie gut sie erzählen sagte der haarbesen man kann gleich hören dass ein frauenzimmer erzählt es geht etwas reines hindurch ja das fühlt man sagte der wassereimer und machte vor freude einen kleinen sprung so dass es auf dem fußboden klatschte der topf fuhr zu erzählen fort und das ende war ebenso gut als der anfang alle teller klapperten vor freude und der haarbesen zog grüne petersilie aus dem sandloche und begrenzte den topf denn er wußte dass es die anderen ärgern werde begrenze ich ihn heute dachte er so begrenzt er mich morgen nun will ich tanzen sagte die feuerzange und tanzte ja gott bewahre uns wie konnte die das eine bein in die höhe strecken der alte stuhlbezug dort im winkel platzte als er es sah werde ich nun auch begrenzt fragte die feuerzange und das wurde sie das ist das gemeine volk dachten die schwefelhölzer nun sollte die teemaschine singen aber sie sagte sie sei erkältet sie können nicht wenn sie nicht koche doch das war bloß vornehm tuerei sie wollte nicht singen weil sie nicht drinnen bei der herrschaft auf dem tische stand im fenster saß eine alte feder womit das mädchen zu schreiben pflegte es war nichts bemerkenswertes an ihr außer dass sie gar zu tief in die tinte getaucht worden aber darauf war sie nun stolz will die teemaschine nicht singen sagte sie so kann sie es unterlassen draußen hängt eine nachtigall im käfig und die kann singen die hat zwar nichts gelernt aber das wollen wir diesen abend dahingestellt sein lassen ich finde es höchst unpassend sagte der teekessel er war küchensänger und halbbruder der teemaschine dass ein fremder vogel gehört werden soll ist das vaterlandsliebe der marktkorb mag darüber richten ich ärgere mich nur sagte der marktkorb ich ärgere mich so wie es sich kein mensch denken kann ist das eine passende art den abend hinzubringen würde es nicht vernünftiger sein ordnung herzustellen ein jeder müsste an seinen platz kommen und ich würde das ganze spiel leiten das sollte etwas anderes werden lasst uns lärm machen sagten alle da ging die tür auf es war das dienstmädchen und da standen sie still keiner bewegte sich aber da war nicht ein topf der nicht gewusst hätte was er zu tun vermöge und wie vornehm er sei ja wenn ich gewollt hätte dachte jeder so hätte es ein recht lustiger abend werden sollen das dienstmädchen nahm die schwefelhölzer und zündete sich feuer damit an wie sie sprühten und in flammen gerieten nun kann doch ein jeder sehen dachten sie dass wir die ersten sind welchen glanz wir haben welches licht und damit waren sie ausgebrannt das war ein herrliches märchen sagte die königin ich fühle mich ganz in die küche versetzt zu den schwefelhölzern ja nun sollst du unsere tochter haben jawohl sagte der könig du sollst unsere tochter am montag haben denn nun sagten sie du zu ihm da er zur familie gehören sollte die hochzeit war nun bestimmt und am abend vorher wurde die ganze stadt beleuchtet zwieback und brezeln wurden ausgeteilt die straßenbuben riefen hurra und pfiffen auf den fingern es war außerordentlich prachtvoll ja ich muss wohl auch etwas tun dachte der kaufmann sohn und kaufte raketen knallerbsen und alles feuerwerk was man erdenken konnte legte es in seinen koffer und flog damit in die luft das war kein kleiner lärm alle türken hüpften dabei in die höhe dass ihnen die pantoffeln um die ohren flogen solche lufterscheinungen hatten sie noch nie gesehen nun konnten sie begreifen dass es der türken gott selbst war der die prinzessin haben sollte sobald der kaufmann sohn wieder mit seinem koffer herunten in den wald kam dachte er ich will doch in die stadt hineingehen um zu erfahren wie es sich ausgenommen hat es war ganz natürlich dass er lust dazu hatte was doch die leute erzählten ein jeder den er fragte hatte es auf seine weise gesehen aber schön hatten es alle gefunden ich sah den türken gott selbst sagte der eine er hatte augen wie glänzende sterne und einen bart wie schäumendes wasser er flog in einem feuermantel sagte ein anderer die lieblichsten engelskinder blickten aus den falten hervor ja das waren herrliche sachen die er hörte und am folgenden tage sollte er hochzeit haben nun ging er nach dem walde zurück um sich in seinen koffer zu setzen aber wo war der der koffer war verbrannt ein funke des feuerwerks war zurückgeblieben er hatte feuer gefangen und der koffer lag in asche nun konnte der kaufmann sohn nicht mehr fliegen und nicht mehr zu seiner braut gelangen sie stand den ganzen tag auf dem dache und wartete sie wartet noch aber er durchwandert die welt und erzählt märchen doch sind sie nicht mehr so lustig wie das welches er von den schwefelhölzern erzählte ende von der fliegende koffer gelesen von hukuspokus die wilden schwäne dies ist eine librevox aufnahme alle librevox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librevox.org aufgenommen von michael wolf märchen von hans christian andersen übersetzt von julius reuscher die wilden schwäne weit von hier da wohin die schweiben fliegen wenn wir winter haben wohnte ein könig der elf söhne und eine tochter elisa hatte die elf brüder waren prinzen sie ging mit dem stern auf der brust und dem säbel an der seite in die schule sie schrieben mit diamant griffeln auf gold tafeln und lernten ebenso gut auswendig als sie lasen man konnte sogleich hören dass sie prinzen waren die schwester elisa die kinder saß auf einem kleinen schemel von spiegelglas und hatte ein bilderbuch welches für das halbe königreich erkauft war o die kinder hatten es gut aber so sollte es nicht immer bleiben ihr vater der könig über das ganze land war verheiratete sich mit einer bösen königin die den kindern gar nicht gut war schon am ersten tage konnten sie es recht gut merken in dem ganzen schlosse war große pracht und da spielten die kinder besuch aber anstatt sie sonst all den kuchen und die gebratenen äpfel erhielten die nur zu haben waren gab die neue königin ihnen nur sand in einer teetasse und sagte sie könnten tun als ob es etwas wäre die woche darauf brachte sie die kleine elisa auf das land zu einem bauernpaar und lange wehrte es nicht da redete sie dem könig so viel von den prinzen vor dass er sich gar nicht um sie bekümmerte fliegt hinaus in die welt und helft euch selbst sagte die böse königin fliegt als große vögel ohne stimme aber sie konnte es doch nicht so schlimm machen wie sie gern wollte sie wurden elf herrliche schwäne mit einem sonderbaren schrei flogen sie aus den schlossfenstern hinaus über den park und den wald dahin es war noch ganz früh am morgen als sie da vorbeikamen wo die schwester elisa in der stube des landmanns lag und schlief hier schwebten sie über dem dache drehten ihre langen hälse und schlugen mit den flügeln aber niemand hörte oder sah es sie mussten wieder weiter hoch gegen die wolken empor hinaus in die weite welt da flogen sie nach einem großen wald der sich gerade bis einen strand des meeres erstreckte die kleine elisa stand in der stube des landmanns und spielte mit einem grünen blatte anderes spielzeug hatte sie nicht sie stach ein loch in das grüne blatt sah dahin durch gegen die sonne empor und da war es gerade als sähe sie ihrer brüder klare augen und jedes mal wenn die warmen sonnenstrahlen auf ihrer wangen schienen gedachte sie aller ihrer küsse da eine tag verging ebenso wie der andere strich der wind durch die großen rosenhecken draußen vor dem hause so flüsterte er den rosen zu wer kann schöner sein als ihr aber die rosen schüttelten das haupt und sagten elisa ist es wenn die alte frau am sonntag an der tür saß und in ihrem gesangbuch las so wendete der wind die blätter um und sagte zum buch wer kann frömmer sein als du elisa ist es sagte das gesangbuch und das war die reine wahrheit was die rosen und das gesangbuch sagten als sie fünfzehn jahre alt war sollte sie nach hause kommen da aber die königin sah wie schön sie war wurde sie ihr gramm und voll hass und hätte gern auch sie in einen wilden schwan verwandelt wie die brüder aber das wagte sie nicht zugleich weil ja der könig seine tochter sehen wollte früh des morgens ging die königin in das bad welches von marmor erbaut und mit weichen kissen und den prächtigsten decken geschmückt war nahm drei kröten küsste sie und sagte zu der einen setze dich auf elisas kopf wenn sie in das bad kommt damit sie dumm wird wie du setze dich auf ihre stirn sagte sie zur anderen damit sie hässlich wird wie du so dass ihr vater sie nicht kennt ruhe an ihrem herzen flüsterte sie der dritten zu lass sie einen bösen sinn erhalten damit sie schmerzen davon habe dann setzte sie die kröten in das klare wasser welches sogleich eine grüne farbe erhielt rief elisa zog sie aus und ließ sie in das wasser hinabsteigen und indem sie untertauchte setzte sich eine kröte ihr in das haar die andere auf ihre stirn und die dritte auf die brust aber elisa schien es gar nicht zu merken sobald sie sich emporrichtete da schwammen drei rote mohnblumen auf dem wasser wären die tiere nicht giftig gewesen und von der hexe geküsst worden so wären sie in rote rosen verwandelt worden aber blumen wurden sie doch weil sie auf ihrem haupte und an ihrem herzen geruht hatten sie war zu fromm und unschuldig als dass die zauberei macht über sie haben konnte als die böse königin das sah rieb sie das mädchen mit walnusssaft sodass sie ganz schwarzbraun wurde bestrich das hübsche antlitz mit einer stinkenden salbe und ließ das herrliche haar sich verwirren es war unmöglich die schöne elisa wiederzuerkennen daher erschrak ihr vater sehr als er sie erblickte und sagte es sei nicht seine tochter niemand wollte sie wiedererkennen außer dem kettenhunde und den schwalten aber das waren arme tiere die nichts zu sagen hatten da weinte die arme elisa und dachte an ihre elf brüder die alle weg waren betrübt verließ sie das schloss und ging den ganzen tag über feld und moor bis in den großen wald hinein sie wusste gar nicht wohin sie wollte aber sie fühlte sich sehr betrübt und sehnte sich nach ihren brüdern die sicher auch gleich ihr in die welt hinausgejagt waren diese wollte sie suchen und finden nur kurze zeit war sie im walde gewesen als die nacht einbrach sie war ganz von weg und steg gekommen da legte sie sich auf das weiche moos nieder betete ihr abendgebet und lehnte ihr haupt an einen baumstumpf es war da ganz still die luft war mild und ringsumher im grase und dem moose leuchteten einem grünen feuer gleich viele hundert johanneswürmchen als sie einen der zweige mit der hand berührte fielen die leuchtenden insekten wie sternschnuppen schnuppten zu ihr nieder die ganze nacht träumte sie von ihren brüdern sie spielten wieder als kinder schrieben mit dem diamantgriffel auf die goldtafeln und betrachteten das herrliche bilderbuch welches das halbe reich gekostet hatte aber auf die tafel schrieben sie nicht wie früher nullen und striche sondern die mutigen taten die sie vollführt alles was sie erlebt und gesehen hatten und im bilderbuch war alles lebendig die vögel sangen und die menschen gingen aus dem buch heraus und sprachen mit elisa und ihren brüdern aber wenn sie das blatt umwandte sprangen sie sogleich wieder hinein damit keine verwirrung in den bildern entstehen möchte als sie erwachte stand die sonne schon hoch elisa konnte sie freilich nicht sehen die hohen bäume breiteten ihre zweige dicht und fest aus aber die strahlen spielten dort oben gerade wie ein wehender goldflor da war ein duft von dem grünen und die vögel setzten sich fast auf ihre schultern sie hörte das wasser plätschern das waren quellen die alle in einen see fielen in dem der herrlichste sandboden war freilich wuchsen hier dichte büsche ringsherum aber an einer stelle hatten die hirsche eine große öffnung gemacht und hier ging elisa zum wasser hin das war so klar daß hätte der wind nicht die zweige und die büsche berührt so daß sie sich bewegten sie hätte glauben müssen daß sie auf dem boden abgemalt seien so deutlich spiegelte sich jedes blatt sowohl das von der sonne beschienene als das welches im schatten war sobald sie ihr eigenes antlitz erblickte erschrak sie gewaltig so braun und hässlich war es doch als sie ihre kleine hand benetzte und augen und stirn rieb glänzte die weiße haut wieder vor da entkleidete sie sich und ging in das frische wasser hinein ein schöneres königskind als sie war gab es nicht in dieser welt als sie wieder angekleidet war und ihr langes haar geflochten hatte ging sie zur sprudelnden quelle trank aus der hohlen hand und wanderte tiefer in den wald hinein ohne selbst zu wissen wohin sie dachte an ihre brüder dachte an den lieben gott der sie sicher nicht verlassen werde er ließ ja die wilden waldäpfel wachsen um den hungrigen zu sättigen und er zeigte ihr einen solchen baum dessen zweige sich unter der last der früchte beugten hier hielt sie ihre mittagsmahlzeit setzte stützen unter dessen zweige und ging dann in den dunkelsten teil des waldes hinein da war es so still dass sie ihre eigene fußtritte hörte wie jedes kleine vertrocknete blatt welches sich unter ihrem fuße bog nicht ein vogel war da zu sehen nicht ein sonnenstrahl konnte durch die großen dichten baumzweige dringen die hohen stämme standen so nah beisammen dass wenn sie gerade aussah ein baltengitter sie zu umschließen schien oh hier war eine einsamkeit wie sie solche früher noch nie gekannt die nacht wurde sehr dunkel nicht ein einziger kleiner johanneswurm leuchtete aus dem mose betrübt legte sie sich nieder um zu schlafen da schien es ihr als ob die baumzweige über ihr sich zur seite bewegten und der liebe gott mit milden augen auf sie niederblickte und kleine engel sahen über seinen kopf und unter seinen armen hervor als sie am morgen erwachte wusste sie nicht ob sie geträumt habe oder ob es wirklich so gewesen sie ging einige schritte vorwärts da begegnete sie einer alten frau mit beere in dem korbe die alte gab ihr einige davon elisa fragte ob sie nicht elf prinzen durch den wald habe reiten sehen nein sagte die alte aber ich sah gestern elf schwäne mit goldenen kronen auf dem haupte in der nähe schwimmen sie führte elisa ein stück weiter vor zu einem abhange an dessen fuß sich ein kleiner fluss schlängelte die bäume an seinen ufern streckten ihre langen blattreichen zweige einander entgegen und wo sie ihrem natürlichen wuchse nach nicht zusammenreichen konnten da hatten sie die wurzeln aus der erde losgerissen und hingen mit den zweigen ineinander geflochten über das wasser hinaus elisa sagte der alten leb wohl und ging längst dem flüsse hin bis dieser in den großen offenen strand hinausfloß das ganze herrliche meer lag vor dem jungen mädchen aber nicht ein segel zeigte sich darauf nicht ein boot war da zu sehen wie sollte sie nun weiter fortkommen sie betrachtete die unzähligen kleinen steine am ufer das wasser hatte sie alle rund geschliffen glas, eisen, steine alles was zusammengespürt lag hatte die gestalt des wassers angenommen welches doch viel weicher war als ihre feine hand das rollt unermüdlich fort und so ebnet sich das harte ich will ebenso unermüdlich sein dank für eure leere ihr kleinen rollenden wogen einst, das sagt mir mein herz werdet ihr mich zu meinen lieben brüdern tragen auf dem angespülten seegraser lagen elf weiße schwanenfedern sie sammelte dieselben es lagen wassertropfen darauf ob es tränen waren konnte man nicht sehen einsam war es dort am strande aber sie fühlte es nicht denn das meer bot eine ewige abwechslung dar ja in wenigen stunden mehr als die süßen landseen in einem ganzen jahr aufweisen können kam da eine große schwarze wolke so war es als ob die see sagen wollte ich kann auch finster aussehen und dann blies der wind und die wogen kehrten das weiße nach außen schien aber die wolken rot und schliefen die winde so war das meer einem rosenblatte gleich bald wurde es grün bald weiß aber wie still es auch ruhte am ufer war doch eine leise bewegung das wasser hob sich schwach wie die brust eines schlafenden kindes als die sonne im begriff war unterzugehen sah elisa elf wilde schwäne mit goldkronen auf dem kopfe die im lande zufliegen sie schwebten der eine hinter dem anderen es sah aus wie ein langes weißes band da stieg elisa den abhang hinauf und verbarg sich hinter einem busche die schwäne ließen sich nah bei ihr nieder und schlugen mit ihren großen weißen schwingen so wie die sonne unter dem wasser war fielen plötzlich die schwanenhäute und elf schöne prinzen elisas brüder standen da sie stieß einen lauten schrei aus denn obwohl die brüder sich sehr verändert hatten so wußte elisa doch dass sie es waren fühlte dass sie es sein mussten sie sprang in ihre arme nannte sie bei namen und die brüder waren ganz glücklich als sie ihre schwester sahen und erkannten die nun groß und schön war sie lachten und weinten und bald hatten sie einander erzählt wie grausam ihre stiefmutter gegen sie alle gewesen war wir brüder sagte der älteste fliegen als wilde schwäne solange die sonne am himmel steht sobald sie untergegangen ist erhalten wir unsere menschliche gestalt wieder deshalb müssen wir immer dafür sorgen dass wir beim sonnenuntergang eine ruhestätte für die füße haben denn fliegen wir dann gegen die wolken an so müssen wir als menschen in die tiefe hinunterstürzen hier wohnen wir nicht es liegt ein ebenso schönes land wie dieses jenseits der see aber der weg dahin ist weit wir müssen über das große meer und es findet sich keine insel auf unserem wege wo wir übernachten können nur eine einsame kleine klippe ragt in der mitte daraus hervor sie ist nicht größer als dass wir seite an seite darauf ruhen können ist die see stark bewegt so spritzt das wasser hoch über uns aber doch danken wir gott für dieselbe da übernachten wir in unserer menschengestalt ohne diese klippe könnten wir nie unser liebes vaterland besuchen denn zwei der längsten tage des jahres brauchen wir zu unserem fluge nur einmal im jahre ist es uns vergönnt unsere heimat zu besuchen elf tage können wir hier bleiben über den großen wald hinfliegen von wo wir das schloss erblicken können wo wir geboren wurden und wo unser vater wohnt den hohen kirchturm sehen wo die mutter begraben ist hier kommt es uns vor als wären bäume und büsche mit uns verwandt hier laufen die wilden pferde über die steppen hin wie wir es in unserer kindheit gesehen hier singt der alte kohlenbrenner die alten lieder nach welchen wir als kinder tanzten hier ist unser vaterland hierher zieht es uns und hier haben wir dich du liebe schwester gefunden zwei tage können wir noch hier bleiben dann müssen wir fort über das meer nach einem herrlichen lande welches aber nicht unser vaterland ist wie nehmen wir dich mit wir haben weder schiff noch boot auf welche art kann ich euch erlösen fragte die schwester sie unterhielten sich fast die ganze nacht es wurden nur einige stunden geschlummert elisa erwachte durch den schall der schwanen flügel welche über ihr sausten die brüder waren wieder verwandelt und flogen in großen kreisen und zuletzt weit weg aber der eine von ihnen der jüngste blieb zurück der schwan legte seinen kopf in ihren schoß und sie streichelte seine flügel den ganzen tag waren sie beisammen gegen abend kamen die anderen zurück und als die sonne untergegangen war standen sie in ihrer natürlichen gestalt da morgen fliegen wir von hier weg und können nicht vor verlauf eines jahres zurückkehren aber dich können wir nicht so verlassen hast du mut mitzukommen mein arm ist stark genug dich durch den wald zu tragen sollten wir da nicht alle so starke flügel haben um mit dir über das meer zu fliegen ja nehmt mich mit sagte elisa die ganze nacht brachten sie damit zu ein großes und starkes netz aus der geschmeidigen weidenrinde und dem zähen schilf zu flechten auf dieses legte sich elisa und als die sonne hervortrat und die brüder in welten schwäne verwandelt wurden ergriffen sie das netz mit ihren schnäbeln und flogen mit ihrer lieben schwester die noch schlief hoch gegen die wolken an die sonnenstrahlen fielen ihr gerade auf das antlitz deswegen flog einer der schwäne über ihr haupt damit seine breiten schwingen sie beschatten möchten sie waren weit vom lande entfernt als elisa erwachte sie glaubte noch zu träumen so sonderbar kam es ihr vor hoch durch die luft über das meer getragen zu werden an ihrer seite lag ein zweig mit herrlichen reifen beeren und ein bunt wohlschmeckender wurzeln diese hatte der jüngste der brüder gesammelt und ihr hingelegt sie lächelte ihn dankbar an denn sie erkannte ihn er war es der über ihrem haupte flog und sie mit den schwingen beschattete sie waren so hoch auch das erste schiff welches sie unter sich erblickten eine weiße möwe zu sein schien die auf dem wasser lag eine große wolke stand hinter ihnen das war ein berg und auf diesem sah elisa ihren eigenen schatten und den der elf schwäne so riesengroß flogen sie davon das war ein gemälde prächtiger als sie früher je einst gesehen doch als die sonne höher stieg und die wolke weiter zurück blieb verschwand das schattenbild den ganzen tag flogen sie fort gleich einem sausenden pfeil durch die luft aber es ging doch langsamer als sonst sie hatten ja die schweste zu tragen es zog ein böses wetter auf da abend näherte sich ängstlich sah elisa die sonne sinken und noch war die einsame klippe im meer nicht zu erblicken es kam ihr vor als machten die schwäne stärkere schläge mit den flügeln ach sie war schuld daran dass sie nicht rasch genug fort kam wenn die sonne untergegangen war so wurden sie menschen mussten in das meer stürzen und ertrinken da betete sie aus dem innersten des herzens ein gebet zum lieben gott aber noch erblickte sie keine klippe die schwarze wolke kam immer näher die starken windstöße verkündeten einen sturm die wolken standen in einer einzigen großen drohenden welle da welche fast wie blei vorwärts schloss blitz leuchtete auf blitz jetzt war die sonne gerade am rande des meeres elisas herz bebte da schossen die schwäne hinab so schnell dass sie zu fallen glaubte aber nun schwebten sie wieder die sonne war halb unter dem wasser da erblickte sie erst die kleine klippe unter sich sie sah nicht größer aus als ob sie ein seehund wäre der den kopf aus dem wasser steckte die sonne sank schnell jetzt erschien sie nur noch wie ein stern da berührte ihr fuß den festen grund die sonne erlosch gleich dem letzten funken im brennenden papier arm in arm sah sie die brüder um sich stehen aber mehr platz als gerade für diese und für sie war auch nicht da die see schlug gegen die klippe und ging wie staubregen über sie hin der himmel leuchtete in einem fortwährenden feuer und schlag auf schlag rollte der donner aber schwester und brüder hielten einander an den händen und sangen psalmen woraus sie trost und mut schöpften in der morgendämmerung war die luft rein und still sobald die sonne empor stieg flogen die schwäne mit elisa von der insel fort das meer ging noch hoch es sah aus wie sie hoch in der luft waren als ob der weiße schaum auf der schwarz-grünen see millionen schwäne wären die auf dem wasser schwammen als die sonne höher stieg sah elisa vor sich halb in der luft schwimmend ein bergland mit glänzenden eismassen auf den felsen und mitten darauf erstreckte sich ein sicher meinenlanges schloss mit einem kühnen säulengange über dem anderen unten wogten palmenwälder und prachtblumen so groß wie mühlräder sie fragte ob dies das land sei wohin sie wollten aber die schwäne schüttelten mit dem kopfe denn das was sie sah war der vater morgana herrliches allezeit abwechselndes wolkenschloss da durften sie keinen menschen hineinbringen elisa starrte es an da stürzten berge wälder und schloss zusammen und zwanzig stolze kirchen alle einander gleich mit hohen türmen und spitzen fenstern standen da sie glaubten die orgel ertönen zu hören aber es war das meer welches sie hörte nun war sie den kirchen ganz nahe da wurden diese zu einer ganzen flotte die unter ihr dahin segelte sie sah nieder und es waren nur meernebel die über dem wasser hinglitten ja eine ewige abwechslung hatte sie vor augen und nun sah sie das wirkliche land nach dem sie hin wollte da erhoben sich die herrlichen blauen berge mit zedern wäldern stetten und schlüssern lange bevor die sonne unterging saß sie auf dem felsen vor einer großen höhle die mit feinen grünen schlingpflanzen bewachsen war es sah aus als wären es gestickte teppiche nun wollen wir sehen was du diese nacht hier träumst sagte der jüngere bruder und zeigte ihr ihre schlafkammer gebe der himmel dass ich träumen möge wie ich euch erretten kann sagte sie und dieser gedanke beschäftigte sie dann lebhaft sie betete inbrünstig zu gott um seine hilfe ja selbst im schlafe betete sie fort da kam es ihr vor als ob sie hoch in die luft fliege zu vater morganas wolkenschloss und die fee kam ihr entgegen schön und glänzend und doch glich sie ganz der alten frau die ihr bären im walde gegeben und ihr von den schwänen mit goldkronen auf dem kopfe erzählt hatte deine brüder können erlöst werden sagte sie aber hast du mut und ausdauer wohl ist das wasser weicher als deine feinen hände und formt doch die steine um aber es fühlt nicht die schmerzen wie deine finger fühlen werden es hat kein herz leidet nicht die angst und qual die du aushalten musst siehst du die brennnessel die ich in meiner hand halte von derselben art wachsen viele rings um die höhle wo du schläfst nur die dort und die welche auf des kirchhofs gräbern wachsen sind tauglich merk dir das diese musst du pflücken obgleich sie deine haut voll blasen brennen werden brich die nesseln mit deinen füßen so erhältst du flachs mit diesem musst du elf panzerhemden mit langen ärmen flechten und binden wirf diese über die elf schwäne so ist der zauber gelöst aber bedenke wohl dass du von dem augenblicke wo du diese arbeit beginnst bis sie vollendet ist wenn auch jahre darüber vergehen nicht sprechen darfst das erste wort welches du sprichst fährt wie ein tötender dolch in deiner brüderherz an deiner zunge hängt ihr leben merke dir das alles die fee berührte sie gleich ihre hand mit der nessel es war einem brennenden feuer gleich elisa erwachte dadurch es war heller tag und dicht daneben wo sie geschlafen hatte lag eine nessel wie die welche sie im traume gesehen hatte da fiel sie auf ihre knie dankte dem lieben gott und ging aus der höhle hinaus um ihre arbeit zu beginnen mit den feinen händen griff sie hinunter in die hässlichen nesseln sie waren wie feuer große blasen brannten sie an ihren händen und armen aber gern wollte sie es leiten wenn sie die lieben brüder befreien konnte sie brach jede nessel mit ihren bloßen füßen und floch den grünen flachs als die sonne untergegangen war kamen die brüder die sehr erschrakten elisa stumm zu finden sie glaubten es sei ein neuer zauber der bösen stiefmutter aber als sie ihre hände erblickten begriffen sie was ihre schwester ihret halben tue und der jüngste bruder weinte und wohin seine tränen fielen da fühlte sie keine schmerzen da verschwanden die brennenden blasen die nacht brachte sie bei ihrer arbeit zu denn sie hatte keine ruhe bevor sie die lieben brüder erlöst hatte den ganzen folgenden tag während die schwäne fort waren saß sie in ihrer einsamkeit aber nie war die zeit so eilig entflohen ein panzerhemd war schon fertig nun fing sie das zweite an da ertönte ein jagdhorn zwischen den bergen sie wurde von furcht ergriffen der ton kam immer näher sie hörte hundebellen erschrocken floh sie in die höhle band die nesseln die sie gesammelt und gehächelt hatte in einen bund zusammen und setzte sich darauf sogleich kam ein großer hund aus der schlucht hervor gesprungen und gleich darauf wieder einer und noch einer sie bellten laut liefen zurück und kamen wieder vor es wehrte nicht lange so standen alle jäger vor der höhle und das schönste unter ihnen war der könig des landes dieser trat auf elisa zu nie hatte er ein schöneres mädchen gesehen wie bist du hierher gekommen du herrliches kind sagte er elisa schüttelte das haupt sie durfte ja nicht sprechen es galt ihrer brüder erlösung und leben und sie verbarg ihre hände unter der schürze damit der könig nicht sehe was sie leiden müsse komm mit mir sagte er hier darfst du nicht bleiben bist du so gut wie du schön bist so will ich dich in seide und sammet kleiden die goldkrone dir auf das haupt setzen und du sollst in meinem schönsten schlosse wohnen und dann hob er sie auf sein pferd sie weinte rang ihrer hände aber der könig sagte ich will nur dein glück einst wirst du mir dafür danken dann jagte er fort durch die berge und hielt sie vorn auf dem pferde und die jäger jagten hinterher als die sonne unterging lag die schöne königsstadt mit kirchen und kuppeln vor ihnen der könig führte wo große springbrunnen in den hohen marmor sälen plätscherten und wände und decke von gemälden pranken aber elisa hatte keine augen dafür sie weinte und trauerte willig ließ sie die frauen ihr königliche kleider anlegen perlen in ihre haare flechten und feine handschuhe über die verbrannten finger ziehen als sie in all ihrer pracht dastand war sie so blendend schön dass der hof sich noch tiefer vor ihr verneigte und der könig erkorr sie zu seiner braut obgleich der geistliche mit dem kopf schüttelte und flüsterte dass das schöne waldmädchen sicher eine hexe sei sie blende die augen und betöre das herz des königs aber der könig hörte nicht darauf ließ die musik ertönen die köstlichsten gerichte auftragen die lieblichsten mädchen um sie tanzten und sie wurde durch duftenden gärten in prächtige säle geführt aber nicht ein lächeln kam auf ihre lippen oder sprach aus ihren augen die voll trauer waren nun öffnete der könig eine kleine kammer dicht daneben wo sie schlafen sollte sie war mit köstlichen grünen teppichen geschmückt und glich ganz der höhle in der sie gewesen war auf dem fußboden lag das bunt flachs welches sie aus den nesseln gesponnen hatte und unter der decke hing das panzerhemd welches fertig gestrickt war alles dieses hatte einer der jäger als eine seltenheit mitgenommen hier kannst du dich in deine frühere heimat zurückträumen sagte der könig hier ist die arbeit die dich dort beschäftigte nun mitten in all deiner pracht wird es dich belustigen an jene zeit zurückzudenken als elisa das sah was ihr am herzen lag spielte ein lächeln um ihren mund und das blut kehrte in die wangen zurück sie dachte an die erlösung ihrer brüder küßte des königs hand erdrückte sie an sein herz und ließ durch alle kirchenglocken das hochzeitsfest verkünden das schöne stumme mädchen aus dem walde war des landes königin da flüsterte der geistliche böse worte in des königs ohr aber sie drang nicht bis zu seinem herzen die hochzeit sollte sein der geistliche selbst musste ihr die krone auf das haupt setzen und er drückte in seinem unwillen den engen ring fest auf ihrer stirne nieder sodass es weh tat doch es lag ein schwerer ring um ihr herz die trauer um ihre brüder sie füllte nicht die körperlichen leiden ihr mund war stumm ein einziges wort würde ja ihren brüdern das leben kosten aber in ihren augen sprach sich eine innige liebe zu dem guten hübschen königer aus der alles tat um sie zu erfreuen sie gewann ihn von tag zu tag lieber und wünschte nur dass sie sich ihm vertrauen ihm ihre leiden klagen dürfte aber stumm musste sie sein stumm musste sie ihr werk vollbringen deshalb schlicht sie nachts von seiner seite ging in die kleine kammer welche wie die höhle geschmückt war und strickte ein panzerhemd nach dem anderen fertig aber als sie das siebente begann hatte sie keinen flachs mehr auf dem kirchhof das wusste sie wuchsen die nesseln die sie brauchen konnte aber selbst musste sie diese pflücken wie sollte sie das tun wie sollte sie da hinaus gelangen oh was ist das schmerz in meinen fingern gegen die qual die mein herz erduldet dachte sie ich muss es wagen der herr wird seine hand nicht von mir zurückziehen mit einer herzensangst als sei es eine böse tat die sie vorhabe schlich sie sich in der mondhelle nacht in den garten hinunter ging durch die langen alleen in die einsamen straßen nach dem kirchhofe hinaus nur ein einziger mensch hatte sie gesehen der geistliche er war wach wenn andere schliefen nun hatte er doch recht gehabt wie er meinte dass es mit der könige nicht sei wie es sein sollte sie war eine hexe deshalb hatte sie den könig und das ganze volk betört er erzählte dem könig was er gesehen und was er fürchtete und als die harten worte seiner zunge entströmten rollten zwei schwere tränen über des königs wangen herab er ging nach hause mit zweifel in seinem herzen er stellte sich als opa in der nacht schlafe aber es kam kein ruhiger schlaf in seinen augen er merkte wie elisa aufstand jede nacht wiederholte sie dieses und jedes mal folgte er sacht nach und sah wie sie in ihrer kammer verschwand tag für tag wurde seine mine finsterer elisa sah es begriff aber nicht warum es ängstigte sie und noch mehr litt sie in ihrem herzen für ihre brüder auf den königlichen samt und purpur flossen ihre heißen tränen sie lagen da wie schwimmenden diamanten und alle welche die reiche pracht sahen wünschen königin zu sein sie war nun bald mit ihrer arbeit fertig nur ein panzerhemd fehlte noch aber flachs hatte sie auch nicht mehr und nicht eine einzige nessel einmal noch nur dieses letzte mal musste sie deswegen nach dem kirchhof und einige hände voll pflücken sie dachte mit angst an diese einsame wanderung und an die schrecklichen hexen aber ihr wille stand fest wie ihr vertrauen auf den herren elisa ging aber der könig und der geistliche folgten nach sie sahen dieselbe bei der kitterpforte hinein verschwinden und als sie sich derselben näherten saßen die hexen auf dem grabsteine wie elisa sie gesehen hatte und der könig wendete sich ab denn unter diesen dachte er sich die deren haupt noch diesen abend an seiner brust geruht hatte das volk muß sie verurteilen sagte er und das volk urteilte sie solle verbrannt werden aus den prächtigen königsälen wurden sie in ein dunkles feuchtes loch geführt wo der wind durch das gitter hineimpfiff anstatt samt und seide gab man ihr das bunt nesseln welches sie gesammelt hatte darauf konnte sie ihr haupt legen die harten brennenden panzerhemden die sie gestrickt hatte sollten ihre decke sein aber nichts Lieberes konnten sie ihr ergeben sie nahm wieder ihre Arbeit auf und betete zu ihrem gott draußen sangen die straßenbuben spottlieder auf sie keine seele tröstete sie mit einem freundlichen wort da sauste gegen abend dicht beim gitter ein schwanenflügel es war der jüngste der brüder der die schwester gefunden hatte und sie schluchzte laut vor freude obgleich sie dachte dass die nacht die da kam wahrscheinlich die letzte sein werde die sie zu leben habe aber nun war ja auch die Arbeit fast beendet und ihre brüder waren hier der geistliche kam nun um die letzte stunde bei ihr zu sein das hatte er dem könig versprochen aber sie schüttelte mit dem haupte bat mit blick und minen er möge gehen in dieser nacht musste sie ja ihre arbeit vollenden sonst war alles unnütz alles schmerz tränen und die schlaflosen nächte der geistliche entfernte sich mit bösen worten gegen sie aber die arme elisa wusste dass sie unschuldig war und fuhr in ihrer arbeit fort die kleinen mäuse liefen auf dem fußboten sich schleppten nässeln zu ihren füßen hin um doch etwas zu helfen und die drossel setzte sich an das gitter des fenster und sang die ganze nacht so munter sie konnte damit elisa den mut nicht verliere es war nicht mehr als morgendämmerung erst nach einer stunde konnte die sonne aufgehen da standen die elf brüder an der pforte des schlosses und verlangten vor den könig geführt zu werden das könne nicht geschehen wurde geantwortet sei er noch nacht der könig schlafe und dürfe nicht geweckt werden sie baten sie drohten die wache kam ja selbst der könig trat heraus und fragte was das bedeute da ging die sonne auf und es waren keine brüder mehr zu sehen aber über das schloss flogen elf wilde schwäne hin aus dem stadttore strömte das volk es wollte die hexe verbrennen sehen ein alter gaul zog den karren auf dem sie saß man hatte ihr einen kittel von groben sackleinen angetan ihr herrliches haar hing lose um das schöne haupt ihre wangen waren totenbleich ihre lippen bewegten sich leise während die finger den grünen flachs flochten selbst selbst auf dem wege zu ihrem tode unterbrach sie die angefangene arbeit nicht die zehn panzerhemden lagen zu ihren füßen an dem elften strickte sie der pöbel verhöhnte sie sie die hexe wie sie murmelt kein gesangbuch hat sie in der hand nein mit ihrer hässlichen gaukelei sitzt sie da reißt sie ihr in tausend stücke man drängte auf sie ein und wollte die panzerhemden zerreißen da kamen elf weiße schwäne geflogen die setzten sich rings um sie auf den karren und schlugen mit ihren großen schwingen da wich der haufen erschrocken zur seite das ist ein zeichen des himmels sie ist sicher unschuldig flüsterten viele aber sie wagten nicht es laut zu sagen nun ergriff sie der büttel bei der hand da warf sie hastig die elf panzerhemden über die schwäne und alsbald standen elf schöne prinzen da aber der jüngste hatte einen schwanenflügel anstatt des einen armes denn es fehlte ein ärmel in seinem panzerhemden den hatte sie nicht fertig bekommen nun darf ich sprechen sagte sie ich bin unschuldig das volk welches sah was geschehen war neigte sich vor ihr wie vor einer heiligen aber sie sank ohnmächtig in der brüderarme so hatten die spannung angst und schmerz auf sie gewirkt ja unschuldig ist sie sagte der älteste bruder und nun erzählte er alles was da geschehen war und während er sprach verbreitete sich ein duft wie von millionen rosen denn jedes stück brennholz im scheiterhaufen hatte wurzel geschlagen und trieb zweige da stand eine duftende hecke hoch und groß mit roten rosen ganz oben saß eine blume weiß und glänzend sie leuchtete wie ein stern die brachte er könig und steckte sie an elisas brust da erwachte sie mit frieden und glückseligkeit im herzen alle kirchenglocken läuteten von selbst und die vögel kamen in großen zügen es wurden ein hochzeitszug zurück zum schlosse wie ihn noch kein könig gesehen hatte ende von die wilden schwäne die blumen der kleinen eda dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von elli märchen von hans christian andersen übersetzt von julius reusch die blumen der kleinen eda meine armen blumen sind ganz verwelkt sagte die kleine eda sie waren so schön gestern abend und nun hängen alle blätter vertrocknet da warum fragte sie den studenten der im sofa saß denn sie mochte ihn sehr gern leiden er wusste die allerschönsten geschichten und schnitt lustigende bilder aus herzen mit kleinen damen darin welche tanzten blumen und große schlösser woran man türen öffnen konnte es war ein munterer student warum sehen die blumen so jämmerlich aus fragte sie wieder und zeigte ihm einen strauß welcher ganz vertrocknet war ja weißt du was ihnen fehlt sagte der student die blumen sind in dieser nacht auf dem ball gewesen deshalb lassen sie heute die köpfe hängen aber die blumen können ja nicht tanzen sagte die kleine eda jawohl sagte der student wenn es dunkel wird und wir anderen schlafen dann springen sie lustig umher fast jede nacht halten sie ball können keine kinder mit auf diesen ball kommen oh ja sagte der student das sind kleine gänseblümchen und maiblümchen wo tanzen die schönen blumen fragte die kleine eda bist du nicht oft vor dem tor bei dem großen schlosse gewesen wo der könig im sommer wohnen und der herrliche garten mit den vielen blumen ist da hast du ja die schwäne gesehen welche zu dir hinschwimmen wenn du ihnen brot krummen geben willst glaube mir da ist der große ball ich war gestern mit meiner mutter draußen im garten sagte eda aber alle blätter waren von den bäumen und da war durchaus keine blume mehr wo sind sie im sommer sah ich viele sie sind drinnen im schlosse sagte der student wisse sobald der könig und alle hofleute zur stadt ziehen dann laufen die blumen gleich aus dem garten in der schloss und sind lustig das solltest du sehen die beiden aller schönsten rosen setzen sich auf den thron dann sind sie könig und königin alle die roten haare in kämme stellen sich zu beiden seiten auf und stehen und verbeugen sich das sind die kammerjunker dann kommen die niedlichsten blumen und dann ist der großer ball die blauen pfeilchen stellen kleine seekadetten vor sie tanzen mit hyazinthen und krokus welche sie fräule nennen die tulpen und die großen feuerlilien sind alte damen die dafür sorgen dass hübsch getanzt wird und dass es ordentlich zugeht aber fragte die kleine eda ist denn niemand der den blumen etwas zu leide tut weil sie in das königsschloss tanzen es weiß eigentlich niemand davon sagte der student zuweilen kommt freilich in der nacht der alte schlossverwalter welcher da draußen aufpassen soll mit seinem großen buntschlüssel aber sobald die blumen die schlüsselrasseln hören sind sie ganz still verstecken sich hinter den langen vorhängen und stecken die köpfe hervor es riecht ja noch blumen sagt der alte schlossverwalter aber sehen kann ich sie nicht das ist lustig sagte die kleine eda und klatschte in die hände aber würde ich die blumen auch nicht sehen können ja sagte der student denke nur daran wenn du wieder hinaus kommst dass du an das fenster siehst so wirst du sie schon gewahr werden das tat ich heute da lag eine lange gelbe lilie im sofa und streckte sich das war eine hofdame können auch die blumen aus den anderen gärten da hinaus kommen können sie den weiten weg machen ja gewiss sagte der student denn wenn sie wollen so können sie fliegen hast du die schönen schmetterlinge gesehen die roten gelben und weißen die sehen fast aus wie blumen das sind sie auch gewesen sie sind vom stengel ab hoch in die luft geflogen und haben damit den blättern geschlagen als wären es kleine flügel und da flogen sie und da sie sich gut aufführten bekamen sie die erlaubnis auch bei tage herum zu fliegen brauchten nicht zu hause und still auf dem stiel zu sitzen und da wurden die blätter am ende zu wirklichen flügeln das hast du ja selbst gesehen es kann übrigens sein dass die blumen eines gartens noch nie im schloss des königs gewesen sind oder nicht wissen dass es dort nacht so munter her geht deshalb will ich dir etwas sagen dann wird er recht erstaunen der lehrer welcher hier nebenan wohnt du kennst ihn ja wohl wenn du in seinen garten kommst musst du einer der blumen erzählen dass draußen auf dem schloss so großer ball ist dann sagt diese es allen anderen wieder und sie fliegen fort kommt dann der lehrer in den garten hinaus so ist nicht eine einzige blume da und er kann gar nicht begreifen wo sie weggeblieben sind aber wie kann es die blume den anderen erzählen die blumen können ja nicht sprechen nein das können sie freilich nicht erwiderte der student aber dann geben sie sich zeichen hast du nicht oft gesehen dass wenn es in wenig weht die blumen sich beugen und alle die grünen blätter bewegen es ist ebenso deutlich als ob sie sprechen kann denn der lehrer die zeichen verstehen fragte ida ja sicherlich ja sicherlich er kam eines morgens in seinen garten und sah eine große brennessel stehen und mit ihren blättern einer schönen roten nelke zeichen geben du bist niedlich und ich bin dir gut sagte sie aber dergleichen kann der lehrer nicht leiden und schlug sogleich der brennessel auf die blätter denn das sind ihre finger und da brannte er sich und seit der zeit wagte er es nicht eine brennessel anzurühren das ist lustig sagte die kleine ida und lachte wie kann man dem kind so etwas erzählen sagte der alte herr welcher zum besuch gekommen war und im sofa saß dieser konnte den studenten gar nicht leiden und brummte immer wenn er ihn die posierlichen munteren bilder ausschneiden sah bald war es ein mann der an einem galgen hing und ein herz in der hand hielt denn er war ein herzdieb bald eine alte hexe welche auf einem besen ritt und ihren mann auf der nase hatte das konnte der alte herr nicht leiden und dann sagte er gerade wie jetzt wie kann man einem kind so etwas erzählen das sind dumme luftschlösser aber der kleinen ida schien es doch recht rollig zu sein was der student von ihren blumen erzählte und sie dachte viel daran die blumen ließen die köpfe hängen denn sie waren müde dass sie die ganze nacht getanzt hatten da ging sie mit ihnen zu ihrem anderen spielzeug welches auf einem niedlichen kleinen tische stand und das ganze schubfach war voll schöner sachen im puppenbett lag ihre puppe sophie und schlief aber die kleine ida sagte ihr du musst aufstehen sophie und dich damit begnügen diese nacht im schubkasten zu liegen die armen blumen sind krank und dann müssen sie in einem bette liegen vielleicht werden sie dann wieder munter dann nahm sie die puppe heraus die sehr verdrießlich aussah und nicht ein einziges wort sagte denn sie war ärgerlich weil sie ihr bett nicht behalten konnte dann legte ida die blumen in das puppenbett zog die kleine decke ganz über sie herauf und sagte nun sollen sie hübsch still liegen sie wolle ihnen tee kochen damit sie wieder munter werden und morgen aufstehen könnten und sie zog die vorhänge dicht und das kleine bett zusammen damit die sonne ihnen nicht in die augenscheine den ganzen abend konnte sie nicht unterlassen an das zu denken was ihr der student erzählt hatte und als sie nun selbst zur bette gehen sollte musste sie erst hinter die vorhänge sehen welche von den fenstern herabhingen wo ihrer mutter herrliche blumen standen sowohl höher zinken wie tulpen und da flüsterte sie ganz leise ich weiß wohl er sollte diese nacht tanzen aber die blumen taten als ob sie nichts verständen und rührten kein blatt allein die kleine ida wusste doch was sie wusste als sie zur bette gegangen war dachte sie lange daran wie hübsch es sein müsse die schönen blumen draußen im schlosse des königs tanzen zu sehen ob meine blumen wirklich mit dabei gewesen sein mögen aber dann schlief sie ein in der nacht erwachte sie wieder sie hatte von den blumen und dem studenten den der alte herr gescholten und gesagt hatte er wolle ihr etwas einbilden geträumt es war ganz still in der schlafstube wo ida lag die nachtlampe brannte auf dem tische und vater und mutter schliefen ob meine blumen nun wohl in sophies bett liegen sagte sie bei sich selbst gern möchte ich es wissen sie erhob sich ein wenig und blickte nach der tür welche angelehnt stand drinnen lagen ihre blumen und all ihr spielzeug sie horchte und da kam es ihr vor als höre sie dass drinnen in der stube auf dem klavier gespielt werde aber ganz leise und so hübsch wie sie es noch nie gehört hatte nun tanzen sicherlich alle blumen drinnen sagte sie oh wie gern möchte ich es doch sehen aber sie wagte nicht aufzustehen denn sonst weckte sie ihren vater und ihre mutter wenn sie doch nur hereinkommen möchten sagte sie aber die blumen kamen nicht und die musik fuhr fort hübsch zu spielen da konnte sie es nicht mehr aushalten denn es war allzu schön sie kroch aus ihrem kleinen bette heraus ging ganz leise nach der tür und sah in die stube hinein wie herrlich war das was sie zu sehen bekam es war keine nachtlampe drinnen aber doch ganz hell der mond schlief durch das fenster mitten auf dem fußboden es war fast als ob es tag wäre alle hyazinthen und tulpen standen in zwei reihen im zimmer es waren keine mehr am fenster dort standen die leeren töpfe auf dem fußboden tanzten alle blumen niedlich rings umeinander herum machten ordentliche kette und hielten einander bei den langen grünen blättern wenn sie sich umherschwenkten aber am klavier saß die große gelbe lilie welche die kleine jeder bestimmt im sommer gesehen denn sie erinnerte sich deutlich dass der student gesagt hatte begleichte dem fräulein line aber da wurde er von allen ausgelacht nun erschien es der kleinen ida wirklich auch als ob die lange gelbe blume dem fräulein gleiche und sie hatte auch dieselben manieren beim spielen bald neigte sie ein länglich gelbes anklitz nach der einen seite bald nach der anderen und nickte den takt der herrlichen musik niemand bemerkte die kleine ida nun sah sie eine große blaue krokus mitten auf den tisch hüpfen wo das spielzeug stand gerade auf das puppenbett zugehen und die vorhänge zur seite ziehen da lagen die kranken blumen aber sie erhoben sich sogleich und nickten den anderen zu dass sie auch mittanzen wollten der alte nussknacker dem die unterlippe abgebrochen war stand auf und verneigte sich vor den hübschen blumen diese sahen durchaus nicht krank aus sie sprangen hinunter zu den anderen und waren recht vergnügt es war gerade als ob etwas vom tische herunterfiele ida sah dorthin es war die fastnachtsrote welche heruntersprang es schien auch als ob sie mit zu den blumen gehörte sie war auch sehr niedlich und eine kleine wachspuppe die auch einen solchen breiten hod auf dem kopf hatte wie ihn der alte herr trug saß obendrein die fastnachtsrote hüpfte auf ihren drei roten stelzfüßen mitten unter die blumen und trampelte ganz laut denn sie tanzte masurka und den tanz kannten die anderen blumen nicht weil sie so leicht waren und nicht stampfen konnten die wachspuppe auf der fastnachtsroute wurde auf einmal groß und lang drehte sich über die papierblumen herum und rief ganz laut wie kann man dem kinde so etwas einbilden das sind dumme luftschlösser und da glich die wachspuppe dem alten herr mit dem breiten hut ganz genau sie sah ebenso gelb und verdrießlich aus aber die papierblumen schlugen ihn an die dünnen beine und erschrumpfte er wieder zusammen und wurde die ganz kleine wachspuppe das war recht hübsch anzusehen wie kleine ida konnte das lachen nicht unterdrücken die fastnachtsroute fuhr fort zu tanzen und der alte herr musste mittanzen es half ihm nichts er mochte sich nun groß und lang machen oder die kleine gelbe wachspuppe mit dem großen hut bleiben da legten die anderen blumen ein gutes wort für ihn ein besonders die welche im puppenbett gelegen hatten und dann ließ die fastnachtsroute es gut sein im selben augenblick klopfte es ganz laut drinnen im schubkasten wo idas puppe sophie bei viel anderem spielzeug lag der nussknacker lief bis an die kante des tisches legte sich lang auf seinen bauch und begann den schubkasten ein wenig herauszuziehen da erhob sich sophie und sah ganz erstaunt ringsum her hier ist wohl ball sagte sie warum hat mir das niemand gesagt willst du mit mir tanzen sagte der nussknacker ja du bist mir der rechte zum tanzen sagte sie und kehrte ihm den rücken zu dann setzte sie sich auf den schubkasten und dachte dass wohl eine der blumen sie zum tanzen auffordern werde aber es kam keine dann hustete sie aber dennoch kam keine der nussknacker tanzte ganz allein und nicht schlecht da nun keine der blumen sophie zu erblicken schien ließ sie sich vom schubkasten gerade auf den boden herunter fallen so dass es einen großen lärm gab alle blumen kamen herbeigelaufen und fragten ob sie sich verletzt habe und sie waren alle sehr freundlich gegen sie besonders die blumen welche in ihrem bett gelegen hatten aber sie war ganz munter und idas blumen bedankten sich alle für das schöne bett und nahmen sie mitten in die stube wo der mond schien tanzten mit ihr und alle die anderen blumen bildeten einen kreis um sie herum nun war sophie froh und sagte sie könnten gerne bett behalten sie mache sich nichts draus im schubkasten zu liegen aber die blumen sagten wir danken dir herzlich doch wir können nicht lange leben morgen sind wir tot aber sage der kleinen ida sie solle uns draußen im garten wo der kanarienvogel liegt begraben dann wachsen wir zum sommer wieder und werden weit schöner nein ihr sollt nicht sterben sagte sophie und dann küsste sie die blumen da ging die saaltüre auf und eine menge herrlicher blumen kam tanzend herein ida konnte gar nicht begreifen woher dieselben gekommen waren das waren sicher alle blumen draußen vom schlosse des königs ganz vorn gingen zwei prächtige rosen die hatten kleine goldkronen auf das war ein könig und eine königin dann kamen die niedlichsten lefkurien und nelten und sie grüßten nach allen seiten sie hatten musik mit sich große mohnblumen bliesen auf erbsen schoten so dass sie ganz rot im gesichte waren die blauen trauben höher zinten und die kleinen weißen schneeglöckchen klingelten gerade als ob sie schellen hätten das war eine merkwürdige musik dann kamen noch viele andere blumen und die tanzten allesamt die blauen pfeilchen und die roten tausend schön die gänseblümchen und die mailblumen und alle blumen küßten einander das war allerliebst anzusehen zuletzt sagten die blumen einander gute nacht dann schlich sich auch die kleine ida in ihr bett wo sie von allem träumte was sie gesehen hatte als sie am nächsten morgen aufstand ging sie geschwind nach dem kleinen tische hin um zu sehen ob die blumen noch da seien sie zog die vorhänge von dem kleinen bett zur seite ja da lagen sie alle aber sie waren ganz vertrocknet weit mehr als gestern sophie lag im schubkasten wohin sie ida gelegt hatte sie sah sehr schläfrig aus entzinnst du dich was du mir sagen solltest fragte die kleine ida aber sophie sah ganz dumm aus und sagte nicht ein einziges wort du bist gar nicht gut sagte ida und sie tanzten doch allesamt mit dir dann nahm sie eine kleine papierschachtel worauf schöne vögel gezeichnet waren die machte sie auf und legte die toten blumen hinein das soll euer niedlicher sarg sein sagte sie und wenn später die verwandten kommen so sollen sie mir helfen euch draußen im garten zu begraben damit ihr im sommer wieder wachsen und weit schöner werden könnt die verwandten waren zu ermuntere knaben sie hießen jonas und adolf ihr vater hatte ihnen zwei neue gewehre geschenkt die sie mitgebracht hatten um sie ida zu zeigen sie erzählte ihnen von den armen blumen welche gestorben waren und da begruben sie dieselben beide knaben gingen mit dem gewehre auf den schultern voraus und die kleine ida folgte mit den toten blumen in der niedlichen schachtel draußen im garten wurde ein kleines grab gegraben ida küßte erst die blumen setzte sie mit der schachtel in die erde und adolf und jonas schossen mit dem gewehre das grab denn sie hatten ja keine kanonen die blumen der kleinen ida die finanzen übersetzt von julius reusche die stopfnadel es war einmal eine stopfnadel die sich so fein dünkte dass sie sich einbildete eine nähnadel zu sein seht nur drauf dass ihr mich haltet sagte die stopfnadel zu den fingern die sie hervornamen verliert mich nicht falle ich hinunter so ist es sehr die frage ob ich wieder gefunden werde so fein bin ich das geht noch an sagten die finger und fassten sie um den leib seht ihr ich komme mit gefolge sagte die stopfnadel und dann zog sie einen langen faden nach sich der aber keinen knoten hatte die finger richteten die stopfnadel gerade gegen den pantoffel der kirchen an dem das oberleder abgeplatzt war und jetzt wieder zusammengenäht werden sollte das ist eine gemeine arbeit sagte die stopfnadel ich komme nie hindurch ich breche ich breche und da brach sie habe ich es nicht gesagt seufzte die stopfnadel ich bin zu fein nun taugt sie nichts mehr meinten die finger aber sie mussten sie festhalten die kirchen betrüpfelte sie mit siegellack und steckte sie dann vorne in ihr tuch sie jetzt bin ich ein busennadel sagte die stopfnadel ich wußte wohl daß ich zu ehren kommen werde wenn man etwas wert ist so wird man auch anerkannt dann lachte sie innerlich denn von außen kann man es eine stopfnadel niemals ansehen daß sie lacht da saß sie nun so stolz als wenn sie in eine kutsche führte und sah sich nach allen seiten um sind sie von gold fragte die stecknadel welche ihre nachbarn war sie haben ein herrliches äußere und ihren eigenen kopf aber klein ist er sie müssen danach trachten daß derselbe wächst denn man kann nicht allen das ende mit lack betrüpfeln und darauf hob sich die stopfnadel so stolz in die höhe daß sie aus dem tuch hin die gosse fiel gerade als die kirchen spülte nun gehen wir auf reisen sagte die stopfnadel wenn ich nur nicht dabei verloren gehe aber sie ging verloren ich bin so fein für diese welt sagte sie als sie im rinnstein saß ich habe ein gutes bewußtsein und das ist immer ein kleines vergnügen die stopfnadel behielt ihre haltung und verlor ihr gute laune nicht es schwamm allerlei über sie hin späne stroh und stücken von zeitungen sie wie sie segeln sagte die stopfnadel sie wissen nicht was unter ihnen steckt ich stecke ich sitze hier sie da geht nun ein span der denkt an nichts in der welt ausgenommen an einem span und das ist er selbst da schwimmt ein strohhalm sie wie der sich schwenkt wie der sich dreht denke nicht so viel an dich selbst du könntest dich an einem stein soßen da schwimmt ein zeitung vergessen ist was darin steht doch macht sie sich breit ich sitze geduldig und still ich weiß was ich bin und das bleibe ich eines tages lag etwas dicht neben ihr das herrlich glänzte und da glaubte die stopfnadel daß es ein diamant sei aber es war ein glasscherben und weil derselbe glänzte so redete die stopfnadel ihm an und gab sich als busennadel zu erkennen sie sind wohl ein diamant ja ich bin etwas der art und so glaubte eins vom anderen daß sie recht kostbar seien und dann sprachen sie darüber wie hochmütig die welt sei ja ich habe in einer schachtel bei einer jungfrau gewöhnt sagte die stopfnadel und die jungfrau war küchen sie hatte an jeder hand fünf finger aber etwas so eingebildetes als diese fünf finger habe ich nicht gekannt und doch waren sie nur da um mich zu halten mich aus der schachtel zu nehmen und mich in die schachtel zu legen glänzten sie denn fragten die glasscherben glänzen sagte die stopfnadel nein aber hochmütig waren sie es waren fünf brüder alle geborene finger sie hielten sich stolz nebeneinander obgleich sie von verschiedener länge waren der äußerte der däumling war kurz und dick er ging äußern vor dem glieder her und dann hatte er nur ein gelenk im rücken er konnte nur eine verbeugung machen aber er sagte das wenn er von einem menschen abgehäumt würde diese dann zum kriegsdienste und tauglich sei der topflecker kam in süßes und saures zeigte nach sonne und mond und er verursachte den druck wenn sie schrieben der lange mann sah den anderen über den kopf der goldrakt ging mit einem goldreifen den leib und der kleine peter spielmann tat gar nichts und darauf war er stolz prallerei war es und prallerei blieb es und deshalb ging ich in die gosse nun sitzen wir hier und glänzen sagte die glasscherben gleichzeitig kam mehr wasser in der einstein es strömte über die kränzen und riss den glasscherben mit sich fort sieh nun werde diese befördert sagte die stopfnadel ich bleibe sitzen ich bin zu fein aber das ist mein stolz und der ist achtungswert so saß ich stolz da und hatte viele gedanken ich möchte fast glauben dass ich von einem sonnenstrahl geboren bin so fein bin ich kommt mir es doch auch vor als ob die sommer mich immer unter dem wasser aufsuche ach ich bin so fein dass meine mutter mich nicht auffinden kann hätte ich mein altes auge welches abbrach so glaube ich ich könnte weinen aber ich würde es nicht tun es ist nicht fein weinen eines tages kamen eine straßenjungen und wühlten in den rindstein wo sie alte nägel pfennige und dergleichen fanden das war kein schönes geschäft und doch machte es ihnen vergnügen au sagte der eine er stach sich an der stopfnadel das ist auch ein kerl ich bin kein kerl ich bin ein fräulein sagte die stopfnadel aber niemand hörte es der siegellack war von derselben abgegangen und sie war schwarz und dünn geworden und darum glaubte sie daß sie noch feiner sei als sie früher war da kommt ein eisschale angesegelt sagten die jungen stecken die stopfnadel in die schale weiße wände und selbst schwarz sagte die stopfnadel das kleidet gut nun kann man mich doch sehen wenn ich nun nicht seekrank werde aber sie wurde nicht seekrank es ist gut gegen die seekrankheit einen stahlmagen zu haben und immer dran zu denken daß man etwas mehr als ein mensch ist nun ist es bei mir vorbei je feiner man ist desto mehr kann man aushatteln krach da lag die eisschale es ging ein lastwagen über sie hin au wie das drückt sagte die stopfnadel jetzt werde ich doch sehr krank aber sie wird es nicht auch gleich ein lastwagen über sie wegfuhr sie laubte länger nach und da mag sie liegen bleiben so